Schön, dass du da bist. Ich bin Rico. Märchen sind toll. Wenn du keines mehr verpassen willst und den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn und aktiviere auch die Glocke. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Die Wetterhexer von Heinrich Seidel In dem freundlichen Dorfe Huldingsheim lagen zwei Bauernhöfe, deren Felder und Wiesen aneinander grenzten. Die beiden jungen Bauern hatten ihr Erbteil, das ihnen von ihren Vätern in gutem Zustande überliefert worden war, fast zu gleicher Zeit angetreten. Doch nun, da erst sieben Jahre verflossen waren, machte sich bereits ein sehr großer Unterschied zwischen den beiden Besitztümern bemerklich. Kam man auf den Hof des einen, der Valentin hieß, so ward man erfreut durch einen Glanz von Reinlichkeit. Ordnung und Wohlstand, der auf allen Dingen lag. Alles stand an seinem Ort und war sauber, abgegrenzt und richtig. Die Gebäude waren reinlich gestrichen, die Türen hübsch gemalt und an den Strohdächern war kein Fehler zu sehen. Auf dem Teich schwammen die stattlichsten Enten und im Hofe wanderten Hühner umher, bei denen es schwer zu unterscheiden war, ob sie auf ihren mächtigen Hahn oder diese auf seine Hühner hätte stolzer sein dürfen. Trat man in die große Vordiele des Hauses, an der zu beiden Seiten die Viehställe gelegen sind, so war es wieder eine Lust, die wohlgepflegten Kühe und Pferde zu betrachten, die so blank waren, dass man sich fast darin spiegeln konnte. Aber noch blanker war das Kupfer- und Zinngeschirr, das neben dem Herde am Ende der Diele aufgestellt war, nebst hübsch bemalten Tellern und glasierten Töpfen und der gleichen reinlichem Küchengerät. An dem Herde aber wirtschaftete eine saubere Hausfrau und es war lustig zu sehen, wie flink ihr alles von der Hand ging und lustig zu hören, wie fröhlich sie dabei sang. Über dem Herde aber im Rauchfange hingen in stattlichen Reihen Würste, Speckseiten und Schinken und boten einen tröstlichen und erfreulichen Anblick dar. Das Wohnzimmer, die Puttschstube und die Vorratskammer zu betrachten, war nun erst recht ein Vergnügen. Die Fußböden waren blank gescheuert und mit weißem Sand bestreut. Die alte Kuckucksuhr tickte behaglich und der Sonnenschein kam durch die blanken Fensterscheiben und malte die Schatten von Geranium und Goldlack auf den Fußboden, blinkte freundlich in den grün glasierten Kacheln des alten Ofens und setzte die Schnörkel und das Schnitzwerk des riesigen braunen Erbschrankes, der den großen Leinenschatz des Hauses enthielt, ins rechte Licht. Und in der Vorratskammer, welch behaglicher Duft nach Backobst und gedörrten Äpfeln und welche Schätze von seidenweichem Flachs und selbstgesponnenem Garn. Wahrlich, da konnte mancher Hausfrau das Herz groß werden. Ging man so dann mit dem jungen Bauern durch die Hintertür und den mit gesunden, wohlgepflegten Obstbäumen besetzten Grasgarten auf den Acker, da merkte man bald, dass es auf Feld und Wiese ebenso aussah wie in Haus und Hof und dass Fleiß, Ordnung und Reinlichkeit die guten Geister dieses Hauses waren. Der andere junge Bauer, der Balthasar hieß, war recht das Gegenspiel von Valentin. Schon als Knabe hatte er am liebsten den Vögeln die Nester ausgenommen, den Katzen Schweinsblasen mit Erbsen an die Schwänze gebunden, fremde Hunde mit Steinen geworfen und die eigenen auf arme Bettler gehetzt. An der Arbeit hatte er nie Gefallen gefunden und hatte gemeint, ihm, als dem einzigen Sohne eines wohlhabenden Bauern, müsse es von selbst kommen. Später heiratete er ein hübsches Mädchen, das er auf dem Tanzboden kennengelernt hatte und dessen lustiges Wesen ihm gefiel. Das war eine Frau, die recht für ihn passte, denn Arbeiten mochte sie ebenso wenig wie er, Kuchen backen und Kaffeekochen ausgenommen. Da nun schlechte Herrschaften stets schlechte Dienstboten haben, die das Beispiel, das ihnen gegeben wird, getreulich nachahmen, so konnte es nicht verwundern, dass Haus und Feld allmählich in Verfall gerieten und dass sich auf dem Dünger, der über den ganzen Hof unordentlich zerstreut lag, die Hühner ihres erbärmlichen Hahnes und dieser sich seiner kläglichen Hühner schämte. Die Kühe und Pferde sahen mager und rau aus, als seien sie mit Moos statt mit Haaren bewachsen, und anstelle fröhlichen Gesanges hörte man Keifen und Schelten und widerwärtiges Fluchen durch das Haus schallen. Aber trotzdem er an dem Verfall seines Anwesens selbst die Schuld trug, so wurde Balthasars Herz doch von Neid und Missgunst erfüllt, wenn er die herrlichen Felder des Nachbarn neben seinen kümmerlichen, verwahrlosten Äckern liegen sah, wenn er auf seine Wiese blickte, die höckerig war von bewachsenen Maulwurfshaufen, die er nicht rechtzeitig geebnet hatte, und dann auf die des Nachbarn, wo grün und dicht einer Sammetdecke vergleichbar, das süßeste Futter wuchs. Es fraß an seinem Herzen wie gieriges Ungeziefer, wenn er im Wirtshaus saß und Valentins Lob verkünden hörte, während man auf ihn spöttische Seitenblicke warf. Er fasste einen tiefen Groll und Hass gegen jenen, dem nach seiner Ansicht ein blindes Glück alles in Hülle und Fülle in den Schoß warf, während er selbst von unverdientem Missgeschick verfolgt wurde. Denn also verblendet war sein Sinn, dass er die wahren Ursachen des Rückgangs seiner Angelegenheiten nicht mehr erkennen wollte. Eines Tages hatte er sich in hämischer Weise gegen Valentin darüber ausgesprochen, und als dieser ihm einfach erwiderte, der Nachbar könne dasselbe Glück haben, wenn er mehr Fleiß und Mühe auf die Bestellung seines Hauswesens und seiner Äcker verwenden wolle, denn der Boden sei derselbe wie bei ihm, und da Wetter und Wind auch dieselben wären, so müsse es wohl an anderen Dingen liegen. Da hatte er seinen Ärger verbissen und sich still beiseite gedrückt. Aber von dieser Zeit an sann er Tag und Nacht, wie er es anstellen möchte, dem Nachbar einmal einen rechten Schaden anzutun. Nun kam einmal wieder nach einem strengen Winter ein schönes Frühjahr heran. Da der Herbst auch gut gewesen war und der harte Winter den Saaten nichts geschadet hatte, so bewirkte das köstliche Frühlingswetter, dass alle Feldgewächse überaus herrlich gediehen. Und da auch Balthasar diesmal seinen Acker ein wenig besser bestellt hatte, so sah es auch bei ihm günstiger aus als seit langen Jahren. Deshalb wurmte es ihn umso mehr, als trotzdem seine Felder gegen die Valentins nur armselig zu nennen waren. Jedoch, in der Hoffnung auf eine bessere Ernte, lebte er noch viel lustiger denn zuvor und ließ im Wirtshaus noch mehr als gewöhnlich draufgehen, während seine Frau mehr Kuchen bug als je. Eines Abends spät kam er von dem Wirtshause eines benachbarten Dorfes nach Hause, auf einem Wege, der durch seine Felder führte. Da sah er plötzlich im Mondlicht eine seltsame Erscheinung. Eine schöne weiße Frau mit Haaren von der goldenen Farbe des gereiften Weizens zog schwebenden Fußes über seinen Roggen dahin, und um sie her liefen viele Kinderchen, angetan mit langen weißen Hemdchen und ein feines Lachen und liebliches Geschwätz ging von der ganzen Schar aus. Wäre sein Sinn nun nicht ganz verblendet und vom Trinken benebelt gewesen, so hätte er wohl bemerkt, dass es die Roggenmume mit den Kornkindern war, die die Felder beschützen und deren Erscheinen Segen und Überfluss bedeutet. Allein er vermochte das nicht zu erkennen, sondern rief »Was macht ihr Gesindel da an meinem Roggen?« Da die Roggenmume gar nicht antwortete, sondern ihm nur das schöne, mondbeschienene Antlitz zuwendete und ihn mit großen Augen ansah, so geriet er in mächtigen Zorn, raffte einen Stein auf und wollte damit werfen. Aber in dem Augenblick, da er den Arm erhob, streckte die Roggenmume die schimmernde weiße Hand nach ihm aus, und nun stand er plötzlich gebannt da, den Stein in der erhobenen Faust, und vermochte sich nicht zu rühren, bis die schöne Erscheinung mit allen Kindern in dem nebligen Dämmer des Grundes verschwunden war. Dann ließ er den Stein hinter sich fallen und ging fluchend nach Hause. Anders war es Valentin an demselben Abend mit der Roggenmume ergangen. Er hatte sich noch bis in die Dunkelheit hinein an dem entferntesten Ende seines Feldes zu tun gemacht. Und als er nun im Mondschein, in der schweigenden Stille des Frühlingsabends, langsam durch die Felder nach Hause wanderte und recht in seinem Herzen vergnügt war über den reichen Segen, der sich überall ausbreitete, da sah er ebenfalls die Roggenmume mit ihrer leichtfüßigen Kinderschar schimmernd über sein Weizenfeld dahinziehen. Er blieb ehrerbietig stehen, um sie vorüberzulassen. Und da bemerkte er, dass eines der Kinder mühsam hinterherlief und alle Augenblicke stolperte, weil ihm sein Hemdchen zu lang war und es immer mit den Füßen darauf trat. Komm her, Humpelchen, rief Valentin. Ich will dir dein Hemdchen aufbinden. Das Kind kam erfreut angelaufen. Er nahm ein Entchen Bindfaden aus der Tasche und schürzte das Hemdchen behutsam auf. Da dies geschehen war, lief das Kind fröhlich seinen Gespielen wieder nach und rief, Ich danke dir, du guter Mann. Nun hab ich einen Namen. Und die anderen Kinder riefen mit ihren feinen Stimmen durcheinander, Humpelchen, Humpelchen, da kommt das kleine Humpelchen. Die Roggenmume aber wendete sich und nickte ihm freundlich zu. Dann zogen sie weiter über den nahen Hügel und verschwanden eins nach dem anderen dahinter. Als die Roggenmume im Begriff war, von der Höhe hinabzuschreiten, wendete sie sich noch einmal und nickte ihm wiederum freundlich zu. Dann schwand sie hinweg und nur der Mond schien noch auf die Stelle, wo sie gestanden hatte. Valentin aber ging in seinem Herzen still vergnügt nach Hause. Als Balthasar am anderen Morgen sein Erlebnis erzählte, da schüttelten die Leute mit den Köpfen und sagten, er habe töricht gehandelt, die Roggenmume zu erzürnen, denn seine Felder würden es nun wohl entgelten müssen. Und wenn bei ihm in diesem Jahre die Mäuse und der Reiswurm ihre Arbeit täten und der Weizen den Rost und der Roggen Taube Ehren und Mutterkorn bekäme, da solle er sich nur bei der Roggenmume bedanken. Ein alter Schäfer riet ihm aber, er solle heute Abend wieder aufs Feld gehen und der Roggenmume einen ganzen schwarzen Hahn bringen, wer keine noch so kleine andersfarbige Feder an sich habe. Das würde sie wieder aussöhnen. Balthasar, der sehr in Angst geraten war, verschaffte sich einen solchen Hahn. Es traf sich zufällig, dass der alte Schäfer einen gerade passenden teuer zu verkaufen hatte und ging mit dem Tiere nach eingetretener Dunkelheit hinaus, um die Roggenmume zu erwarten. Aber er wartete vergebens. Niemand ließ sich sehen. Er war schon eine lange Weile auf dem Feldrhein, der seine von Valentins Äckern trennte, immer in den Mondschein hinausspähend, auf- und niedergegangen und wollte schon die Geduld verlieren, als er plötzlich in der Ferne eine dunkle Gestalt bemerkte, die sich von Zeit zu Zeit niederbückte und sich ihm allmählich näherte. Er schritt zu auf die Gestalt, die sich gar nicht um ihn zu kümmern schien, und als er näher kam, bemerkte er zu seinem Unbehagen, dass es die Moorfrau war, die ganz einsam in einem nahegelegenen Torfmoore wohnte und im Dorf für eine Hexe gehalten wurde. Sie suchte an diesem Feldrhein kräftige Kräuter, auf denen der Mondschein lag. »Ei, schönen guten Abend, Balthasar«, sagte die Frau. »Ihr geht wohl ein wenig im Mondschein spazieren und seht euch euer Fältchen an. Ein schönes Frühjahr und es steht nicht schlecht bei euch. Aber der Valentin versteht's doch noch besser, ist ein Pfiffikuss!« Und dann kicherte sie, dass ihr der Kopf wackelte. Der Bauer hatte einen Grauen vor der alten Hexe und wollte sich kurz abwenden und nach Hause gehen. Allein diese hatte mit ihren scharfen Augen den schwarzen Hahn bemerkt und hielt Balthasar am Rockschoss fest. »Ei, was habt ihr da für ein schönes Hähnchen?« sagte sie und streckte gierig ihre dünnen Spinnenfinger aus und befühlte und betastete das Tier. »Ganz schwarz und ohne Fehler! Das wäre so ein Hähnchen, wie es sich die alte Moorfrau schon lange gewünscht hat! Ei, du gutes Tierchen! Tuck, tuck, tuck! Mein Kickelchen, mein Kackelchen!« Balthasar sagte kurz weg, das ginge sie gar nichts an und wollte sich entfernen. Allein die Alte ließ nicht nach mit Drängen und Schmeicheln, bis sie in Erfahrung gebracht hatte, in welcher Absicht sich Balthasar mit dem Hahne dort eingefunden hatte. »Was kann das weiße Milchgesicht euch helfen?« sagte sie. »Gebt mir das Hähnchen! Ich bin nun einmal vernarrt in das hübsche Tier!« Dann trat sie ganz nahe zu ihm heran und flüsterte, indem sie mit dem Daumen auf Valentins Felder deutete, »Nicht wahr? Wenn wir dem mal so ein kleines Schabernäckchen spielen könnten, es wäre nicht so unrecht!« Balthasar, bei seiner schwachen Seite gefasst, ward neugierig und fragte hastig, »Wie meint ihr das, Alter?« »Wenn er auch mal fühlen müsste, wie es tut, wenn Mühe und Arbeit vergebens gewesen sind und man seine Knochen umsonst gerührt hat! So ein Duckmäuser! Dem hängt das Glück an! Und ein so frischer, flotter Kerl wie ihr, der kommt zu nichts! Ist das nicht ungerecht?« »Wenn ihr mir das Hähnchen gebt, da wollen wir mal sehen, was sich tun lässt. Ich habe hier so ein Schächtelchen. Es war eigentlich für einen anderen bestimmt. Allein euch habe ich immer gern gehabt. Und wenn ihr mir das Hähnchen gebt, das Kickelchen, das liebe Kackelchen, da sollt ihr es haben!« Damit hatte sie zuunterst aus ihrem Kräuterkorb eine runde Schachtel herausgewühlt und hielt sie Balthasar hin. »Nun, was soll ich denn damit?« fragte dieser Unwirsch. Die Alte wendete sich gegen Valentins Feld und während sie die Handbewegung des Säens machte, rief sie bei den Scheinwürfen, die sie ausführte, mit singender Stimme, »Raden, Trespen, Klatschmohn, Disteln, Winden!« Dann klopfte sie auf die Schachtel und wollte sich vor Lachen ausschütten. »Horcht mal!« rief sie dann, »wie sie brummen!« Sie hielt Balthasar die Schachtel ans Ohr und dieser vernahm ein Krabbeln und dumpfes Summen, als seien Käfer und Hummeln darin eingesperrt. »Ich verstehe euer dummes Zeug nicht!« sagte Balthasar. Die Alte drängte sich dicht an ihn und indem sie die Schachtel mit ihren dürren Fingern umklammerte, sprach sie flüsternd, »Wenn ihr mir morgen um die Mittagszeit, da die Sonne am höchsten steht, hinausgeht auf Valentins Feld und diese Schachtel aufmacht, da werdet ihr es schon merken. Es sind kleine, hübsche Sähmännerchen darin. Die werden säen, säen, säen. Da werden dem Valentin seine Felder später hübsch werden. So bunt, so bunt!« Darauf kicherte sie eine Weile in sich hinein, klopfte dann auf die Schachtel und rief, »Nicht wahr? Ihr versteht's!« Und aus der Schachtel tönte es als Antwort wie ein feines, höhnisches Gelächter. Trotz seines Grauens griff Balthasar gierig zu und sprach, »Gibt her! Den Hahn sollt ihr haben!« Kaum hatte er dies gesprochen, da hatte die Hexe das Tier schon im Arm und streichelte es zärtlich. Dann huckte sie ihren Korb auf und humpelte eilig davon. Kaum hatte der Dämmer der Nacht sie aufgenommen, so hörte Balthasar an der Stelle, wo sie verschwunden war, den Schrei einer Eule. »Kuh wiebt! Kuh wiebt!« Dann ferner in der Richtung auf das Torfmoor zu und immer ferner, bis er endlich nichts mehr vernahm. Am anderen Tage kurz vor Mittag nahm Balthasar die geheimnisvolle Schachtel und ging hinaus auf das Feld. Es war ein schwüler, heißer Tag, ohne jeden Windhauch. Am Horizont waren Wolken aufgetürmt und es hatte den Anschein, als würde dort hinten in aller Stille ein heimliches Unheil zusammengebraut. Als er auf der Höhe seines Feldes angelangt war, schaute er sich um und horchte. Es war niemand weit und breit zu sehen, aber die hellhörige Luft trug allerlei Töne zu ihm her. Das Rollen eines fernen Wagens, das Rasseln der Mittagsklappe aus einem Bauernhofe des Dorfes und aus dem Moorgrund den einsamen Schrei eines Sumpfvogels und zuweilen ein seltsames Lachen. Er wusste nicht, war es vom Widerhopf oder war es etwas anderes. Ihm war beklommen zumute. Allein erfasste sich ein Herz, stieg in einen trockenen Graben hinab, der weit in Valentins Feld hineinführte und schritt vorwärts. In der Mitte des Ackers lag ein kleiner Teich, der durch diesen Graben bei Hochwasser seinen Abfluss fand. Hier stieg er an der Uferwand hinauf und schaute wieder über das Feld hinweg. Es war alles still und einsam wie zuvor. Er empfand ein Grauen, die Schachtel zu öffnen, stellte sie vor sich hin auf den Uferrand, legte sein Ohr daran und vernahm ein brummendes, erwartungsvolles Rumoren darin. Endlich fasste er Mut, löste vorsichtig den Deckel, nahm ihn schnell ab und sprang mit einem angstvollen Satz zurück. Allein einstweilend kam gar nichts aus der Schachtel hervor. Vorsichtig schlich er wieder näher und als er hineinblicken konnte, bemerkte er nur ein schwärzliches Gekribbel und Gewimmel und ermischt mit einigen bunten, leuchtenden Flecken. Endlich arbeitete sich etwas aus der Masse hervor, setzte sich auf den Rand der Schachtel und fing an zu wachsen, bis es etwa die Größe eines Maulwurfs erreicht hatte. Es war ein kleines, schwärzliches Kerlchen mit Fledermausflügeln und einem Kopf wie ein Mohnkopf, auf dem es einen breiten, feuerroten Hut trug. Es dehnte und reckte seine Flügel, tastete nach einem Säckchen, das es nach Art der Sämänner um den Leib trug, stieß einen kleinen, hellen Schrei aus, schwang sich in die Luft und indem es kreisend über die Felder dahin schwankte, fing es an, emsig zu säen und verlor sich allmählich in der Ferne. Unterdessen war schon ein zweiter dieser graulichen, kleinen Gesellen hervorgekommen, der einen Distelkopf mit rotem Busch zwischen den Schultern trug und folgte seinem Genossen und so kamen immer mehr und mehr Mützen wie Kornblumen, Raden und Winden gestaltet hervor und gingen an ihre Arbeit. Endlich war die Schachtel leer. Balthasar legte einen Stein hinein und warf sie mitten in den Teich, wo sie versank. Dann kehrte er, das Herz voll Schadenfreude und böser Hoffnungen, in sein Haus zurück und hinter ihm her schallte wieder das seltsame Lachen aus dem fernen Moorgrund. Der Abend kam. Der Mond ging auf und stieg langsam ins Blau empor. Um Mitternacht, als er schon hoch stand, kam ein heller Schimmer, von dem ein liebliches, geschwätziges Tönen ausging, über die Felder gezogen. Und als es näher kam, da sah man, dass es die Roggenmume mit ihren Kleinen war. Als sie an Valentins Acker kam, stutzte sie plötzlich. Beugte sich zu dem Saatfeld hinab und musterte mit ihren klaren Augen den Boden. Hier sind böse Dinge geschehen, sagte sie dann. Hurtig, Kinder, hier gibt es Arbeit. Kaum hatte sie das gesagt, so verteilten sich die Kleinen eilfertig über das ganze Land und rutschten auf den Knien so flink dahin, dass es lustig zu sehen war. Und dabei pickten sie mit ihren feinen Fingerchen wie Vögel die Unkrautsamen auf und sammelten sie in ihren Schoß und arbeiteten so fleißig und sicher, dass in kurzer Zeit die ganzen Felder abgesucht waren und wohl kaum ein Körnchen liegen blieb. Den größten Schoß voll aber hatte Humpelchen gesammelt. Ich weiß wohl, von wem diese Bosheit herrührt, sagte die Roggenmume. Sie falle auf sein Haupt zurück. Damit trat sie mit ihren Kleinen auf Balthasars Feld über und hier wurde der angesammelte Vorrat sorgfältig wieder ausgesät. Vergeblich wartete Balthasar auf den Erfolg seiner Freveltat. Vergeblich spähte er im Laufe des Frühlings nach üppig aufschießendem Unkraut auf dem Felde seines Nachbars. Nur zu bald wurde er mit Entsetzen gewahr, was auf seinen eigenen Äckern vorging. Es gewann dort den Anschein, als sei es auf den Bau von Unkraut besonders abgesehen. Und als es gegen die Zeit der Roggenernte kam, da bot Balthasars Feld, einen für das Auge eines Landmannes, wahrhaft entsetzlichen Anblick da. Es leuchtete und schimmerte in allen Farben. Hier war ein Stück Feld von blühendem Klatschmohn wie mit Blut angestrichen. Dort lag ein Acker mit ragenden Distelstangen besät. Dazwischen einige kümmerliche Gerstenhalme kaum bemerklich waren. Der Hafer war vor Trespen gar nicht zu finden. Auf einer Kuhweide wuchs nichts als Stiefmütterchen, die einen mit hunderttausend kleinen Gesichtern anblickten. Die Wiese war voller Schachthalm und in den Klee hatte die Kleeseide gelbe Flächen wie ein Bettlaken groß gesponnen. Weit und breit aus der Umgegend kamen an Sonntagen die Leute herbei, um sich dies Wunder anzusehen und eines Tages sogar ein Maler aus der Stadt, der es abmalte und es für über alle Maßen herrlich erklärte. Auf Valentins Feldern war aber nicht mehr blühendes Unkraut zu sehen, als zur Verzierung eines Kornfeldes nötig ist. Balthasar hatte einen entsetzlichen Zorn auf die alte Hexe gefasst und sich vorgenommen, sie halbtot zu prügeln, wenn er ihr einmal begegnen würde. Denn er hielt die Bosheit dieses Weibes für den Grund seines Unglücks. Als er ihr daher kurz vor der Roggenernte auf einem Feldwege begegnete, sprang er sofort auf sie los, wirkte sie an der Gurgel und wollte dann eben mit seinem Stock ausholen, als die Alte so erbärmlich anfing zu winseln und ihre Unschuld zu beteuern, dass er abließ und sie anhörte. Sie können nichts dafür, sagte sie. Eine fremde, stärkere Macht, wahrscheinlich die Roggenmume, habe ihre Kunst zu Schande gemacht und das Unheil auf Balthasars Feld gewendet. Sie wolle alles tun, was er wolle, um ihn zufriedenzustellen. Noch sei es nicht zu spät, noch könne ein Hagelschlag Valentins reichen Segen vernichten. Balthasar solle morgen Mittag zu ihr ins Moor kommen, da wolle sie ein Wetterchen zusammenbrauen, dass kein Halm auf dem Felde des Nachbars stehen bliebe. Dem Seinen aber solle nichts geschehen. Dieser verlockenden Aussicht vermochte Balthasar nicht zu widerstehen. Er ließ die Alte los und sagte sein Kommen zu. Die Mittagssonne brannte heiß hernieder, als Balthasar am anderen Tage das Torfmoor erreichte. Aber der Himmel war klar und blank und kein einziges Wölkchen zu sehen. Schauernd setzte er seinen Fuß auf den verrufenen und gemiedenen Boden. Es war ein ausgebautes Moor, überall durchschnitten von tiefen Löchern und Gruben, zwischen denen nur schmale Torfrücken stehen geblieben und teilweise nachgestürzt waren. In den Gruben war weicher Moorschlamm oder es blinkte das schwarzbraune Grundwasser daraus hervor. Hier hatten die Sumpfvögel ihr Reich. Bäckers Zienen flogen meckernd auf, als er stolpernd durch Gestrüpp und Heidekraut seinen Weg suchte. Und mit klagendem Ruf flog der Kiebitz um sein Haupt. In der Ferne, wo die Hütte der Moorfrau lag, stieg ein hellblauer Rauch auf. Nach der Mitte zu wurde das Weidengestrüpp dichter und der Weg schwieriger zu erkennen. Zuweilen stand er entsetzt still, wenn sich plötzlich vor seinen Füßen ein mit Busch verborgenes Moorloch öffnete und die Torfbrocken, die sein Tritt gelöst hatte, in das blinkende schwarze Wasser fielen. Endlich gelangte er schweißtriefend auf einen flachen Sandhügel, der wie eine Insel im Moor lag und mit krüppelhaften Kiefern und einzelnen Birken besetzt war. Hier lag die Hütte der Moorfrau, aus Torf erbaut und mit einem ganz von Hauslauch überwucherten morschen Strohdach überdeckt. Die Alte selbst saß vor ihrer Tür und schürte ein schwelendes Torfffeuer. Neben ihr auf einem alten Polsterschemel lag eine große Kreuzotter und sonnte sich. Als Balthasar näher kam, krähte der schwarze Hahn auf dem Dach der Hütte und die Kreuzotter richtete den Kopf und zischte. Ruhig, Kindchen! sagte die Alte. Der tut euch nichts! Dann reichte sie dem Ankömmling eine große Flasche mit Brandwein hin und sagte, Da, trinkt mal zur Stärkung! Hierauf nahm sie selbst die Flasche, tat einen großen Schluck, schüttelte sich und sprach schnalzend, Das tut wohl! So dann holte sie eine Pfanne und eine große, seltsam bemalte Holzbüchse aus der Hütte und indem sie beides in den Händen hielt, kicherte sie und schüttelte sich und sagte dann, Nun wollen wir mal ein Wetterchen machen, ein Hagelwetterchen, dass die Vögel in der Luft totgeschlagen werden! Dann setzte sie die Pfanne auf das Feuer und sammelte aus der Holzbüchse allerlei seltsame getrocknete Kräuter und anderes wunderliches Zeug in ihre Hand und tat alles auf einmal in das heiße Gerät. Es prasselte auf und blitzte und funkelte, kleine blaue Flämmchen flackerten umher und plötzlich entwickelte sich ein dichter schwarzer Rauch, der in einer dünnen, feinen Säule schnurgerade emporstieg. Die Hexe warf immer mehr von dem Kraut in die Pfanne und murmelte unverständliche Sprüche dazu. Dann erhob sie die Hände, dass die weiten Ärmel von den dürren gelben Armen zurückfielen und beschrieb Kreise in der Luft. Dann fächerte sie mit einem Rabenflügel die Flamme und war in graulicher Art beweglich und geschäftig. Zuletzt rief sie kreischend, Drauf und dran, nirgends an! Über Moor und Wiesen hin zu dem Feld des Valentin! Aus der Luft dröhnte ein dumpfes Brausen als Antwort. Entsetzt blickte Balthasar empor und sah, dass sich hoch oben der dünne Rauchfaden zu einer breiten, dunklen Wolke ausgebreitet hatte, aus der gräuliche Gesichter hervorzulugen schienen. Jetzt waren die Kräuter verbrannt. Die Rauchsäule löste sich von der Pfanne ab und wurde sogleich von der Wolke aufgesogen. Nun ist es Zeit, rief die Alte. Nun laufe, wenn du noch etwas sehen willst. Du bist mitten durchs Moor zu mir hergestolpert. Ich will dir einen guten Fußsteig zeigen, der dich sicher hinausführt. Sie brachte ihn auf den Weg und Balthasar rannte wie gehetzt davon. Die Alte lachte gellend hinter ihm her und kehrte zu ihrer Hütte zurück. Jetzt will ich mich durch ein Schlücklein stärken auf die Arbeit, sagte sie schmunzelnd. Balthasar rannte keuchend dahin. Über sich hörte er ein Klirren und Rasseln, als wenn geharnischte Männer einherzögen. Allein die Wolke ging schneller als er und kam ihm voraus. Als er auf seinem Felde anlangte, sah er voll entsetzen, dass sie gerade darüber stand. Die Luft über Valentins Acker war frei und leer. Ein Wunder zeigte sich seinen Blicken. Ringshoch in der Luft über der Grenze des Nachbarfeldes schwebten weiße, engelschöne Gestalten mit silberglänzenden Schilden und hielten die Flur umfriedet. Drohend ihnen gegenüber am Rande der Wolke lauerten grauschwarze, finstere Gesellen, feurige Speere in den Händen und Stahlhelme mit Spitzen auf dem Haupte. Sie schleuderten ihre Speere, die blitzend mit krachendem Donner durch die Luft fuhren, auf die weißen Gestalten. Allein diese hielten ruhig lächelnd ihre Schilder vor, an denen die Waffen mit weiß aufleuchtendem Glanz zerschellten. Immer wilder und aufgeregter tobte es in der Wolke. Die dunklen Gestalten wogten auf und nieder und plötzlich stürmten sie zum letzten Angriff vor. Sie zogen den Kopf zwischen die Schultern und brausten, die Spitze des Stahlhelms voran, in mörderischer Wut gegen die weißen Gestalten. Aber kaum hatte einer in mächtigem Anprall den Silberschild nur berührt, so taumelte er wie vom Blitz getroffen zurück, überkugelte sich in der Luft und sank nieder. Im Sinken aber verschwammen die Formen des Leibes und lösten sich auf und in entsetzlichen Hagel verwandelt, prasselte er auf Balthasars Acker nieder. So unter Geheul des Windes und unendlichem Rasseln des Hagels ging der Kampf zu Ende. Die weißen Gestalten verschwammen und verschwebten und die Sonne schien wieder rein und klar vom wolkenlosen Himmel. Sie leuchtete mit gleichem Glanz auf Balthasars zerschmettertes Feld, wie auf Valentins prangende Fluren, in denen kein Helmchen geknickt war. Balthasar war rasend vor getäuschter Erwartung und vor Zorn auf die Hexer. Alles war vernichtet. Er war ein ruinierter Mann. Wie wahnsinnig rannte er auf seinem Zoll hoch mit Hagel bedecktem Felde umher. Kein Halm war verschont geblieben. Auf der Höhe eines Hügels blieb er stehen und drohte mit Gewalter Faust unter fürchterlichen Flüchen nach dem Moorgrund hinüber. Plötzlich schien ihm ein Gedanke zu kommen. Ein teuflisches Grinsen ging über sein Gesicht. Er schüttelte noch einmal die Faust und rannte dann eilig auf das Moor zu. Als er bei dem Kieferndickicht des kleinen Sandhügels angelangt war, hielt er an in seinem Lauf und schlich langsam und vorsichtig an die Torfhütte heran. Es war ganz still dort. Der schwarze Hahn saß auf dem Dacher, hatte den Kopf unter die Flügel gesteckt und schlief. Leise und vorsichtig wie ein spürendes Raubtier näherte er sich der Tür. Er fand sie geöffnet und sprang schnell näher, als fürchte er noch immer, seine Beute könne ihm entgehen. Mit vorgestrecktem Hals und gekrümmten Fingern stand er nun da und spähte in das Innere. Dort lag die Alte rücklings auf ihrem Strohsacklager und schlief, die geleerte Flasche neben sich. Sie hatte offenbar des Guten zu viel getan. »Desto besser«, sagte Balthasar, zog die Tür an und verschloss sie von außen. Dann warf er schnell reißig auf das noch glimmende Feuer und fachte es zu neuer Glut und dann schleppte er in wilder Hast die aufgestapelten Sammelholzvorräte der Hexe herbei und schichtete sie rings um das Haus auf. Der Hahn war unterdessen erwacht und schlug mit den Flügeln und Kräte. Allein die Hexe schlief fest. Balthasar hatte seine Arbeit beendet. Nun riss er die flackernden Brände aus dem Feuer und warf sie rings um in das von der Sonne ausgedörrte Kiefernholz, das alsbald in lichter Flamme aufloderte. Diese leckte an der Wand in die Höhe und entzündete bald hier, bald dort, den ausgetrockneten Torf und loderte höher empor und setzte das Strohdach in Brand, sodass die ganze Hütte in Flammen stand. Der Hahn wollte hinabfliegen, aber er versenkte sich die Flügel und fiel ins Feuer. Jetzt erwachte die Hexe. Balthasar hörte sie kreischen und wie sie heulend an der verschlossenen Tür rüttelte. Dann stürzte sie ans Fenster und schlug die kleinen blinden Scheiben ein, aber Rauch und Flammen drangen ihr entgegen und in demselben Augenblick schoss das brennende Strohdach herab und hüllte alles in einen lohenden Flammenmantel. Noch ein kurzes, halbersticktes Kreischen und dann war es still. Aber aus dem zusammengestürzten Gebäude schoss eine riesige Flamme empor und auf ihrer Spitze schwebte eine mächtige Eule, der Rauch und Feuer nichts anhatten. Sie flog mit gellendem Schrei dreimal um die Brandstelle und schoss dann auf Balthasar nieder und hackte nach seinen Augen. Dieser schlug nach ihr, allein er vermochte sie nicht zu treffen. und sich ihrer nicht zu erwehren. »Kuvit! Kuvit!« schrie das Tier und unermüdlich stieß es auf ihn nieder. Schon blutete sein Gesicht aus mehreren Wunden und Entsetzen befiel ihn und er versuchte zu entfliehen. Wie ein gehetztes Wild rannte er in das Moor hinein, stolperte und fiel und raffte sich wieder auf, aber der wütende Vogel ließ nicht ab von ihm. Zuletzt verschwand der Gehetzte zwischen den Weidenbüschen des Moors. Das Geschrei der Eule klang ferner und ferner und verstummte endlich ganz. Ein weidenschneidender Korbmacher fand nach einigen Tagen Balthasars Leichnam in einem der tiefsten Moorlöcher. An der Stelle, wo die Hütte der Wetterhexe gestanden hat, ist es nicht geheuer. Man will dort, auf der Brandstelle zuweilen, eine schwarze, zusammengekauerte Gestalt gesehen haben, die von Zeit zu Zeit einen klagenden Schrei ausstößt, wie eine Eule. Das weiße Hemd, das schwere Schwert und der goldene Ring von Johann Wilhelm Wolf Ein König hatte eine Frau genommen. Die war zwar von hoher Geburt, aber nicht von hohem Sinn und brach ihm ihre Treue jeden Tag. Nach einem Jahr gebar sie dem König einen Sohn. Der war weiß und rot, gleich Milch und Blut und wurde mit jedem Tage schöner. Je mehr er heranwuchs, umso mehr zeigte er sich seines Vaters würdig. Er war einer der klügsten und zugleich der edelsten und tugendhaftesten Jünglinge im ganzen Reich und alle, welche ihn kannten, sprachen, er sei ebenso schön wie brav. Als er 18 Jahre alt war und so recht in seiner schönsten Blüte stand, da fasste die Königin plötzlich eine verbrecherische Liebe zu ihm und sprach zu sich selber, er muss mein Gemahl werden, es mag gehen, wie es wolle. Sie wusste wohl, dass sie dies nicht in ihrem Schlosse erreichen konnte und fürchtete auch, der Jüngling könne es seinem Vater sagen, wenn sie ihm davon spreche. Darum machte sie einen Anschlag, ihn in ein fremdes, fernes Land zu entführen. Dort dachte sie, werde sie schon leicht ihr Ziel erreichen. Bald darauf war der Geburtstag des schönen Prinzen und der König befahl, dass man ihn mit großen, festen feiere. Morgens sollten die Musikanten von allen Regimenten seines Heeres in der Kirche beim Gottesdienst spielen. Mittags um zwei Uhr sollte ein Gastmahl sein, zu welchem viele tausend Gäste geladen wurden und abends sollten alle Häuser der Stadt und das Schloss und alle Gärten am Schloss erleuchtet und überall Feuerwerk abgebrannt werden. Also geschah es auch. Als nun die Kirche aus war, da führte die Königin ihren Sohn in den Garten und plauderte ihm gar süß vor, sodass er gar nicht bemerkte, dass sie stets weiter von dem Schloss abkamen. Endlich standen sie, ehe er sich's versah, an einem Wasser. Das war so groß, dass man das andere Ufer nicht sehen konnte und am Ende lag ein prächtiges Schiff. Ach, welch ein schönes Haus da auf dem Wasser schwimmt, rief der Prinz, der noch nie ein Schiff gesehen hatte. Du siehst das Haus nur von außen, sprach die Königin. Von innen ist es noch viel schöner als unser Schloss. Ach, das möchte ich sehen, sprach der Jüngling, und da führte sie ihn auf das Schiff und ging mit ihm aus einem Zimmer in das andere und setzte sich in jedem nieder. Als sie so ein paar Stunden auf dem Schiffe zugebracht hatten, sagte der Prinz, liebe Mutter, jetzt wird das Mal bald beginnen, darum müssen wir eilen, dass wir nach Hause kommen, damit mein Vater und die Gäste nicht auf uns warten müssen. Es hat noch Zeit, antwortete die Königin, aber er wollte fort und stieg hinauf auf das Verdeck. Wie erschrak der Prinz aber, als er von dem Garten keine Spur und ringsum nur Himmel und Wasser sah. Die Königin hatte nämlich mit dem Schiffmann ausgemacht, dass er am Schlossgarten zu der bestimmten Stunde halten und sobald sie auf dem Schiffe wären, die Anker lösen müsse, um sie in ein anderes Land zu fahren. Der Prinz lief vor Schrecken außer sich zu seiner Mutter und rief, Mutter, das schwimmende Haus ist ein Räuberhaus und die Räuber haben uns entführt. Sei ruhig, mein Sohn, sprach die Königin. Ich wollte dich nur ein wenig erschrecken, bald kommen wir schon wieder an das Land. Darin hatte sie wohl recht, es dauerte nicht lange, da sah der Prinz ein schwarzes Pünktchen in der Ferne. Das wurde immer größer und als sie näher kamen, war es ein prächtiger Eichenwald. Das Schiff fuhr gerade darauf zu und legte an. Die Königin nahm ihren Sohn bei der Hand und sprach, hier steigen wir aus und wirst schon bald zufriedengestellt sein. Also traten sie ans Land und gingen in den schönen Wald. Der Prinz frug wohl oft, ob das denn auch noch ein Lustgarten von des Königs Schloss sei und ob sie nun bald zu Hause wären, doch wusste sie ihn immer abzuschweigen, bis sie an einen freien Platz kamen. Da sprach sie, Lieber Sohn, ich bin müde, lass uns hier ein wenig ausruhen. Als sie nun so nebeneinander im Grase lagen, da küsste sie ihn und sprach ihm von ihrer Liebe, sagte ihm auch, dass sie ihn entführt habe und jetzt müsse er ihr Gemahl werden, wenn sie nicht auf der Stelle sterben solle. Aber der Prinz verwies ihr streng dies schändliche Begehren und sprach, Liebe Mutter, Gedenke der großen Sünde, welche wir beide täten, das kann nun und nimmermehr geschehen. Dabei blieb er auch standhaft, wie viel die Königin ihm auch noch vorschwatzte. Als sie nun sah, dass alles vergebens war, da fasste sie einen Hass auf ihn, der war ebenso groß und noch größer, als ihre Liebe gewesen war. Sie ließ sich aber nichts merken und tat so freundlich wie zuvor, sprach, sie habe seine Tugend nur auf die Probe stellen wollen. Nachdem sie nun ausgeruht hatten, gingen sie zusammen weiter in dem Walde, bis gegen Abend. Da öffnete sich der Forst und sie sahen in der Ferne ein hohes, schönes Schloss liegen. Der Prinz sprach, Liebe Mutter, bleibe du hier zurück, ich will zuerst in das Schloss gehen und sehen, wer da wohnt. Wenn es kein Räuberhaus ist, dann hole ich dich bald wieder ab. Sie war damit zufrieden und er ging hin. Die Tore standen offen, er kam in den Hof und in die Zimmer. Aber alle Leute, welche er sah, lagen im tiefsten Schlaf, die Bedienten und die Kammerjungfern, Koch und Köchen, Steilknecht und Viehmarkt. Nachdem er fast die ganze Stadt durchwandert hatte, kam er zuletzt in einen hohen und herrlichen Saal. Darin stand in der Mitte ein runder, goldner Tisch und auf dem Tische lag ein weißes Hemd und ein goldner Ring. Rund um den Tisch lief aber eine silberne Schrift, welche hieß, Wer dieses Hemd anzieht, der kann das Schwert an der Wand regieren. Wer diesen Ring in den Mund nimmt, versteht die Sprache der Vögel. Er schaute auf, da sah er an der Wand ein mächtiges breites Schwert und da er in den Waffen sehr geübt war, wollte er es nehmen und ein paar Kreuzhiebe durch die Luft machen. Aber er konnte es nicht einmal heben und vom Nagel langen. Da zog er das weiße Hemd an und steckte den Ring an den Finger. Sogleich war ihm, als würde er ein ganz anderer Mensch und als Flösser ganz neues, frisches Blut in seinen Adern. Er sprang in einem Satz an die Wand, fasste das Schwert und schwang es wie einen Zierdegen, desgleichen die Hofherren zu tragen pflegen. In demselben Augenblick hörte er in dem Schloss ein Laufen und Rennen, als wenn hunderte von Leuten durcheinander liefen. Die Tür flog auf und drei Diener in prächtigen Anzügen kamen herein und fragten Was befiehlt unser König und Herr? Im ersten Augenblick stutzte der Prinz, aber er fasste sich bald und sprach Es soll der schönste Wagen an den Wald fahren und meine Mutter abholen. Die Diener verneigten sich und eilten fort. Jetzt sah er sich weiter in dem hohen Saale um und fand in einer Ecke ein Bett. Das stand hinter einem Vorhang und darin schlief ein alter Mann mit grauen Haaren aber mit einem falschen Gesicht aus welchem man nicht viel Gutes heraus las. Der Prinz versuchte ihn zu wecken aber der Greis brummte nur so etwas in den weißen Bart hinein dann wandte er sich auf die andere Seite und schlief wieder ein. Jetzt kam seine Mutter an und freute sich recht über das schöne Schloss darin sie nun wohnen sollte aber in ihrem bösen Herzen brütete sie über der Rache und dachte Tag und Nacht nur nach wie sie den guten Prinzen verderben könne sie tat aber nur umso freundlicher gegen ihn und sagte ihm jeden Tag aufs Neue vor wie sie so glücklich sei einen solchen Sohn zu haben und dass sie ihn mehr liebe als alles in der Welt Als der Prinz schon ein paar Tage in dem Schlosse gewesen war ging er eines Tages auf dem Wald spazieren da hörte er ein jämmerliches ächzen und stöhnen das lautete gerade als käme es aus der Erde er schwang sein Schwert da kamen die Diener und er frug woher diese Töne kämen und wer also ächze die Diener sprachen wir wissen es der Greis welcher in dem Saale schläft denn er hat die Schlüssel zu den unterirdischen Gängen der Prinz befahl ihnen den Greis zu holen allein der wollte nicht hervor bis der Prinz ihm drohen ließ er werde ihn mit Gewalt holen lassen da kam er und brachte ein Bund Schlüssel er rückte an einem Stein in der Mauer da erschien eine kleine Tür welche er aufschloss und die in einen dunklen Gang führte geht nun hinein sprach er mürrisch zu dem Prinzen doch dieser hütete sich wohl und zwang den Greis voran zu gehen je weiter sie in dem Gange kamen umso näher läutete das Ächzen endlich standen sie vor einer zweiten eisernen Tür und als der Greis auch diese aufschloss war da ein halbfinsteres Loch worin das schmutzige Wasser und alle Unreinlichkeit aus dem Schloss zusammen floss in diesem schrecklichen Aufenthalt saß ein Mädchen dem die Kleider am Leibe fast verfault waren als es den Glickte rief es geh nur weg oder gib mir den Tod damit meine Qualen ein Ende nehmen da trat der Prinz hervor aus dem dunklen Gange und befahl dem Greise das Mädchen heraus zu führen er zögerte anfangs aber da hob der Prinz sein Schwert und nun folgte er dem Befehl die Jungfrau aber rief flehentlich ach führet mich nicht an das Licht des Tages sterben der Prinz tröstete sie mit freundlichen Worten und sprach ihr seid gerettet aus eurer Höhle und sollt alles haben was ihr begehrt dann trieb er den Greis ins Schloss zurück und schickte der Jungfrau zwei Dienerinnen mit Wasser zum waschen mit schönen Kleidern und mit guter kräftiger Nahrung damit sie sich ein wenig erhole über eine Weile trat sie aus schön ihre Haare waren so goldig als ob sie der Sonne ihre Strahlen genommen hätte um ihr Haupt damit zu zieren und ihre Augen waren so blau wie der Himmel am Abend ihr Gesicht war aber gerade als ob es mit Lilien und Rosen bemalt wäre der Prinz war so entzückt als er sie sah dass er sich nicht halten konnte und auf sie zu eilte um ihr die sie mit sich in das Schloss da frug er sie woher sie sei und wie sie in das schreckliche Gefängnis komme sie erzählte ihm ich bin eine Königstochter und meines Vaters Königreich liegt weit jenseits der See eines Tages ging ich mit meinen Dienerinnen am Ufer der See spazieren da kam plötzlich ein Schiff mit Seeräubern welche mich raubten und auf ihr Schiff herrschte und dieser ließ mir nun Tag und Nacht keine Ruhe und wollte ich solle seine Gemahlin werden als ich aber seine Hand verschmähte und nichts von ihm wissen wollte da warf er mich in jenes schreckliche Loch wo er mir nur alle drei Tage Brot und Wasser brachte und mich dabei fragte ob ich meinen Sinn bald ändere da ich das nicht wollte so ließ er mich dort bis ich in den Zustand kam in welchem ihr mich gefunden habt da nun Mitleid und Liebe gute Freundschaft halten und der Prinz schon gleich als er sie gesehen für sie eingenommen war so entbrannte er nun in heißer Liebe zu ihr und sprach habt ihr das Kreises hand verschmäht so biete ich euch nun die meine an denn ohne euch kann ich nicht mehr leben und wenn ihr nicht meine Gattin werden wollt so will ich nie eine andere Frau der schönen Prinzessin gefiel der Prinz besser als der Greis sie sprach in ihrer Unschuld ich habe euch so lieb dass ich nie einen anderen zum gemahlen möchte als euch da küssten sie einander und sprangen fröhlich herum und zu der alten Königin der war es natürlich ein Stich durchs Herz als sie das hörte und jetzt hasste sie den Prinzen doppelt und dreifach sie sprach mit heuchlerischer Miene ach wie freue ich mich dass du eine so schöne und tugendhafte Jungfrau gefunden hast mein Sohn und ich eine so schöne Schwiegertochter wenn mir selbst das größte Glück auf der Welt zu gefallen wäre könnte ich nicht so froh sein wie ich jetzt bin nun macht auch und sie umarmte den Prinzen und die schöne Jungfrau und drückte sie an sich aber heimlich dachte sie in ihrem Herzen wartet nur ich will es euch eintränken da sprach die Jungfrau die Hochzeit halten wir nicht hier die muss bei meinen Eltern gefeiert werden nach denen ich mich gar sehr sehne und die um mich in großen Sorgen sind lasst mich zu ihnen gehen dann kommt mein Bräutigam nach die Königin sprach jetzt habe ich dich noch lieber weil du eine so liebevolle Tochter bist tue also binnen Jahr und Tag komme ich mit meinem lieben Sohne dir nach und wir feiern die Hochzeit in Lust und Freuden heimlich dachte sie aber bist du nur erst aus dem Wege mit ihm will ich schon fertig werden rasch ließ der Prinz ein Schiff ausrüsten und binnen drei Tagen fuhr die Prinzessin ab die alte Königin aber hatte den Schiffskapitän bestochen er müsse machen dass ihn die Prinzessin heirate gehe es nun wie es wolle als das Schiff auf hoher See war kam der Kapitän zu ihr und wollte ihre Liebe und Gunst gewinnen aber sie wies ihn erzirnt zurück da sprach er eins von beiden möget ihr euch wählen wollt ihr noch zum Mann und dem König eurem Vater sagen ich habe euch gerettet oder wollt ihr ins Meer geworfen werden ihr habt drei Tage bedenkzeit als sie wieder allein war warf sie sich auf ihre knie nieder und bat Gott um Rettung aus dieser neuen Not und Gefahr da kam ihr ein guter Gedanke und als der Kapitän am dritten Tage wieder vor sie trat und frug wozu sie nun entschlossen sei sprach sie ja und Tag will ich Frist haben dann mag die Hochzeit sein damit war der Kapitän zufrieden als sie ans Land kamen führte er sie zu ihren Eltern erzählte ihnen wie er sie aus einer finsteren Höhle gerettet habe und begehrte ihre Hand der König und die Königin waren so froh ihr Kind wieder zu haben dass sie als bald einwilligten und über Jahr und Tag sollte die Hochzeit gehalten werden da sprach die Jungfrau als ich in meiner Höhle lag habe ich ein Gelübde getan das muss ich jetzt halten ich habe gelobt wenn ich erlöst würde Jahr und Tag ein Wirtshaus an offener Straße zu halten darin sollte jeder arme Wanderer und Pilger ein freies Unterkommen finden und ich selber wolle sie bedienen der König war sehr dagegen sprach das schicke sich nicht für eine Prinzessin aus königlichem Stamme aber die Königin sagte was man Gott dem Herrn verspricht das darf man nicht brechen sonst folgt die Strafe auf dem Fuße richte ihr ein Wirtshaus ein und lass sie darin hantieren wie sie gelobt hat es wird ihr Schaden nicht sein da wurde das Wirtshaus gebaut und manche arme Reisende und Pilger fand da Labung und segnete die fromme Königstochter und betete zu Gott dass er es ihr lohnen möge jetzt wollen wir sie in dem Wirtshaus lassen und sehen wie es dem Prinzen erging als die Prinzessin weg war und die falsche Königin gar nicht wusste wie sie den Prinzen verderben könne offenbarte sie sich zuletzt dem Greise und der war gleich bei der Hand ihr dabei zu helfen nur musste sie ihm versprechen seine Gemahlin zu werden und das tat sie gern er sprach sehe zu dass er in die Löwengrube gehe welche in dem Schloss graben ist dann werden ihn die Löwen zerreißen da legte sich die Königin auf ihr Bett und tat als sei sie tot krank der Prinz war in tiefer bekümmernis um sie und frug eines über das andere mal womit ihr wohl geholfen werden könne sie sprach ach lieber Sohn mir kann geholfen werden aber es ist Gefahr dabei und du könntest leicht dabei zu Schaden kommen da möchte ich jedoch lieber sterben als dass dir etwas zu leide geschehe ich kenne keine Gefahr liebste Mutter sprach der Prinz wenn es um dein Leben geht sie antwortete was bist du für ein guter Sohn so will ich es dir denn sagen wenn ich eins von den Löwen welpen an meine Brust lege dann zieht die Kraft in mich hinein und ich werde in Zeit von einem Tage gesund der Prinz lief auf der unerschrocken hinein und da ein Löwe edlem Blut kein Leid antut so ließen ihn die alten Löwen ruhig gewähren als er ein junges fasste da brüllte die Löwin und erhob sich doch der Prinz sah sie mit einem so scharfen Blick an dass sie sich augenblicklich wieder hin legte die Königin setzte den jungen Löwen an ihre Brust und rief ich fühle als der Löwe aber nicht ruhig blieb und seine Krallen ausstreckte schrie sie es ist jetzt gut nimm ihn weg und mach ihn tot ich kann ihn nicht länger an mir leiden der Prinz nahm den Löwen und sprach warum sollte ich das arme Tierchen töten das doch meiner lieben Mutter Leben gerettet hat ich will es seiner Mutter heim bringen wie ich es ihr genommen habe so Wäldchen wieder hatte da dieser Plan also fehl geschlagen war beriet die Königin wieder mit dem Greise wie sie den Prinzen verderben könnten und der Greis sprach es gibt nur ein Mittel du musst ihm das Hemd ausziehen dann hat er keine Kraft mehr das Schwert zu schwingen und wir werden seiner bald Meister die Königin lud eine Menge von Gästen zu sich ein ging zu dem Prinzen und sprach da du mich vom Tode gerettet hast lieber Sohn so habe ich dir zu Ehren ein großes Mahl anstellen lassen komm nun und setze dich neben mich damit wir uns zusammen freuen der Prinz folgte ihr hocherfreut zu dem Saal wo die Gäste schon beisammen waren als er nun gegen Ende des Mahls recht eifrig mit den Gästen sprach goss sie rasch einen Schlaftrunk in seinen Becher dann hob sie ihr Glas und rief mein lieber Sohn soll leben der mich vom Tode gerettet hat dann nahm er seinen Becher und trank ihn in einem Zuge leer bald darauf gingen die Gäste nach Hause der Prinz aber fühlte sich gar müde und legte sich zu Bette wo er bald fest einschlief nun schlich die Königin mit dem Alten in das Zimmer da zogen sie ihm das weiße Hemd aus und der Alte zog es an dann nahm dieser ein Messer gab es der Königin und sprach nun stech ihm das linke Auge aus sie tat es der Alte grub ihm das rechte Auge auch noch aus und dann warfen sie ihn in die Löwengrube durch den wie groß die Falschheit seiner Mutter war und auch gehört wie der Alte über ihn triumphierter als er fühlte dass man ihn in die Löwengrube warf war er froh denn er glaubte nicht anders als die Löwen würden ihn sofort verschlingen und das wäre ihm recht gewesen denn er war des Lebens gar satt das geschah aber nicht sondern die Löwin kam zu ihm und brüllte so recht traurig und die Löwen welpen kamen und leckten ihm die Augen bis sie ganz heil waren jeden Tag brachte die Löwin ihm ein Stück Fleisch das legte sie auf seine knie und er nahm es und aß es roh das war seine ganze Nahrung das Fleisch holten sich die Löwen aber durch einen Erdgang der lief aus der Löwengrube in den Wald als der Prinz nun eines Tages so in der Grube herumtappte entdeckte er den Gang und kroch hinein lange spürte er nur eine dumpfe schwere Luft dann aber wurde ihm das Atmen immer leichter und endlich merkte er wie sich der Gang erweiterte wie frische Waldluft ihn anwehte er hörte die Vöglein in den Bäumen singen die Hirsche und Rehe springen und fühlte die Sonne warm Er dankte Gott auf den Knien für seine Rettung und schaffte sich dann weiter so gut es eben ging Gegen Abend rauschte es in der Ferne darauf ging er zu und gelangte also in das große Weltmeer dort hatte gerade ein Schiff angelegt um frisches Wasser einzunehmen Als der Schiffskapitän ihn sah dauerte ihn der arme blinde Jüngling der so verlassender herumschlich und er frug ihn ob er mitfahren wolle Ja das will ich gern denn hier müsste ich ja hungers sterben sprach der Prinz und stieg in das Schiff wo ihn der gute Kapitän auf das Beste hielt und pflegte so dass er von Tag zu Tag frischern Mutes wurde als das Schiff anlegte nahm er unter vielem Dank von dem Kapitän Abschied und schlich auf der Landstraße weiter eines Tages kam er in eine große Stadt vor dem Tore rief eine Frau kommt herein in mein Haus hier werden alle armen Reisenden und Pilger gepflegt er streckte seine Hand aus und ließ sich in das Haus führen wo er ein gutes Essen und ein prächtiges Bett bekam ehe er schlafen ging kam die Frau setzte sich zu ihm und sprach erzählt mir jetzt eure Geschichte das ist meine Bezahlung die möchte ich lieber verschweigen antwortete der Prinz denn sie ist sehr traurig aber wenn ihr sie hören wollt so erzähle ich sie und nun fing er an und schlägte ihr alles auseinander wie es ihm ergangen war die Wirtin wurde immer aufmerksamer als er aber daran kam wie er die schöne Jungfrau aus dem Loche erlöst und sich mit ihr verlobt hatte da schloss sie ihn in ihre Arme und rief unter blutigen Tränen teeny o Oh lieber Bräutigam ach ich dich all so wieder finden muss Wie war das eine so große Freude und dabei eine so tiefe Betrübnis als er ihr erzählte wie seine Mutter und der falsche Greis an ihm gehandelt hatten Die schöne Jungfrau konnte ihrer Träne nicht Herr werden, wenn sie ihn ansah und die eingesunkenen leeren Augenhöhlen erblickte. Als er seine Erzählung zu Ende hatte, ließ sie ihn schön kleiden, führte ihn zu ihrem Vater und sprach, Lieber Vater, heute ist mein schönster Lebenstag, denn der liebe Gott hat mir meinen rechten Erlöser und einzigen Bräutigam wiedergegeben. Und sie ließ ihn dem Könige die ganze Geschichte erzählen. Der König glaubte ihm zwar, doch da die erste Freude des Wiedersehens seiner Tochter vorüber war, so ärgerte er sich, dass sie einen blinden Prinzen heiraten wollte. Jedenfalls war ihm der Jüngling als Prinz lieber als der Schiffskapitän. Darum tat dieser wohl, sich sogleich aus dem Staube zu machen, als die Sache bekannt wurde. Nun wurde in einer abgelegenen Gegend des Schlossgartens ein kleines Schloss gebaut. Die Hochzeit des Prinzen mit der Prinzessin ganz heimlich gefeiert und dann zogen sie in das Schlösschen und bekamen nichts als das Essen von dem Könige. Ihre Kleider mussten sie sich selber stellen. Daran spann und webte die Prinzessin Tag und Nacht. Die Hofherren ärgerten sich aber nicht wenig über diese Heirat. Denn der Prinz konnte ihnen keine großen Gastmäler geben, worauf sie sehr viel hielten. Und Bälle und Tanzbelustigungen wurden gleichfalls keine gehalten, worauf ihre Frauen sehr viel gaben. Zudem wollte es ihnen nicht gefallen, dass sie einmal von einem blinden König regiert werden sollten. Sie verschworen sich also. Sie wollten das Schlösschen, wo der Prinz mit seiner Frau wohnte, in die Luft sprengen. Und das sollte bald geschehen. Eines Abends gingen die beiden aus ihrem Schlösschen in ihr kleines Gärtchen, wo sie die frische Kühle genießen wollten, und setzten sich unter einen hohen Lindenbaum. Da zog der Prinz sein einziges vom Finger, was er aus seinem Schloss gerettet hatte, den goldenen Ring, und steckte ihn in den Mund, denn er wollte sich einen Zeitvertreib machen und hören, was sich die Vögel wohl erzählten. Da flogen drei Krähen auf den Lindenbaum. Die fingen an zu schwatzen, und die erste sprach, »Ich weiß etwas, wenn ihr das wüsstet!« »Was ist es denn?«, fragten die beiden anderen. »Wir wissen auch etwas!« »Drüben beim Schultheiß ist ein Pferd gefallen. Das wird ein köstliches Aas. Ah, das soll mal schmecken!«, sprach die erste Krähe. Dann begann die zweite und sprach, »Ich weiß etwas anderes. Wenn das die zwei wüssten, die da unterm Baum sitzen, dann säßen sie nicht da.« »Was ist das?«, fragten die beiden anderen. »Diesen Abend um zehn Uhr wird das Schlösschen, worin sie wohnen, in die Luft gesprengt. Das haben die Hofherren ihnen gebraut.« Nun sprach die dritte Krähe. »Ich weiß etwas. Wenn das der blinde Prinz da drunten wüsste, der wäre erst froh.« »Was ist das?«, fragten die beiden anderen. »Diese Nacht zwischen elf und zwölf Uhr fällt ein Tauf vom Himmel. Wer sich damit die Augen bestreicht, der wird auf der Stelle sehend. Nun kommt zu dem toten Gaul, bevor ihn andere holen.« Da erhoben sie sich wieder und flogen weg. Der Prinz steckte seinen Ring wieder an und sprach zu seiner Frau, »Komm, wir wollen ein Stückchen weiter in den Wald hineingehen. Der Abend ist ja so schön.« Da folgte sie ihm. Als sie kaum eine Viertelstunde weit waren, blitzte es plötzlich und dann tat's einen Knall, als wenn tausend Kanonen auf einmal losgeschossen würden. Die Prinzessin erschrak, so dass sie fast ohnmächtig zusammengesunken wäre. Als der Prinz ihr aber die ganze Geschichte erzählte, da freute sie sich und beide danken Gott für ihre Lebensrettung und legten sich unter einem Baum im Walde zur Ruhe nieder. Die Prinzessin entschlummerte bald, der Prinz aber wachte. Als es gegen die zwölfte Stunde ging, tastete er im Gras umher und strich sich den Tau zusammen. Damit wusch er sich die Augen. Je mehr er wusch, umso heller wurde es vor ihm. Und als er dreimal gewaschen hatte, da sah er den Mond wieder, wie seine Strahlen durch die Bäume fielen, und sah seine liebe Frau wieder, wie sie so wunderschön im Mondschein lag. Er küsste sie vor lauter Wonne. Da erwachte sie und schaute ihren Mann an und fast hätte sie ihn nicht wiedererkannt. So klar und schön glänzten seine Augen sie an. Jetzt füllte er auch seine Wasserflasche noch mit dem Tau und hing sie um, denn er dachte, wer weiß, ob ich's nicht noch einmal gebrauchen kann. Also wuchs ihnen aus großem Unglück ein noch viel größeres Glück und sie waren nun überreich bei ihrer größten Armut. Aber sie sollten noch viel größere Leiden ertragen und die Zeit ihrer Prüfung war noch nicht zu Ende. Sie gingen am Morgen immer weiter im Walde fort und näherten sich von Wurzeln und Kräutern. Da die Prinzessin das Gehens aber ungewohnt war, so wurde sie bald müde und gegen Mittag setzte sie sich unter eine Eiche, legte ihren Kopf in den Schoß des Prinzen und schlief ein. Er betrachtete sie mit wonniglichen Blicken, wie sie in Schönheit strahlte. Da sah er an ihrem Halse ein Säckchen an einer Schnur hängen und als er es öffnete, fand er darin einen Karfunkelstein. Der gefiel ihm so gut, dass er leise die Schnur löste und ihn lange betrachtete. Er hätte ihn aber auch gern einmal in der Sonne spielen sehen, darum legte er ihn neben sich ins Gras, hob sanft der Prinzessin Haupt von seinem Schoß und legte es auf ein Kissen von Laub und Moos, welches er eilig zurechtmachte. Als er aber wiederum nach seinem Steine langen wollte, hatte ein Rabe ihn genommen und spielte damit. Er sprang dem Raben nach, da flog derselbe auf und setzte sich weit weg auf einen Baum. Der Prinz folgte ihm und warf mit Steinen nach ihm, da sprang der Rabe von Ast zu Ast und von Baum zu Baum, bis er zuletzt im Gebüsch verschwand. Betrübt suchte der Prinz den Rückweg auf, aber er fand ihn nicht und verirrte sich immer tiefer in den Wald hinein und wurde immer trostloser. Da kam ein feiner Herr des Weges daher, den frug er nach dem Baume, worunter er seine liebe Frau im Schlafe hatte liegen lassen. Der Herr wusste ihm aber keinen Rat und sprach, Solche Bäume gibt's tausende im Walde, den findest du nicht wieder. Geh mit mir und du sollst es nicht schlecht haben. Da folgte er dem Herrn zu einem schönen weißen Waldhaus. Darin saßen elf Bursche an einem reichgedeckten Tische und ließen sich's wohl sein. Der Herr sprach, Nun ist eure Zahl voll, jetzt seid ihr zwölf. Ihr bleibt nun Jahr und Tag hier und sollt alles vollauf haben, aber am Ende des Jahres müsst ihr mir drei Rätsel lösen. Wer das kann, bekommt einen Geldbeutel, der nie leer wird. Wer es aber nicht kann, der muss sterben. Da jubelten die elf Bursche und ließen den Herrn hochleben und sie jubelten also fort das ganze Jahr hindurch. Oft riefen sie dem Prinzen, er solle Teil an ihrer Lustbarkeit nehmen, aber der war still und in sich gekehrt, aß und trank wenig, sprach noch weniger, aber dachte ohne Unterlass an seine arme Frau. Jetzt wollen wir sehen, wie es mit ihr ergangen ist. Als sie erwachte und ihren Mann nicht fand, rief sie ihn lange und natürlich vergebens. Da fühlte sie plötzlich, dass ihr das Säckchen am Halse fehler. Ach, sollte er mir den Stein geraubt haben und damit entflohen sein? dachte sie, und was konnte sie auch anders denken? Der Gedanke betrübte sie gar zu sehr und wäre sie nicht so fromm gewesen, sie hätte sich den bitteren Tod angetan. Nun aber gab sie ihr trauriges Schicksal in des Himmels Hand und ging weiter im Walde gar mühsame Wege, bis sie an das Meer kam. Da lag ein Schiff vor Anker. Das nahm sie um Gottes Willen auf und setzte sie nach vielen Wochen in einem fremden Lande an das Ufer. Sie ging und ging, bis sie in der Ferne ein Schloss sah und als sie näher kam, erkannte sie, dass es das Schloss war, wo der Prinz sie gerettet hatte. Da wurde sie frohen Mutes, denn sie dachte, ihr Mann werde wieder dort sein und wenn er sie wiedersehe, könnte er sie ja nicht verstoßen. Also ging sie in das Schloss und fragte nach dem Prinzen. Die Diener wollten ihr eben sein trauriges Schicksal erzählen. Da kam die Königin hinzu und erkannte sie. Ei, bist du hier und was hast du denn hier zu suchen? frug das böse Weib. Da erzählte die Prinzessin, wie sie ihren Mann suche, den sie im Walde verloren habe. Komm mit herein, sprach die Königin. Als die Prinzessin ihr folgte, schloss sie schnell die Tür ab und rief den Greis. Sie fassten die Prinzessin, gruben ihr abends die Augen aus und warfen sie in die Löwengrube. Da kannst du deinen Mann suchen, riefen sie ihr nach und verhöhnten sie. Die Löwen fraßen sie aber nicht, sondern die jungen Löwen leckten ihr die Augen heil und die Alten brachten ihr Nahrung, sodass sie am Leben blieb. Unterdessen war das Jahr in dem Waldhause fast verstrichen und die Elfbursche dachten nicht einmal an die drei Rätsel. Um desto mehr dachte der Prinz daran und san und san, was es wohl sein könne, aber er konnte nichts herausfinden. Eines Abends setzte er sich in den Wald unter eine Eiche. Da flogen drei Atzeln heran und ließen sich in dem Laub der Eiche nieder. Was mögen die wohl schwatzen? dachte der Prinz, legte seinen Ring unter die Zunge und horchte ihnen zu. Heiser, ihr Brüder! rief die Einer. Morgen gibt's einen Festtag für uns. Elf fette Handwerksburschen und einen magern Prinzen. Wie meinst du das? fragte die Zweite. Morgen müssen sie die drei Rätsel lösen und sie wissen nicht eins davon, sprach die Dritte. Wisst ihr sie denn? fragte die Zweite und da schrien die beiden anderen, Ja, ja, ich will sie sagen! Nein, ich will sie sagen! Fang du an! sprach die Zweite und die Erste begann. Das eine Rätsel ist, wovon das Haus gebaut sei, das andere, woher sie das Essen gehabt hätten und das Dritte, warum es in dem Hause nie Nacht werde. Nun rate du sie, sprach die Zweite und die Dritte plapperte, das Haus ist von Armsünderknochen gebaut, das Essen kommt von des Königs Tafel und das helle Tageslicht im Hause von dem Karfunkelstein, welchen der Zauberer als Rabe dem armen Prinzen im Walde gestohlen hat und der nun an der Decke hängt. Als sie so geplappert hatten, hoben sie die Flügel und flogen weiter. Der Prinz aber erfreut, legte sich zum ersten Mal seit einem ganzen Jahre ruhig schlafen. Am anderen Morgen tafelten und spielten die Elfbursche wieder. Da kam der Herr durch den Wald daher und rief schon von Weitem. Nun, ihr Bursche, stellt euch in Reih und Glied, jetzt müsst ihr die Rätsel lösen. Die Elf folgten gutes Mutes. Der Prinz stellte sich ans Ende. Der Herr frug, woraus ist das Haus gebaut? Ei, vom Backstein, sagte der Erste. Von Bruchstein, der Zweite. Von Lehm und Holz. Der Dritter. Und so weiter, bis es an den Prinzen kam. Der sprach von Armsünderknochen. Du hast geraten, sagte der Herr. Jetzt sagt mir weiter, woher kam euer Essen? Aus der Garküche, schrien alle Elf. Aber der Prinz sagte, von des Königs Tafel. Du hast geraten, sagte der Herr. Nun sagt mir zum Dritten, warum war euer Haus bei der Nacht so hell wie bei Tage? Von einer Lampe, schrien die Elf zugleich. Aber der Prinz sprach, von dem Karfunkelstein, den du mir als Rabe gestohlen hast und der an der Decke hängt. Du hast geraten und hier ist dein Geldbeutel, der nie leer wird, sprach der Herr und gab ihm den Beutel. Den Elfen aber schlug er die Köpfe ab. Unterdessen ging der Prinz in das Haus und nahm den Karfunkelstein wieder. Dann wanderte er seines Weges weiter im Walde fort, bis er an das Meer kam. Dort ging er weiter bis zur nächsten Seestadt, mietete sich ein Schiff und fuhr nach dem Schloss, wo seine Mutter zurückgeblieben war. Habe ich bei allem Unglück so viel gehabt? dachte er. Wer weiß, ob ich das Schloss nicht wiedergewinne und meine Frau dazu? Es war dunkler Abend, als das Schiff in der Nähe des Schlosses vor Anker ging. Er verkleidete sich in einen Matrosen, stieg ans Land und ging auf das Schloss zu. Leise schlich er hinein und auf den Boden. Als alles im Schlafe lag, stieg er auf das Dach und ließ sich durch einen Schornstein in das Zimmer hinab, wo er den Greis schlafend gefunden hatte. Das erste, was er sah, war das weiße Hemd, welches auf dem runden, goldenen Tische lag. Er zog es an, fasste das Schwert, welches an der Wand hing und durchsuchte das Zimmer. Da lag der Greis in demselben Bette wie das erste Mal und bei ihm die Königin. Dreimal schwang der Prinz das Schwert. Da stürzten die Diener herein und begrüßten ihn freudig als ihren König und Herrn. Bindet die beiden zusammen und werft sie in einen Käfig, wo sie gleich Vieh gehalten werden sollen, rief der Prinz und es geschah. Die Königin suchte zwar wieder durch neue Lügen und Ränke den Prinzen zu bestricken, aber es gelang ihr nicht. Sie wurde gebunden in den Käfig geworfen. Das erste, was die Diener ihm sagten, war, dass die Prinzessin da gewesen sei und nach ihm gefragt habe. Da hob sich sein Herz in neue Hoffnung. Er ließ die Königin fragen, wo die Prinzessin geblieben sei, aber sie wollte es nicht sagen und vergebens wurde in dem alten Loche gesucht. In seiner Betrübnis kam ihm da der Gedanke, er wolle sich den guten Löwen dankbar beweisen und ihnen einmal eine reichliche Mahlzeit geben. Es wurden Ochsen und Rinder geschlachtet und die Diener mussten ihm das Fleisch in großen Mulden nachtragen. So ging er zum Löwenzwinger, um es ihnen selbst zu geben. Aber ach du Jammer, als er die Tür öffnete und seine liebe Frau blind in der Löwengrube wiederfand. Er stürzte auf sie zu und schloss sie in seine Arme und das war wieder einmal viel Unglück bei viel Glück. Er führte sie sogleich mit sich in das Schloss. Da wusch er vor allem ihre Augen mit dem Tau, welchen er einst in der Flasche gesammelt hatte. Und wie lachte sie ihn da so selig an? Jetzt war beider Glück vollkommen und er gab ein Fest nach dem Anderen zur Feier ihres Wiedersehens. Dann schrieb er seinem Vater alles nach der Ordnung, wie es sich begeben hatte und reiste mit seiner lieben Frau zu dem alten König. Den Käfig mit der Königin und dem Greise ließ er nachkommen und übergab beide seinem Vater zur Bestrafung. Da wurden sie auf einem Scheiterhaufen öffentlich verbrannt. Der Prinz aber folgte seinem Vater in der Regierung. Erbte später auch das Königreich seiner Frau. Und da an dem Schloss auch ein Königreich hing, so war er Herr über drei Königreicher. Die Nachtigall von Hans Christian Andersen In China, das weißt du doch wohl, ist der Kaiser ein Chineser und alle, die ihn umgeben, sind auch Chinesen. Es ist nun schon viele Jahre her, dass sich Folgendes zugetragen hat, aber gerade deshalb ist es der Mühe wert, die Geschichte zu hören, sonst vergisst man sie. Das Schloss des Kaisers war das prächtigste der Welt. Es bestand ganz und gar aus feinem Porzellan und war außerordentlich kostbar, aber zugleich auch so zerbrechlich, dass man sich recht sehr in Acht nehmen musste, wenn man es anrührte. Im Garten blühten die merkwürdigsten Blumen und an den allerschönsten waren silberne Glocken befestigt, die immerfort klingelten, damit man ja nicht an den Blumen vorüberging, ohne sie zu betrachten. Ja, im Garten des Kaisers war alles aufs Scharfsinnigste ausgeklügelt und dabei war es so groß, dass selbst der Gärtner dessen Ende nicht kannte. Nachdem man sehr weit darin gegangen war, kam man in einen herrlichen Wald mit hohen Bäumen und tiefen Seen. Der Wald erstreckte sich bis an das tiefe blaue Meer. Hier konnten große Schiffe unter den überhängenden Zweigen dahin segeln. Und hier am Ufer wohnte eine Nachtigall, die so entzückend sang, dass selbst der arme Fischer, wenn er des Nachts sein Netz auswarf, in seiner Arbeit innehielt und der Nachtigall lauschte. Mein Gott, wie schön das ist, sagte er. Dann aber musste er wieder seinem Gewerbe nachgehen und dachte nicht mehr an den Vogel. Wenn jedoch die Nachtigall in der nächsten Nacht wieder sang und der Fischer aufs Neue in ihre Nähe kam, wiederholte er. Mein Gott, wie schön ist doch das! Von allen Ländern der Welt kamen Reisende nach der Kaiserstadt und bewunderten sie, sowie auch das Schloss und den Garten. Aber wenn sie die Nachtigall vernahmen, sagten sie stets, das ist doch das Allerbeste. Nach ihrer Heimkehr erzählten dann die Reisenden, was sie alles gesehen hatten und die Gelehrten schrieben Bücher über die Stadt, das Schloss und den Garten. Aber auch die Nachtigall wurde nicht vergessen. Sie wurde im Gegenteil besonders hoch gepriesen und diejenigen, welche dichten konnten, machten schöne Gedichte über die Nachtigall am tiefen blauen Meer. Die Bücher wurden dann in der ganzen Welt verbreitet und einige davon gerieten endlich auch in die Hand des Kaisers. Dieser saß auf seinem goldenen Stuhl, las und las und nickte jeden Augenblick mit dem Kopfer. Denn es freute ihn, diese prächtigen Beschreibungen von der Stadt, dem Schlosser und dem Garten kennenzulernen. Aber die Nachtigall ist doch das allerbeste, stand da geschrieben. Was soll das heißen? sagte der Kaiser. Die Nachtigall? Die kenne ich ja gar nicht. Gibt es denn einen solchen Vogel in meinem Kaiserreicher und überdies in meinem eigenen Garten? Davon habe ich ja noch nie etwas gehört. Das muss man wahrhaftig erst aus den Büchern erfahren. Darauf rief er seinen Kavalier, der so vornehm war, dass er, wenn ein Geringerer es wagte, ihn anzureden oder ihn um etwas zu fragen, nichts als P antwortete. und das bedeutet eigentlich gar nichts. Ihr sollt sich ja ein höchst merkwürdiger Vogel, Nachtigall genannt, aufhalten, redete ihn der Kaiser an. Man sagt, er sei das allerbeste in meinem Königreicher. Weshalb hat man mir nie etwas von ihm gesagt? Ich habe seinen Namen noch nie gehört, sagte der Kavalier. Er ist nicht bei Hofe vorgestellt worden. Ich will, dass er heute Abend hierher kommt und vor mir singt, fuhr der Kaiser fort. Die ganze Welt weiß, was ich besitze, nur ich weiß es nicht. Ich habe seinen Namen noch nie gehört, entgegnete der Kavalier. Aber ich will ihn suchen und ich werde ihn finden. Allein wo war er zu finden? Der Kavalier lief treppauf und treppab durch Säle und Gänger. Doch keiner von all denen, die er traf, hatte je von einer Nachtigall reden hören. Da lief der Kavalier wieder zum Kaiser zurück und sagte, die Geschichte von der Nachtigall sei gewiss nur eine Erfindung derjenigen, welche die Bücher geschrieben hätten. Eure Majestät können sich gar nicht vorstellen, was alles geschrieben wird. Das sind Erdichtungen, die zur sogenannten schwarzen Kunst gehören. Allein das Buch, worin ich es gelesen habe, erwiderte der Kaiser, ist mir von dem großmächtigen Kaiser zugeschickt worden. Folglich kann es keine Unwahrheit sein. Ich will die Nachtigall hören. Sie muss heute Abend hier sein. Sie steht in aller höchster Gnade bei mir. Und wenn sie nicht kommt, lasse ich dem ganzen Hofe, nachdem er zu Abend gegessen hat, auf den Bauch treten. Ching Pi, sagte der Kavalier und lief eilig wie der Trepp auf und Trepp ab durch alle Gänge und Säle. Der halbe Hof folgte, denn sie wollten sich nicht gerne auf den Bauch treten lassen. Das war eine Frage nach der merkwürdigen Nachtigall, die alle Welt kannte, nur allein der Hof nicht. Schließlich trafen sie in der Küche ein armes kleines Dienstmädchen und dieses antwortete auf ihre Frage nach der Nachtigall. Die Nachtigall, ja, die kenne ich recht wohl. Oh, wie die singen kann. Jeden Abend darf ich meiner armen kranken Mutter etwas von den Speiseresten bringen. Meine Mutter wohnt drunten am Strande und wenn ich dann ins Schloss zurückkehre und unterwegs im Wald ein wenig ausruhe, dann höre ich die Nachtigall schlagen oder treten mir oft Tränen in die Augen und es ist mir gerade als ob mich meine Mutter küsste. Liebes Küchenmädchen, sagte der Kavalier, ich will dir eine feste Anstellung in der Küche verschaffen sowie die Erlaubnis den Kaiserspeisen sehen zu dürfen, wenn du uns zu der Nachtigall führen kannst, denn sie muss heute Abend bei Hofe erscheinen und singen. Darauf gingen sie alle zusammen nach dem Walde hinaus, wo die Nachtigall zu singen pflegte. Ja, der halbe Hof ging mit. Als sie nun eine Strecke weit gegangen waren, begann eine Kuh zu brüllen. Aha, rief ein Hofjunker. Da ist sie. Solch ein merkwürdiges Tier hat doch wirklich eine merkwürdige Kraft in seiner Kehle. Ich habe sie sicher früher schon einmal gehört. Nein, das sind die Kühe, die brüllen, sagte das kleine Küchenmädchen. Von der Wohnung der Nachtigall sind wir noch weit entfernt. Jetzt quakten die Frösche im Sumpfe. Herrlich, sagte der chinesische Hofprediger. Nun höre ich sie. Das klingt gerade wie kleine Kirchenglocken. Nein, das sind die Frösche, entgegnete das Mädchen, aber nun werden wir sie wohl bald hören. Dann begann die Nachtigall zu schlagen. Das ist sie, rief das kleine Mädchen. Hört, hört, und dort drüben sitzt sie. Damit deutete sie auf einen kleinen grauen Vogel droben in den Zweigen. Ist es möglich, sagte der Kavalier. So hatte ich sie mir nicht vorgestellt, wie einfach sie aussieht. Sie hat gewiss die Farbe verloren, weil sie so viele vornehme Leute um sich sieht. Liebe Nachtigall, rief das kleine Küchenmädchen ganz laut, unser allergnädigster Kaiser wünscht, dass du vor ihm singst. Mit dem größten Vergnügen, sagte die Nachtigall und begann sogleich zu schlagen, dass es eine wahre Lust war. Das klingt gerade wie kristallene Glocken, sagte der Kavalier. Seht nur, wie sie ihre kleine Kehle anstrengt. Es ist doch merkwürdig, dass wir sie früher nie gehört haben. Ah, sie wird bei Hofe Glück haben. Soll ich dem Kaiser noch einmal vorsingen? fragte die Nachtigall, denn sie glaubte, der Kaiser befinde sich unter den Anwesenden. Meine vortreffliche liebe Nachtigall, begann der Kavalier. Ich habe die große Freude, sie zu einem heute Abend stattfindenden Hoffeste einzuladen, wo sie seine kaiserliche Majestät mit ihrem reizenden Gesang bezaubern sollen. Es nimmt sich freilich im Grünen am besten aus, entgegnete die Nachtigall. Aber als sie jedoch hörte, dass es des Kaisers bestimmter Wunsch war, ging sie willig mit. Im Schloss war alles festlich geschmückt. Die porzellanen Wände und Fußböden erglänzten im Scheine vieler tausend Lampen. Die schönsten Blumen, die recht hell leuchten konnten, waren in den Gängen aufgestellt. Es war ein solches Hin und Her Laufen und der Wind zog von allen Seiten durch die Gänge, dass alle Glocken zusammen klangen und man sein eigenes Wort nicht mehr verstehen konnte. Mitten in dem Saale, wo der Kaiser saß, war für die Nachtigall eine kleine goldene Säule aufgestellt worden. Der ganze Hof war hier versammelt und das kleine Küchenmädchen hatte die Erlaubnis bekommen, hinter der Türe zu stehen. Denn nun hatte sie den Titel einer wirklichen Hofköchin erhalten. Alle Anwesenden waren in Gala und alle Augen waren auf den kleinen grauen Vogel gerichtet, dem der Und nun sang die Nachtigall so entzückend, dass dem Kaiser die Tränen in die Augen traten. Ja, die Tränen liefen ihm über die Wangen herab und nun sang die Nachtigall noch schöner, dass es jedem tief zu Herzen ging. Der Kaiser war so befriedigt, dass er der Nachtigall eine große Auszeichnung zuteil werden ließ, nämlich die, einen goldenen Pantoffel um den Hals zu tragen. Aber die Nachtigall dankte für diese Ehre und sagte, sie sei schon hinreichend belohnt. Ich habe in den Augen des Kaisers Tränen glänzen sehen, sagte sie, und das ist mir der reichste Schatz. Die Tränen eines Kaisers haben eine wunderbare Macht. Ja, ich bin reich belohnt. Darauf sang sie aufs Neue mit ihrer süßen, bezaubernden Stimme. Das ist die liebenswürdigste Art, sich angenehm zu machen, sagten die Damen rundherum, und dann nahmen sie Wasser in den Mund, um zu schluchzen, wenn sie sich mit jemand unterhielten. Auf diese Weise meinten sie, auch nach die Gallen zu sein. Ja, selbst die Diener und die Kammerzofen ließen ihre Befriedigung ausdrücken, und das will viel sagen, denn gerade ihnen kann man es am allerschwersten recht machen. Die Nachtigall hatte wirklich großen Erfolg gehabt. Sie musste nun am Hofe bleiben und bekam ihren eigenen Käfig sowie die Erlaubnis, sich des Tages zweimal und des Nachts einmal im Freien ergehen zu dürfen. Dabei wurde sie stets von zwölf Dienern begleitet, die sie alle an einem um ihr bein geschlungen seidenes diese Spaziergänge waren kein Vergnügen für die Nachtigall. In der ganzen Stadt sprach man von dem merkwürdigen Vogel und wenn sich zwei Fremde auf der Straße trafen, so sagte der eine Nacht und der andere geil. Und dann seufzten sie und verstanden recht gut, was diese Silben bedeuteten. Ja, elf Krämerkinder wurden sogar nach ihr benannt, aber keines von allen hatte nur eine Spur von einer Singstimme. Eines Tages wurde dem Kaiser ein großes Paket überreicht. Darauf stand geschrieben Nachtigall. Das ist wohl ein neues Buch über unseren berühmten Vogel, sagte der Kaiser. Aber es war kein Buch, sondern ein kleines Kunstwerk lag in der Schachtel, eine künstliche Nachtigall, die der Lebendigen gleichen sollte, aber reich mit Diamanten, Rubinen und Saphiren besetzt war. Sobald man den künstlichen Vogel aufzog, sang er eins der Stücke, die die wirkliche Nachtigall vortrug, und dabei bewegte er den Schwanz auf und nieder und glänzte von Silber und Gold. Um den Hals trug er ein Bändchen, worauf geschrieben stand, die Nachtigall des Kaisers von Japan ist arm im Vergleich zu der des Kaisers von China. Das ist herrlich, riefen alle zusammen, und der Überbringer des künstlichen Vogels erhielt sogleich den Titel Kaiserlicher Oberhof Nachtigallen Überbringer. Nun müssen sie zusammen singen, das wird ein reizendes Duett werden. Darauf mussten die beiden Nachtigallen also zusammen singen, aber es wollte nicht recht gehen, denn die wirkliche Nachtigall sang nach ihrer Weise und der Kunst Vogel ging nach der aufgezogenen Walze. Mein Vogel ist nicht schuld daran, sagte der Musikmeister. Er ist sogar besonders taktfest und ganz nach meiner Schule. Nun musste der künstliche Vogel allein singen. Er hatte ebenso großen Erfolg wie der wirkliche. Und dann war er ja auch viel hübscher. Er funkelte wie lauter Armbänder und Brustnadeln. Drei und dreißig Mal sang er ein und dasselbe Lied hintereinander und selbst dann war er noch nicht müde. Die Hofleute hätten es auch gerne noch einmal gehört, aber der Kaiser sagte, nun soll er auch die lebendige Nachtigall etwas vortragen. Aber wo war sie? Niemand hatte bemerkt, dass sie zum offenen Fenster hinaus geflogen war, fort nach ihren grünen Wäldern. Was soll denn das heißen? rief der Kaiser und alle Hofleute schallten und sagten, die Nachtigall sei ein höchst undankbares Tier. Den besseren von beiden haben wir aber doch, trösteten sie sich dann und darauf musste die künstliche Nachtigall von neuem singen. Das war nun das 34. Mal, dass sie dasselbe Stück zu hören bekamen, aber sie kannten denn es war außerordentlich schwer. Der Musikmeister lobte auch seinen Vogel über die Maßen. Ja, er versicherte, er sei sogar besser als die wirkliche Nachtigall, nicht allein in Bezeichnung auf das Kleid und die vielen herrlichen Edelsteine, sondern auch in Hinsicht auf ihr Inneres. Dann sehen sie meine Herrschaften, vor allem eure kaiserliche Majestät, bei der wirklichen Nachtigall kann man nie berechnen, wie sie nun singen wird, aber bei der künstlichen ist alles genau bestimmt. So ist es und so bleibt es. Man kann Rechenschaft davon ablegen, man kann sie aufmachen und die menschliche Berechnung zeigen. Wie die Walzen liegen, wie sie sich drehen und wie sich eins ans andere reiht. Gerade so habe ich Egal am nächsten Sonntag dem Hofe zu zeigen. Meine Untertanen sollen sie auch singen hören, sagte der Kaiser. Und als sie sie hörten, wurden sie so vergnügt darüber, als ob sie sich am Tee berauscht hätten, denn das ist echt chinesisch. Und alle riefen Oh und hoben den Zeigefinger auf, indem sie befriedigt dabei nickten. Nur die armen Fischer, die wirkliche Nachtigall hatten singen hören, meinten, es klingt ja ganz hübsch und ist auch dem Gesange der wirklichen Nachtigall ähnlich, aber es fehlt doch etwas. Jawohl, ich weiß nur nicht was. Die wirkliche Nachtigall aber wurde aus Land und Reich verwiesen. Der künstliche Vogel hatte seinen Platz auf einem seidenen Kissen dicht neben des Kaisers Bett. Alle Geschenke, die er erhalten hatte, Gold und Edelsteine lagen um ihn herum und im Titel war er zum Hof kaiserlichen Nachttischsänger auf der ersten Rangstufe zur linken Seite erhoben worden. Die linke Seite hielt nämlich der Kaiser für die Vornehmere, weil hier das Herz war, denn auch bei einem Kaiser sitzt das Herz auf der linken Seite. Der Musikmeister aber schrieb 25 Bände über den künstlichen Vogel. Es war ein solch gelehrtes und langes Werk, worin die allerschwersten chinesischen Wörter vorkamen, dass alle Leute behaupteten, sie hätten es gelesen und auch verstanden. Denn im entgegengesetzten Fall hätten sie ja bekannt, dass sie dumm seien und es wäre ihnen auf den Bauch getreten worden. So ging es ein ganzes Jahr lang fort. Der Kaiser, der Hof und alle anderen Chinesen kannten jeden einzelnen Ton im Gesange der künstlichen Nachtigall auswendig. Aber gerade deshalb gefiel er ihnen am allerbesten. Nun konnten sie ja selbst mitsingen und das taten sie auch. Die Straßenjungen sangen und auch der Kaiser sang mit. Oh, es war entzückend. Eines Abends jedoch, als der künstliche Vogel gerade im besten singen war und der Kaiser in seinem Bette lag und zuhörte, machte es plötzlich inwendig im Vogel schwupp. Es zersprang etwas. Schnurr liefen alle Räder herum und dann verstummte die Musik. Der Kaiser sprang sogleich aus seinem Bette und ließ seinen Leibarzt herbeirufen. Aber was konnte der helfen? Hierauf holte man einen Uhrmacher und nach vielem Hin und Her Reden und Untersuchen gelang es diesem den Vogel annähernd wieder instand zu setzen. Allein er erklärte zugleich, das Kunstwerk müsse nun aufs Äußerste geschont werden. Denn die Zapfen seien schon sehr abgelaufen und es sei nicht möglich neue einzusetzen, ohne Gefahr zu laufen, dass das Musikwerk gar nicht mehr richtig gehe. Das war nun ein großes Betrübnis. Jetzt wagte man den künstlichen Vogel nur noch einmal im Jahr singen zu lassen und schon das war fast zu viel. Aber dann hielt der Musikmeister eine kleine Rede und versicherte mit vielen schwierigen Ausdrücken, dass der Vogel trotzdem noch ebenso gut sei als vorher und so war er auch ebenso gut als vorher. So verstrichen fünf Jahre. Da brach über das Land eine wirklich große Betrübnis herein. Die Chinesen liebten ihren Kaiser eigentlich von Herzen. Nun war er krank und zwar wie man sagte hoffnungslos. Es war auch schon ein neuer Kaiser ihm voraus gewählt worden und das Volk stand vor dem Schloss auf der Straße und fragte den Kavalier wie es mit dem Kaiser stehe. Puh antwortete er und schüttelte den Kopf. Kalt und bleich lag der Kaiser in seinem großen prächtigen Bette. Der ganze Hof hielt ihn schon für tot und jeder lief hinaus um den neuen Kaiser zu huldigen. Auch die Kammerdiener gingen fort, um darüber zu verhandeln und die Kammerzofen veranstalteten eine große Kaffeegesellschaft. Überall in den Sälen und Gängen waren Teppiche gelegt, damit man keinen Tritt hören solle und deshalb war es überall still, totenstill. Aber der Kaiser war noch nicht tot. Steif und bleich lag er in dem prächtigen Bette mit den langen Samtvorhängen und den schweren goldenen Quasten. Ganz oben an der Wand stand ein Fenster offen und der Mond schien herein und beleuchtete den Kaiser und den künstlichen Vogel. Der arme Kaiser konnte kaum mehr atmen. Es war ihm gerade als ob ihm jemand die Brust zusammenschnüre. Er schlug die Augen auf und da sah er dass es der Tod war der auf seiner Brust saß. Er hatte sich des Kaisers goldene Krone aufgesetzt. In der einen Hand hielt er dessen goldene Schwert und in der anderen dessen prächtige Fahne und ringsum aus allen Falten der schweren Samtvorhänge schauten seltsame Köpfe hervor. Die einen waren sehr hässlich, die anderen aber so friedenbringend und meld. Das waren die bösen und guten Taten des Kaisers, die ihn nun, da ihm der Tod auf dem Herzen saß, anblickten. Erinnerst du dich daran? flüsterte eine nach der anderen. Erinnerst du dich auch daran? Und dabei flüsterten sie ihm so vielerlei zu, dass ihm der kalte Schweiß ausbrach. Das habe ich nicht gewusst, seufzte der Kaiser. Musik, Musik, die große chinesische Trommel soll spielen, rief er, damit ich nicht alles höre, was sie sagen. Aber die Köpfe erzählten immer weiter und der Tod nickte wie ein Chinese zu allem, was sie sagten. Musik, Musik, schrie der Kaiser. Du kleiner köstlicher Goldvogel, singe doch, singe. Ich habe dir Gold und Kostbarkeiten gegeben. Ich habe dir sogar meinen goldenen Pantoffel um den Hals gehängt. Ach, singe doch, singe. Aber der Vogel schwieg. Es war niemand da, um ihn aufzuziehen und sonst konnte er ja nicht singen. Aber der Tod sah den Kaiser mit seinen großen leeren Augenhöhlen immerfort an und es war so still, so fürchterlich still ringsum. Da erklang plötzlich dicht neben dem Fenster ein herrlicher Gesang. Er rührte von der kleinen lebendigen Nachtigall her, die von ihres Kaisers Krankheit gehört hatte und nun kam, um ihm Trost und Hoffnung zuzusingen. Und während sie sang, erbleichten die Schreckgestalten mehr und mehr. Das Blut pulsierte wieder rascher in dem schwachen Körper des Kaisers und selbst der Tod lauschte und sagte, fahre fort, liebe Nachtigall, fahre fort. Ja, wenn du mir den prächtigen goldenen Säbel gibst, ja, wenn du mir die reiche Fahne und des Kaisers Krone gibst. Und der Tod gab jedes der Kleinodien für einen Gesang hin und die Nachtigall sang und sang. Sie sang von dem stillen Friedhof, wo die weißen Rosen wachsen, wo der Holunder duftet und wo das frische Gras von den Tränen der Hinterbliebenen benetzt wird. Da bekam der Tod Sehnsucht nach seinem Garten und schwebte wie ein kalter weißer Nebel zum Fenster hinaus. Hab Dank, hab Dank, du himmlischer kleiner Vogel, sagte der Kaiser. Ich kenne dich wohl, dich habe ich aus meinem Reich und Land verbannt und doch hast du nun mit deinem Gesang die bösen Geister von meinem Bette und den Tod von meinem Herzen vertrieben wie soll ich es dir lohnen du hast mich schon belohnt antwortete die Nachtigall als ich zum ersten Mal vor dir sang bist du zu Tränen gerührt worden und das vergesse ich niemals das sind die Edelsteine die dem Herzen eines Sängers wohl tun aber nun schlafe und werde frisch und gesund ich werde dich in Schlummer singen darauf sang sie und der Kaiser fiel in einen süßen Schlaf ja sanft und wohltuend war sein Schlummer die Sonne schien auf sein Lager als er neu gestärkt und gesund erwachte von den Dienern war noch keiner zurück gekommen denn sie glaubten alle der Kaiser sei tot aber die Nachtigall saß noch da und sang du musst immer bei mir bleiben sagte der Kaiser du brauchst nur zu singen wenn du selbst Lust dazu hast und den künstlichen Vogel will ich in tausend Stücke zerschlagen tue das nicht sagte die Nachtigall er hat ja getan was er konnte behalte ihn daher wie bisher ich selbst aber kann nicht in deinem Schloss wohnen und leben lass mir Freiheit zukommen wenn ich selbst Lust dazu verspüre dann will ich abends dort am Fenster auf dem Zweigesitzen und dir vorsingen dass du froh aber zugleich auch nachdenklich gestimmt wirst ich will dir dann von den glücklichen und von denen die leid tragen singen und zugleich auch von dem bösen und guten singen dass dir von deiner umgebung verhehlt wird der kleine singvogel fliegt weiter umher zu dem armen fischer zum dache des landmanns zu jedem der fern von dir und deinem hofe ist ich liebe dein herz mehr als deine krone und doch hat die krone etwas vom dufte des heiligen an sich ja ich werde kommen und dir vorsingen aber eins musst du mir versprechen alles sagte der kaiser er stand da in seinen kaiserlichen gewändern die er sich selbst angelegt hatte und drückte den schweren goldenen säbel beteuernd an sein herz um eins bitte ich dich sage ja niemand dass du einen kleinen vogel hast der dir alles mitteilt dann wird es noch besser gehen darauf flog die Nachtigall von dannen die diener kamen herein um nach ihrem toten kaiser zu sehen ja da standen sie und der kaiser sagte guten morgen das gläserne krönlein von manfred küber es war einmal ein wunderschönes königskind das hatte ein gläsernes krönlein und das war so gekommen als dem alten könig und der alten königin ein prinzesschen geboren wurde da herrschte eitel freude im ganzen reich und alle leute aus allem land kamen herbei um das kleine königskind zu sehen und ihm irgendetwas in die seidene wiege zu legen gold und silber und edel gestein und allerlei schmuck und geschmeide und es war kein ende all der schönen schüsseln und schalen und becherlein und der ketten ringe und spangen und der alte könig und die alte königin gaben jedem ein glas wein und sagten ich ich danke dir schön und waren sehr zufrieden und glücklich und froh über die wunderschönen Sachen und am allermeisten über ihr wunderschönes Königstöchterlein als die leute aber alle fort waren und jeder in sein Land gezogen da kam eine seltsame fremde Fee an Prinzesschens Kinderbett und niemand wusste woher und die fremde Fee lächelte gar wunderbar und legte ein kleines gläsernes Krönlein auf den Königspurpur der Wiege und sagte dazu du kleines Königstöchterlein das Krönlein musst du hüten fein und mag es mancher noch so sehr du gibst es nie und nimmer her bis dass ein feiner Knabe kommt der dir wohl als Herz liebster frommt dann schenkst du ihm das Krönlein gleich und führst ihn in dein Königreich und als die fremde Fee das gesagt hatte hat sie das Königskind geküsst und ist leise leise wieder von dannen gegangen und niemand wusste wohin aber im Schlosse hing noch drei Tage und drei Nächte lang ein Duft von Flieder und Rosen und durch die großen marmelsteinernen Hallen und Prunkemächer ist's gehuscht wie lauter verirrte Sonnenstrahlen Das war sehr schön und der alte König und die alte Königin und alle Leute im Schlosse merkten daran dass ein Wunder geschehen war und dass es eine gar seltsame Bewandtnis hatte mit dem gläsernen Krönlein Nur was das eigentlich alles war wussten sie alle nicht und war auch niemand der es ihnen sagen konnte Das gläserne Krönlein aber wurde gar gut gehütet und bewacht und in eine goldene Kammer getan und die war mit sieben güldenen Schlössern verschlossen und mit sieben güldenen Riegeln verriegelt und erst als das kleine Prinzessin ein großes Prinzessin geworden war und noch viel schöner und holzseliger wie damals als es in der seidenen Wiege lag da wurden an der güldenen Kammer die sieben Schlösser aufgeschlossen und die sieben Riegel gelöst und das gläserne Krönlein hervorgeholt und dem Königskind auf das lange Lockenhaar gesetzt und der alte König und die alte Königin weinten dabei weil es doch ein so sehr feierlicher Augenblick war und sagten dazu sei nur ja recht vorsichtig dass das gläserne Krönlein nicht zerbricht Die schöne Königstochter freute sich sehr und versprach auch ganz ganz vorsichtig zu sein sie schaute nicht links und schaute nicht rechts sondern immer gerade aus damit ihr das gläserne Krönlein nur ja nicht vom langen Lockenhaar fieler das Krönlein aber glänzte und funkelte noch tausendmal heller und schöner als der hellste und schönste Demandstein und da das junge Königskind immer nur gerade ausging und nicht rechts und nicht links sah so ist das Krönlein auch gar nicht einmal irgendwo angestoßen oder gar herunter gefallen nachts aber wenn das Prinzesschen schlafen ging dann standen zwölf weißgekleidete Jungfrauen um das Königslager herum und hüteten das gläserne Krönlein das leuchtete und lote weit aus dem König schloss heraus ins nächtliche Land und das war sehr gut denn es gab keine Laternen im Königreich und wenn nicht gerade der Mond schien war es doch gar zu dunkel so waren alle sehr glücklich und zufrieden und priesen die fremde Fee und das gläserne Krönlein und nicht zum wenigsten das wunderschöne junge Königskent aber eines Tages als das Prinzesschen allein im Garten spazieren ging unter all den vielen tausend Bäumen und Blumen da hat's einem Male eine seltsame Wunderblume gesehen die ganz heimlich und unbemerkt über Nacht erblüht war trotzdem sie in der Erde stand und im entferntesten Winkel des Gartens so überstrahlte sie doch alle die anderen Blumen durch ihre zauberhafte Schönheit sie war gar herrlich anzusehen und hatte wunderlich geformte Blätter und eine große blaue Blüte in deren tiefen Kelch es rot schimmerte wie von roten Blutstropfen und ein Duft ging von dem Kelch aus so seltsam süß und wunderbar weich dass das Königskind gar nicht wusste wie ihm geschah es es beugte sich tief und immer tiefer auf den Kelch der Wunderblume herab um ihren Blütenduft zu atmen und da wurde ihm so zu Mute wie ihm noch nie gewesen war das gläserne Krönlein aber löste sich von dem Lockenhaar der Königstochter fiel auf die Erde und zerbrach da erbebte alles und das Königsschloss mit Hofstadt und Gesinde und allem was dazugehörte versank und das ganze Land mit all seinen Bewohnern war verschwunden der Tag ward finstere Nacht und das Prinzesschen saß allein auf grauer Heide und vor ihm lag das zerbrochene gläserne Krönlein als nun die Königstochter sah dass das gläserne Krönlein zerbrochen war und dass alles versunken war mit allem was sie liebte und sie allein und verlassen auf grauer Heide saß und noch dazu in stock finstere Nacht da fing sie gottsjämmerlich an zu weinen und machte sich bittere Vorwürfe dass sie über der seltsamen Wunderblume so ganz vergessen hatte dass sie ein gläsernes Krönlein trug da hörte da plötzlich neben sich ganz gedanken voll ja ja das hast du nun davon und wie sie hinsah saß ein großer alter rabe da der war sehr schwarz und sehr weise und schaute die füße einwärts und den kopf ganz eingezogen mit aufmerksamen blicken auf das gläserne Krönlein ach es ist so schrecklich so schrecklich schluchzte das Königskind und war doch beinahe froh dass nun etwas lebendiges in seiner Nähe saß und es nicht mehr so mutterseelen allein war mit seinem jammer ja es ist sehr schrecklich sagte der rabe ruhig und klappte dabei gemütlos mit den flügeln weil nun aber das arme Prinzessin so gar erschrecklich weinte so wurde der weise rabe schließlich doch auch etwas gerührt er wischte sich sogar vorsichtig mit der kralle eine träne vom auge wackelte zur königstochter hin und klopfte ihr beruhigend mit dem flügel auf die schulter und sagte dazu ja es ist schrecklich aber es ist doch nicht ganz so schrecklich als es hätte sein können du hast ja die wunderblume nicht abgebrochen was noch viel schlimmer gewesen wäre und dann führen feengeschenke nie zu einem schlechten ende selbst denjenigen nicht der damit nicht umzugehen verstand die letzten worte sagte er etwas strenger und schob dabei behutsam mit dem schnabel die beiden stücke des gläsernen krönleins auseinander das eine nach rechts und das andere nach links so dass man recht deutlich sehen konnte dass das krönlein zerbrochen war ach gibt es denn nichts was das krönlein wieder heil machen könnte fragte das königstöchterlein du weißt doch gewiss sehr viel kannst du mir nichts sagen der rabe schloss geschmeichelt die augen und schob dann die stücke des krönleins wieder höflich zusammen ich glaube wohl sagte er aber was da hilft kann ich dir auch nicht sagen du musst eben suchen da stand die königstochter auf nahm die beiden stücke ihres gläsernen krönleins und steckte sie in die tasche seufzte sehr tief und bedankte sich beim raben für seinen rat und die tröstenden worte bitte bitte sehr gern geschehen sagte der rabe und reichte ihr die kralle zum abschied más jahre die Königstochter aber ging ihrer wege im bettel gewand und mit ihrem zerbrochenen gläsernen krönlein auf das jemand fände der es ihr wieder heil mache So kam sie in einen großen, dunklen Wald, wo die Bäume so alt waren, dass sie's selbst nicht mehr wussten, und ihr Geäst war so dicht, dass sich nur selten ein Sonnenstrahl aufs grüne Moos verirrte. Die Königstochter ging immer weiter und weiter, und als sie schon ganz weit gegangen war, da sah sie plötzlich ein kleines Männchen vor sich. Es saß auf einem Baumstumpf, war gar gräulich anzusehen, und hatte eine Nase so rot wie ein Karfunkelstein und spinnendürre Beinchen. Sein Gewand aber war herrlich, von lauter flüssigem Gold, und auf dem Kopf saß eine goldene Krone mit Zacken, und auf jeder der Zacken war ein Edelstein, und jedes Mal ein anderer, sodass sie alle darin waren. Die ganze Krone war so schwer, dass man sich wundern musste, wie das Männchen sie tragen konnte, mit den spindeldürren gebrechlichen Beinen. Aber es trug sie doch, und rauchte auch noch Pfeife dazu. Eine kleine, ganz zierliche, goldene Pfeife, in der ein Tannenzapfen glimmte. »Guten Tag«, sagte das Männchen, »was fällt dir ein, in diesen Wald zu kommen?« Dabei spuckte es ganz giftig nach rechts und nach links. »Ich wusste nicht, dass es verboten ist«, entschuldigte sich die Königstochter schüchtern und ängstlich. »So, so«, sagte das Männchen, »ich bin der König der Zwerge und ich will dir meine Werkstätte zeigen, und das ist eine große Gnade!« Damit hüpfte das Männchen so schnell vom Baumstumpf herunter, dass die große Krone bedenklich wackelte, nahm die Pfeife aus dem zahnlosen Mund und stampfte dreimal mit den dünnen Füßchen auf den Boden. Da tat sich die Erde auf, und rote Glut lotte heraus, und die Königstochter sah eine Treppe, die tief in die tiefste Tiefe führte. Die Stufen schienen kein Ende zu nehmen, es graute ihr, da hinabzusteigen, und sie blieb zögernd am Eingang stehen. Aber das Männchen fuhr auf sie los. »Es ist eine große Gnade!«, fauchte es ermunternd. Da wagte die Königstochter nichts zu entgegnen und folgte dem komischen kleinen König die vielen, vielen Stufen hinab. Es war aber doch nicht so schlimm, als sie sich's gedacht hatte. Ehe sie sich's versehen, war sie unten und mittendrin in den Werkstätten der Zwerge. Das waren lauter, große, kunstvoll in den Felsen gehauene Säle, und da stand überall Amboss an Amboss und Esse an Esse. Das war eine Glut von all dem lohnenden Feuer und ein Lärm von den vielen Hämmern, die die vielen Zwerglein schwangen, das einem Hören und Sehen verging. In dem einen Saal wurden allerlei Waffen und Wehr geschmiedet, blanke Schwerter und glänzende Rüstungen und Schilder, und allerlei seltsame Zauberzeichen wurden darauf eingegraben, zum Schutz gegen Hieb und Stich. In einem anderen Saal wurden kostbare goldene und silberne Geräte angefertigt, Schüsseln und Schalen und Prunkpokale für die Königstafel des kleinen Männchens. Und auch für Feen war manches davon bestimmt, denn die Feen lassen sehr viel in den Werkstätten der Zwerglein arbeiten. Die Königstochter staunte all die Pracht an und wurde doch nicht froh, denn sie dachte immer an ihr zerbrochenes, gläsernes Krönlein. Das Männchen aber hüpfte ganz aufgeregt hin und her und guckte jedem Zwerglein auf die Arbeit, ob sie auch gut und wunderbar genug wäre, so wie sich's für eine Zwergenwerkstatt geziemt. Und wenn ihm etwas nicht recht war, dann fauchte es und ärgerte sich und spuckte nach rechts und nach links, und das sah sehr komisch aus. Wenn ihm aber etwas ganz besonders gefiel, dann beugte es sich ganz tief herab, rieb sich die dürren Händchen vor Vergnügen und seine Nase glühte dazu so rot, dass das lodernde Feuer der Essen gar nichts dagegen war. Dann führte der kleine König die Prinzessin in einen dritten Saal, und da war es viel stiller und auch nicht so rauchig und rußig, und man hörte nur ein ganz feines, leises Hämmern. Das klang wie lauter klingende Silberglöcklein. Da wurden Edelsteine gefasst zu allerlei schönen Geschmeiden, und kleine Kronen wurden darin geschmiedet, die die Elfen bekommen, wenn sie artig sind und nachts im Mondschein den Ringel reinschlingen. Wie nun die Königstochter die zierlichen kleinen Krönlein sah, da freute sie sich sehr und dachte, die Zwerglein könnten dann doch auch ihr gläsernes Krönlein wieder zurechthämmern. Und so holte sie das gläserne Krönlein hervor, zeigte dem Männchen die beiden Stücke und sagte, Ach bitte, kannst du mir nicht das Krönlein wieder schmieden lassen? Es ist entzwei gegangen und das ist sehr traurig, und solange es nicht wieder heil ist, muss ich auch immer traurig bleiben. Das Männchen sah empört auf. Was fällt dir ein? schrie es ganz giftig. Es ist sowieso schon eine große Gnade, dass ich dich hier heruntergeführt habe, und gläserne Krönlein kann man überhaupt nicht wieder schmieden. Wenn sie ein Zwei sind, sind sie ein Zwei. Ja! Da fing die arme Königstochter so bitterlich an zu weinen, dass alle die Zwerglein ihre Hämmer niederlegten und mit der Arbeit aufhörten. Und der kleine König ganz still wurde und ihm sogar eine große Träne langsam und schwer über die Karfunkelnase rollte. Ich habe eben auch Gemüt, sagte er. Wenn auch nicht viel, denn viel kann ich nicht brauchen. Aber du tust mir wirklich leid und ich will dir etwas sagen. Ich will dir ein kleines, güldenes Elfenkrönlein schenken. Ja, das will ich, aber es ist wirklich eine sehr große Gnade. Doch die Königstochter blieb so traurig, wie sie war und sagte, Ich danke dir, aber ich mag kein Elfenkrönlein und wenn es noch so schön sei. Ich will nur mein gläsernes Krönlein wieder geschmiedet haben und wenn du das nicht kannst, dann muss ich schon weitersuchen. Da wurde das kleine Männchen böse. Es stampfte mit den spinnendürren Beinchen, das die Krone hin und her wackelte und fuchtelte mit den Ärmchen dazu und spuckte nach rechts und nach links. Du magst kein Elfenkrönlein? schrie es wütend. Dann mach, dass du fortkommst. Es ist alles eine so große Gnade. Und was fällt dir überhaupt ein? Dann fingen die Hämmer wieder an zu schlagen, dass die Hallen dröhnten und die Essen loten auf, dass man vor lauter Ruß und Rauch den Feuerschein nicht mehr erkennen konnte. Die Königstochter aber befand sich auf einmal wieder draußen im tiefen Walde, auf dem grünen Moosboden, gerade an dem Baumstumpf, wo sie das Männchen zuerst gesehen hatte. Und sie raffte ihr Bettelgewand zusammen und setzte traurig ihren Weg weiter fort. Und als sie drei Tage und drei Nächte gegangen war und sich nur von wilden Bären genährt und auf der bloßen Erde geschlafen hatte, ganz allein und einsam und ohne ein lebend Wesen zu sehen, da erblickte sie im Morgensonnenschein hoch auf höchster Höhe einen marmelsteinernen Tempel. Der war ganz und gar mit den herrlichsten Lorbeerbäumen umstanden. Und wie die Königstochter hinauf in den Lorbeerhain kam, da sah sie lauter Gestalten darin umhergehen, mit bleichen, ernsten Gesichtern und mit einem Lorbeerzweig im Haar. Aber niemand sagte ein Wort und die Königstochter traute sich auch, niemand anzureden und zu fragen. An den Stufen des Tempels aber kam ihr ein Engel entgegen. Der war wunderschön, aber sehr ernst und traurig, ganz so wie die vielen Gestalten im Lorbeerhain. Und der Engel kam auf sie zu und sagte, Ich bin der Engel des Ruhmes. Was willst du in meinem Tempel und in meinen heiligen Hainen? Ich habe ein gläsernes Krönlein, sagte die Königstochter. Das ist mir zerbrochen und nun muss ich immer wandern und suchen, bis ich jemanden finde, der es mir wieder heil macht. Dann nahm der Engel sie freundlich bei der Hand und führte sie in seinen Tempel hinein. Und da drinnen war alles von Marmelstein und an den Wänden und Säulen standen goldene Namen geschrieben. Und die Morgensonne schien darauf, dass sie glänzten und leuchteten. Und draußen um die Mauer ging leise der Höhenwind und rauschte in den Wipfeln der Lorbeerbäume. Das sind alles die Namen derer, die draußen so still und ernst umhergehen, sagte der Engel. Es sind die Namen derer, die ihr innerstes Fühlen und Denken der Welt geschenkt haben und die von den Menschen unten mit Ehrfurcht und Dankbarkeit genannt werden. Solange sie auf der Erde sind, geht es ihnen freilich nicht gut und sie müssen sehr viel kämpfen und leiden. Und darum sind sie auch so still und ernst. Aber wenn sie die Erde verlassen haben, dann kommen sie zu mir und leben hier oben. Und hier ist Ruhe und Klarheit und ewige Morgensonne. Und wenn du magst, will ich dich auch zu einer der meinigen machen und du wirst einen Lorbeerzweig tragen und dein Name wird in goldenen Lettern in meinem Tempel stehen. Das wäre sehr schön und ich danke dir sehr, sagte die Königstochter. Aber wird dann mein gläsernes Krönlein wieder heil werden? Wenn du das machen könntest, dann würde ich gern bei dir bleiben. Nein, das kann ich nicht, sagte der Engel und sah sehr traurig aus. Und als er das sagte, schien's der Königstochter, als wären die goldenen Namen nicht mehr so glänzend und die Morgensonne nicht mehr so strahlend und die Lorbeerbäume matt und welk. Die Königstochter ging aus dem Tempel hinaus und durch die heiligen Heine und ging wieder weiter und immer weiter. So ging sie sieben Tage und sieben Nächte, immer gehen Norden zu und rings um sie herum war Schnee und Eis und es war bitter kalt, sodass sie vor Frost zitterte in ihrem ärmlichen dünnen Bettelkleid. Der Wald hörte auf, Strauchwerk und Blumen wurden immer spärlicher und schließlich war das arme Königskind zwischen lauter tief verschneiten Felsen und inmitten der Felsen erhob sich ein wunderbares Schloss. Das war das Schloss der Eiskönigin und alle Tore und Türme und Mauern waren aus kristallklarem Eis und schimmerten im blauen Mondlicht. Am Eingang standen zwei Männer. Die trugen eine Rüstung aus Eis und hielten große Eiszapfen als Lanzen in der Hand und wenn sie sich bewegten, dann knackten und klirrten sie vor lauter Frost. Hoch in der Königshalle aber saß die Eiskönigin auf ihrem kristallenen Throne und flocht sich silberne Mondstrahlen ins Haar und lachte dazu so seltsam, dass es klang als ob kleine Eisstückchen zerbrechen. Draußen aber um die Schlossmauer fielen unaufhörlich weiche, weiße Schneeflocken. Die arme Prinzessin im Bettelgewand wurde von den zwei Männern zum Throne der Eiskönigin geführt und während die beiden Männer die langen Eiszapfen ehrerbietig vor ihrer Herren neigten, machte die Königstochter einen tiefen Knicks und sagte »Kannst du mir nicht mein gläsernes Krönlein wieder heil machen? Es ist zerbrochen und das ist sehr traurig und ich muss immer wandern und suchen, bis ich jemanden finde, der es mir wieder zusammenschmiedet.« »Nein, das kann ich nicht«, sagte die Eiskönigin und lächelte dabei ganz seltsam. »Aber du kannst hier bei mir in meinem Schlosse bleiben und ich will dir ein Herz aus Eis geben. Das tust du in deine Brust und dann vergisst du alles und fühlst nichts mehr und denkst auch nicht mehr an dein zerbrochenes Krönlein. Das ist sehr hübsch. Du sitzt dann neben mir. Wir flechten uns Mondstrahlen ins Haar und draußen fallen lauter weiße, weiche Schneeflocken.« Die Königstochter schüttelte traurig den Kopf und sagte, »Ich danke dir schön, aber ich mag kein Herz aus Eis und wenn du mein gläsernes Krönlein nicht heil machen kannst, dann kann ich nicht bleiben und muss schon wieder weitersuchen.« »Ja, dann musst du schon wieder zurück auf die Erde. Viel Glück auf dem Weg«, sagte die Eiskönigin und lachte kalt und höhnisch dazu, dass es klang, als ob kleine, klare Eisstücke zerbrechen. Das arme Königskind ging wieder zurück auf die Erde und wanderte immer weiter und weiter und diente hier und dort als Markt, um sich sein tägliches Brot zu verdienen. Überall war das schöne Mädchen gern gesehen und man ließ es nur schweren Herzens wiederziehen, doch es blieb nirgends und hatte keine Ruhe bei Tag und bei Nacht. Von ihrem zerbrochenen Krönlein aber sagte sie niemand mehr etwas, denn es konnte ihr ja doch keiner helfen, dachte sie. Und wie sie so im Lande umherzog, da kam sie einmal vor ein wunderschönes Schloss und da fragte sie, wem das Schloss gehöre. Das Schloss gehört dem alten König, der so gerne süße Suppe isst, bekam sie zur Antwort. »Könnt ihr mich nicht als Markt gebrauchen?« fragte sie weiter. Da wurde der Koch geholt und der Koch holte den Oberkoch und der Oberkoch holte den Küchenminister und der sagte, »Ja.« So wurde die arme Prinzessin mit dem zerbrochenen gläsernen Krönlein eine Küchenmarkt im Schlosse des alten Königs, der so gerne süße Suppe aß. Sie war fleißig und bescheiden und alle hatten sie gerne. Da geschah es, dass der junge Prinz, der der Sohn des alten Königs war, von einer langen, langen Reise zurückkehrte. Er war wohl durch hundert Länder gefahren, um sich eine Frau zu suchen. Das hatte der alte König so gewollt, denn er hatte genug vom Regieren und wollte sich zurückziehen und nur noch süße Suppe essen. Der junge Prinz aber hatte keine Prinzessin gefunden, die ihm gefiel und die er hätte von Herzen liebhaben können. Und so kam er sehr traurig wieder zurück in seines Vaters Schloss. Der alte König und die alte Königin waren auch sehr traurig und das ganze Land natürlich auch. Als der Prinz aber einzog, erblickte er plötzlich die neue Küchenmarkt und es war ihm, als habe er nie etwas so Schönes und Liebreizendes gesehen und als habe er noch niemand so lieb gehabt. Da stieg er vom Pferde, ging auf sie zu, fasste sie bei der Hand und fragte sie, ob sie seine Frau werden wolle. Die Königstochter nickte und lächelte und war so glücklich, dass sie alles um sich herum vergaß und nur immer den Prinzen ansah, denn es war ihr, als habe sie noch nie etwas so Schönes und Ritterliches gesehen und als habe sie noch niemand so lieb gehabt. Und der Königssohn reichte seiner Braut den Arm und führte sie zum alten König und sagte, lasst mich die freien, ich will keine andere. Der alte König aber sagte, eine Magd kann nicht Königin sein, das geht nicht. Da wurde der Prinz sehr traurig, die Prinzessin aber tröstete ihn und sagte, dass sie eine ganz richtige Königstochter wäre und keine Küchenmarkt. So, so, sagte der alte König, dann geht es. Und er umarmte erst die Prinzessin und dann den Prinzen und nach dem alle beide zusammen. Und es wurde ein großes Fest angesagt und morgen sollte die Hochzeit sein. Als aber dann am anderen Tage die Prinzessin mit dem kostbarsten Hochzeitskleid und dem schönsten Geschmeide angetan, im Königssaal stand, unter all den vielen, vielen Ministern und Hofdamen und Trabanten, da sagte der Prinz zu ihr, nun setze dein Krönlein auf, damit wir einander angetraut werden. Da fiel der armen Prinzessin mit einem Male ihr zerbrochenes, gläsernes Krönlein ein, das sie über all ihre Liebe zum Königssohn ganz und gar vergessen hatte. Und sie fing bitterlich an zu weinen und unter heißen Tränen holte sie die beiden Stücke des Krönleins und zeigte sie dem Prinzen und dachte, dass nun alles, alles aus und vorbei wäre. Der ganze Hof geriet in die größte Bestürzung. Die Minister schüttelten missbilligend die weisen Häupter, die Hofdamen rümpften die Nase und die Trabanten standen nicht mehr stramm und kerzengerade wie früher. Der junge Königssohn aber sagte gar nichts, sondern neigte sich zur armen, weinenden Prinzessin nieder und küßte sie auf den Mund. Und in demselben Augenblick tat sich das zerbrochene, gläserne Krönlein wieder zusammen, so fest, als ob es nie zerbrochen gewesen wäre. Und während alle über das Wunder staunten, setzte der Prinz der Prinzessin das Krönlein ins Haar und das funkelte und glänzte schöner und heller als der schönste und hellste Demandstein, sodass sogar die Krone des alten Königs gar nichts dagegen war, trotzdem er sie noch kurz vorher sehr sorgfältig geputzt hatte. Da war ein großer Jubel im Schloss und im ganzen Lande und es wurde eine herrliche Hochzeit gefeiert und gegessen und getrunken und der alte König aß dreimal so viel süße Suppe wie sonst und freute sich furchtbar. Wie sie aber beim Hochzeitsmahl saßen, da kam eine goldene Karosse vorgefahren und heraus stiegen die Eltern der Prinzessin, die nun erlöst waren, mitsamt dem ganzen versunkenen Königreich. Da kannte die Freude keine Grenze mehr und alle umarmten sich so lange, bis sie müde wurden. Die Könige und die Königinnen, der Prinz und die Prinzessin und die Minister, die Hofdamen und die Trabanten. Und als sie sich genug umarmt hatten, da sagte der alte König, der so gern süße Suppe aß, zu dem anderen alten König, Jetzt wollen wir unsere beiden Reiche zusammentun und das Regieren den jungen Leuten überlassen. Wir aber wollen uns zurückziehen und nur noch süße Suppe essen. So geschah es und alle waren damit zufrieden. Der junge König aber und die junge Königin regierten zusammen und es war ein gar glückliches Königreich unter dem gläsernen Krönlein. Eselshaut von Charles Perrault Es war einmal, aber es ist schon lange her, ein großer König. Der war von seinen Untertanen so geliebt, von allen seinen Nachbarn und Verbündeten so geachtet, dass man ihn den glücklichsten aller Monarchen hätte nennen können. Sein Glück wurde noch durch die Tugend seiner Gemahlin erhöht, die nebenbei eine große Schönheit war und das glückliche Paar der Landeseltern lebte in schönster Eintracht. Aus ihrer Ehe erwuchs eine mit so vielen Reizen und Tugenden geschmückte Prinzessin, dass sie sich über den Mangel weiterer Nachkommenschaft billig trösten konnten. Das kann man der Überlieferung glauben, dass in des Königs Palaste Pracht, Geschmack und Überfluss herrschten und aus Gefälligkeit und der Seltenheit wegen wollen wir auch gläubig hinnehmen, was ferner berichtet wird. Dass seine Minister weise und gerecht waren, die Höflinge tugendhaft und anhänglich, die Diener fleißig und treu. Und sehr einleuchtend ist, was man weitererzählt, dass die Stallungen weit, groß und schön waren, sodass die armen Leute die prächtigen, immer reich gezäumten Pferde um ihre Wohnung beneiden konnten. Auffallend war nur dieses, dass in diesen prächtigen Stallungen ein Esel den obersten, besten und vornehmsten Platz einnahm. Aber diesem Esel musste man es zugestehen, dass er die Ehren, die ihm zuteil wurden, reichlich verdiente. Denn an jedem Morgen fanden sich in seinem Stand in schönen, wohlgeordneten Haufen große Mengen von Laubtalern und von Louis- und Friedrichsdoren aller Art, wie man nur mit dem Besen zusammenfegen brauchte, um mehr zu haben, als der ganze Hof und Haushalt des Königs bedurfte. Der eine Esel war mehr wert als ein ganzes Dutzend besten Finanzminister. Wie aber in dieser Besten der Welten alles dem Wandel unterworfen ist, das Glück der Könige ebenso gut wie das der Untertanen und wie auf Freud Leid folgen muss, so geschah es auch, dass die Königin plötzlich eine bösartige Krankheit heimsuchte, an der die Kunst der berühmtesten Ärzte zu Schanden wurde. Die Trostlosigkeit lag wie ein dicker Nebel auf dem ganzen Lande. Wie die Königin ihr letztes Stündlein herannahen fühlte, sprach die hohe Kranke zu ihrem in Tränen schwimmenden Gatten wie folgt. Mein Gatte, gestatte mir in meiner letzten Stunde eine Bitte, nämlich, dass, wenn ihr Lust habt, euch wieder zu verehrlichen. Niemals, niemals, fiel ihr hier der König schluchzend ins Wort, bedeckte ihre Hand mit Küssen und versicherte, dass jedes Wort eitel sei. Zweite Ehe, lachte er bitter. Nein, liebe Königin, befehlet lieber, dass man mich gleich mit euch bestatte. Der Staat, sagte die Königin mit einer Einsicht, die ihm den bevorstehenden Verlust noch empfindlicher machte. Der Staat verlangt einen männlichen Thronfolger und da ich euch nur eine Tochter gegeben, wird man in euch dringen, für einen Sohn zu sorgen, der eure Tugenden Erbe und eure segensreiche Regierung fortsetze. Nun aber beschwöre ich euch aufs Inständigste, bei aller Liebe, die uns verbunden, weichet dem Andringen eurer Völker nicht eher, als bis ihr eine Prinzessin gefunden, die schöner und besser gewachsen ist, als ich es war. Versprechet mir das mit einem Eide und ich will ruhig verscheiden. Sie bildete sich freilich ein, dass eine schönere und besser gewachsene Königin in allen Reichen nicht aufzutreiben sei und dass sie durch diesen Schwur eine zweite Ehe des Königs vereiteler. Der König war außer sich, weinte Tag und Nacht und versäumte nichts, was einem Witwer wohlanständig ist. Aber zu heftiger Schmerz tobte sich aus. Auch kamen bald die Großen der Krone, die den König aufforderten, sich zum zweiten Male zu verehrlichen. Als man ihm dieses Ansinnen zum ersten Male stellte, schien es ihm sehr hart und bewirkte nur, dass er aufs Neue in Tränen ausbrach. Er entschuldigte sich mit dem der hochseligen geleisteten Eide und forderte sie heraus, ihm eine schönere und besser gewachsene Königin zu finden, ebenfalls vermeinend, dass dies unmöglich sei. Aber der Staatsrat und die Großen der Krone beharrten auf ihrer Forderung untertänigsten Bitte und treu gehorsamsten Vorstellung. Sie gaben ihm zu erwägen, dass es eine Torheit sei, sich an solche Liebesschwüre zu halten, während man sich, wo der Staat und das Interesse es gebieten, um ganz andere Eide, Versprechungen und Verträge nicht kümmere. Sie sagten, dass an der Schönheit einer Königin und ob sie gut gewachsen sei, gar wenig, wohl aber an ihrer Tugend gar vieliger. Er sollte auch bedenken, dass der Staat im Interesse der Ruhe und der geordneten Thronfolge eines oder mehrerer Prinzen aufs Dringendste bedürfe und endlich, dass, wenn kein Prinz aus dem alten Haus mehr da sei, habsüchtige Nachbarn leicht Erbfolgekriege erregen und das Reich verderben und zerreißen könnten, wie das in der Geschichte schon zu wiederholten Male vorgekommen. Alle diese Überlegungen machten auf den König einen solchen Eindruck, dass er beschloss und versprach, sie in Erwägung zu ziehen. Als ein König, der sein Versprechen zu halten gewohnt war, fing er darauf in der Tat an, sich unter den Prinzessinnen umzusehen. Täglich wurden ihm reizende Porträts zur Ansicht vorgelegt, aber keines hatte die Schönheit der Hochseligen und so kam er zu keiner Wahl, zu keinem Entschluss. In einer unglückseligen Stunde stand er plötzlich betroffen vor einem Gedanken, vor einer Bemerkung. Die Prinzessin, seine eigene Tochter, war nicht nur bezaubernd schön und wunderbar gewachsen, sie übertraf noch weit die Hochselige an Geist, an Mut und allem, was das weibliche Geschlecht reizend machen kann. Ihre Jugend, ihre Schönheit entflammten ihn dermaßen, dass er es vor ihr nicht länger verbergen konnte und dass er endlich mit der Erklärung herausrückte, sie, nur sie, heiraten zu wollen, weil auch sie allein ihn von seinem Schwur entbinden könne. Die junge, schöne, tugendhafte Prinzessin meinte in Ohnmacht fallen zu müssen. Sie warf sich ihm zu Füßen, sie weinte, sie beschwor ihn, sie doch nicht dazu zu zwingen. Der König, der seinem Stande gemäß sich nichts versagen konnte, was er sich einmal in den Kopf gesetzt hatte, ging hin, um sich mit einem alten Droiden in dieser Angelegenheit zu beraten und das Gewissen der Prinzessin zu beruhigen, wohl wissend, dass dieser Druide für alle Sünden die schönsten Entschuldigungen zu finden verstand. In der Tat verließ er denselben, überzeugt, dass es ein frommes Werk sei, seine Tochter zu heiraten. Demgemäß umarmte er die Prinzessin und befahl ihr, sich für alles, was zur Hochzeit gehört, vorzubereiten. In dieser verzweifelten Lage blieb der armen Prinzessin nichts übrig, als sich an ihre Pate, die Fliederfee, um Rat und Hilfe zu wenden. Und in der Nacht schlich sie aus dem Palaster, spannte einen Hammel, der ihr Vertrauen besaß und der alle Wege kannte, vor ihren Wagen und fuhr im Mondschein davon. Noch vor Mitternacht kam sie bei der Fee glücklich an. Diese wusste natürlich schon, um was es sich handelte, ließ sich aber doch alles ausführlich erzählen und versicherte dann der Prinzessin, dass sie ganz ruhig sein könne und dass ihr nichts Böses geschehen werde, wenn sie nur ihre, der Fee, Ratschläge pünktlich befolge. Denn, sagte sie, es wäre ein großer Fehler, seinen Vater zu heiraten und man muss dem auszuweichen suchen, ohne ihm gerade zu widersprechen. Verlange du als Belohnung für dein Ja-Wort von ihm ein Kleid von der Farbe des Wetters. Sage du, es sei einmal dein Geschmack ein solches Kleid und du würdest nicht eher Ja sagen, als bis er dir dasselbe verschaffe. Niemals bei aller Liebe und Macht wird er dir ein Kleid von der Wetterfarbe verschaffen können. Gleich am nächsten Morgen tat die Prinzessin, wie die Pate gesagt hatte und schwor zu dieser Heirat nicht eher Ja zu sagen, als bis sie ein Kleid von der Wetterfarbe besitze. Der König war entzückt. Er ließ sogleich die berühmtesten Arbeiter des Landes kommen und versprach demjenigen, der ihm ein Kleid von schönster Wetterfarbe fabriziere, die höchsten Würden. So kam es, dass nach zweimal 24 Stunden das bestellte Kleid fix und fertig war. Der König jubelte. Die Prinzessin eilte wieder zur Fee, um neuen Rat zu holen. Diese meinte, es sei nichts zu tun, als auf dieselbe Weise fortzufahren und noch ein Kleid, und zwar von der Mondfarbe zu verlangen. Das tat dann die Prinzessin, aber schon nach 24 Stunden brachte derselbe Arbeiter ein Kleid, das leuchtete wie der Mond und war so schön, dass die Prinzessin darüber ihren Kummer, nicht aber ihre Tugend, vergaß. Sie nahm es an sich, fuhr aber fort, zu verzweifeln und zu klagen. Jetzt kam die Fee selber heran und riet ein Kleid von der Farbe der Sonne zu verlangen. Die Sonne, sagte sie, wird doch hoffentlich die verruchte Industrie nicht nachahmen können, und wenn sie es kann, so haben wir doch Zeit gewonnen und können uns indessen auf anderes besinnen. So verlangte denn die Prinzessin ein Sonnenkleid. Der König war unterdessen, gerade infolge des fortgesetzten Widerstandes, so verliebt geworden, dass er auch darauf einging. Er gab her, was er an Diamanten und Rubinen besaß und befahl, dass man ein Kleid verfertigte, welches die Sonne nicht nur an Glanz erreiche, sondern sogar übertreffe. Und siehe da, es kam ein Kleid zustande, das alle, die es sahen, zwang, die Augen zu schließen. Die Prinzessin war außer sich, die Fee wütend. Nachdem sie sich ein wenig beruhigt, sagte sie, Nun aber wollen wir uns mit diesen Teufelswerken nicht weiter befassen, sondern die Liebe des Vaters auf eine Probe stellen, die erschwerlich bestehen wird. Wir wollen einmal sehen, wie sich ein König benimmt, wenn man an seine Einkünfte rührt. Gehe hin, meine Tochter, und verlange die Haut jenes Esels, den er so hoch schätzt und der ihm eine so große Rente abwirft. Gehe hin und verlange besagte Haut. Die Prinzessin, glücklich noch ein Mittel zu besitzen, um dem verabscheuten Ehebunde zu entgehen, und überzeugt, dass der König den geliebten Esel ihr nicht opfern werde, verlangte also mit vielem Mute und großer Entschiedenheit die Haut des kostbaren Tieres. Der König erschrak, fasste sich aber bald und gab Befehl, dass der Goldesel geschlachtet werde. Als man ihr im Namen des Königs die Haut des Esels in einem schön geschnitzten Köfferchen herbeibrachte, raufte sich die Prinzessin die Haare aus. Jetzt sah sie keinen Ausweg mehr, um den bösen Wünschen des Vaters zu entgehen. Die Fee, die dazu kam, rief entrüstet, Was treibt ihr? Dies ist der schönste Augenblick eures Lebens. Hüllet euch in die Haut, verlasset den Palast und wandert, soweit euch die Erde trägt. Gibt es etwas Schöneres als die Gelegenheit, alles der Tugend zu opfern? Der Tugend, die am Ende jeder Geschichte belohnt werden muss? Ich werde in dieser Beziehung das meinige tun und dafür sorgen, dass alle die schönen Kleider und Kostbarkeiten, die ihr der Liebe eures Vaters danket, wohl einpackt, euch überall hin folgen. Nehmet diesen meinen Zauberstab. Wo immer ihr die Erde damit berührt, wird der Koffer, so oft ihr sein bedürfet, vor euch stehen. Jetzt aber haltet euch nicht länger auf und glückliche Reise. Die Prinzessin nahm von der Pate zärtlichen Abschied, bat sie um ihren ferneren Schutz, obwohl ihr der seitherige wenig genützt, hüllte sich in die hässliche Haut, beschmierte sich das schöne Gesicht, seufzend mit Ofenruß und schlich unerkannt aus dem Palaste ihrer Ahnen. Die Flucht der Prinzessin verbreitete allgemeine Bestürzung. Der König war mehr als verzweifelt. Die Hochzeitskuchen und Braten, die bereit standen, sahen ihn an wie ebenso viele Grabsteine seiner Liebe. Alles zitterte vor Besorgnis, das Fehlschlagen seiner Hoffnungen werde ihn in einen Tyrannen verwandeln und in der Tat erfüllte er die weiten Räume seines Palastes, die er durchtobte, mit tyrannenhaften Reden und Drohungen. Zu einiger Besinnung gekommen und sich der Mittel erinnernd, die ihm zu Gebote standen, erließ er hinter der entflohenen Prinzessin Steckbrief auf Steckbrief. Unterdessen wanderte die Prinzessin weit, weiter, immer weiter und noch weiter und suchte überall nach einem Unterkommen. Aber die Anstellungen, wenn man danach sucht, sind immer rar und von der schmutzigen Person wollte man vollends nichts wissen, höchstens, dass man ihr hier und da aus Barmherzigkeit ein Stück Brot für ihren Hunger verabreichte und um sie so schnell als möglich loszuwerden. Endlich kam sie, in der Nähe einer großen Stadt, in einen Meierhof, dessen Pächterin einer Schmutzmarkt bedurfte, welche die Schmutzlappen waschen, die Truthühner fittern und die Schweineställe reinigen sollte. Dazu schien die Prinzessin in der Eselhaut gerade gut genug und sie nahm die Stelle, müde des Landstreicherlebens, gerne an. Man wies ihr den verborgensten Winkel im Hause an und in den ersten Tagen war sie die Zielscheibe des Spottes der ganzen Dienerschaft, so schmutzig und widerlich nahm sie sich in ihrer Eselshaut aus. Nach und nach aber gewöhnte man sich an ihren Anblick und ließ sie umso lieber in Ruhe, als sie ihre Pflicht aufs Gewissenhafteste erfüllte und das ihr anvertraute Vieh auffallend gedieh. Eines Tages, da sie die Schafe und Ziegen hütend mit einem Lamme spielend und ihr trauriges Geschick bedenkend in holder Einsamkeit am Rande eines kleinen Wassers saß, fiel es ihr Einsicht darin zu bespiegeln. Sie erschrak über die hässliche Eselshaut, die sie bekleidete und über ihr ganzes Aussehen. Schnell wusch sie Hände und Gesicht, die weiß wie Elfenbein zum Vorschein kamen und die Frische ihres Gesichtes schien sich unter der Schmutzdecke besonders gut konserviert zu haben. Erfreut über ihre Schönheit badete sie sich ganz, aber hierauf musste sie sich doch wieder in ihre Eselshaut hüllen. Allein am nächsten Tage, einem Feiertage, schloss sie sich in ihr Kämmerlein ein, zauberte ihren Koffer herbei und legte das wunderschöne Wetterkleid an. Ihr Zimmerchen war so klein, dass nicht einmal die Schleppe darin Platz hatte. Das störte sie nicht. Sie hatte ihre Freude an ihrem Putz und ihrer Schönheit und beschloss sich diese Freude nunmehr jeden Sonn- und Feiertag zu gönnen. Das tat sie denn auch pünktlich, steckte Blumen und Diamanten ins Haar und frisierte dieses, das wie von Gold und außerordentlich reich und lang war, mit der ausgesuchten Kunst. Sie bedauerte nur, dass sie als Zeugen ihrer Schönheit niemand anderes um sich hatte als ihre Truthühner, Schafe und Schweine, denen sie als Eselshaut ebenso lieb war wie als schönste Prinzessin. Eselshaut nämlich war nach ihrer Toilette ihr bleibender Name geworden. Eines Tages, es war gerade ein Feiertag und Eselshaut hatte das Sonnenkleid angetan, kam der Prinz von einer Jagd zurückkehrend in diese Meierei, die ihm gehörte. Der Prinz war jung, schön, wohlgestaltet, geliebt vom König, seinem Vater und von der Königin, seiner Mutter und vom Volke außerordentlich angesehen. Er ließ sich herab bei der Pächterin ein gutes ländliches Mahl einzunehmen und dann die ganze Meierei von unten bis oben in allen Winkeln zu durchstöbern. So kam er auch in einen dunklen Gang und am Ende desselben an eine verschlossene Türe. Hier hatte er nichts eiligeres zu tun, als durchs Schlüsselloch zu blicken. Man kann nicht wissen, dachte er, was man durch ein Schlüsselloch zu sehen bekommt. Durch ein Schlüsselloch, wie klein es ist, sieht man oft große Dinge. Er täuschte sich nicht. Er sah die wunderschöne Prinzessin, die er in ihrem majestätischen Blick für eine Fee hielt. Am liebsten hätte er die Türe gleich eingetreten, aber der Anblick der Prinzessin flößte ihm so großen Respekt ein, dass er es denn doch blieben ließ. Er konnte sich nicht trennen von dem Schlüsselloch. Endlich tat er es doch, aber nur um Erkundungen einzuziehen nach der Person, die in dem Stübchen am Ende des dunklen Ganges wohnte. Man antwortete ihm, das sei eine Schmutzmagd namens Eselshaut, die man ihres Schmutzes wegen weder ansehen noch anspreche, die man nur aus Barmherzigkeit ins Haus genommen, um sie die Truthühner und Schafe hüten zu lassen. Der Prinz sah wohl ein, dass diese dummen Leute die wahre Wahrheit nicht kannten und fragte nicht weiter. Im Palaste angekommen war er bereits arg verliebt und fortwährend tanzte ihm das Bild jener Herrlichen, die er durchs Schlüsselloch gesehen, vor Augen. Er machte sich Vorwürfe, die Türe nicht doch eingestoßen zu haben und nahm sich vor, es das nächste Mal gewiss zu tun. Aber noch in derselben Nacht zog ihm sein erhitztes Blut ein solches Fieber zu, dass er in Lebensgefahr schwebte. Seine Mutter, deren einziges Kind er war, sah mit Verzweiflung, dass kein Mittel anschlug. Sie versprach den Ärzten die höchsten Belohnungen, aber deren Kunst erwies sich, wie so oft, als ohnmächtig. Sie machten lange Gesichter, schnupften, ließen die Köpfe hängen, schüttelten die Perücken, sprachen Lateinisch. Das war alles, was sie tun konnten, aber damit lockte man keinen Hund vom Ofen. Endlich wurde es etwas heller in ihren Köpfen und sie hatten einen Gedanken. Der Prinz, sagten sie, hat einen tödlichen Kummer. Und sie beeilten sich, diese Entdeckung der Königin mitzuteilen. Die Königin setzte sich an das Bett ihres Sohnes und beschwor ihn, ihr die Ursache seines Grames zu vertrauen. Ach, mein Sohn, nahm die Königin das Wort, dein Leben zu retten ist mir nichts zu teuer, nichts zu schwer. Rette du das Unsrige, indem du aufrichtig erklärst, was du willst, was dich grämt, und sei gewiss, dass alles geschehen wird, was, wie unser erster Minister zu sagen pflegt, geschehen werden kann. Nun, teure Mutter, rief der Prinz, wenn dem so ist, wenn es sich um euer teures Leben handelt, wäre es Sünde, länger mit meinen Gedanken und Wünschen hinter dem Berge zu halten. So sei es gesagt, ich wünsche, dass mir Eselshaut einen Kuchen backe und dass er mir, kaum gebacken, sofort vorgesetzt werde. Die Königin, die diesen Namen nie gehört, fragte, wer denn das sei. Ein Hofbeamter antwortete, Majestät, Eselshaut ist das hässlichste Geschöpf von der Welt, mehr Vieh denn Mensch, eine schmutzige, russige Haut, die in euer Majestät Meierei Truthühner hütet. Schadet nichts, erwiderte die Königin. Mein Sohn wird auf der Heimkehr von der Jagd von ihrer Bäckerei gegessen haben, es ist ein Krankengelüste, Eselshaut soll ihm sofort einen Kuchen backen, ich will es. Man lief, man ließ Eselshaut kommen, man befahl ihr für den Prinzen einen Kuchen zu backen, so gut als möglich. Eselshaut fühlte sich glücklich dem kranken Prinzen etwas leisten zu dürfen. Sie schloss sich in ihr Kämmerlein ein, wuß sich vor allem die Hände, warf sich dann in eines der schönsten Kleider, schmückte sich wunderbar und machte sich, so aufgeputzt, an die Verfertigung des Kuchens, zu dem sie die vorgeschriebenen sieben Sachen in bester Qualität auswählte. Während sie arbeitete und knetete, glitt ihr, unbekannt ob mit oder ohne Absicht, ein Ring vom Finger in den Teig und blieb darin stecken. Als der Kuchen fertig war, warf sie wieder die Eselshaut um und übergab ihn dem Staatsminister, der vor der Türe wartete und den sie teilnehmend nach dem Befinden des lieben Prinzen befragte. Der Staatsminister aber würdigte sie keine Antwort, und eilte mit dem Kuchen zum Prinzen. Der Prinz riss ihm den Kuchen mit solcher Heftigkeit aus der Hand und biss mit solcher Gier da rein, dass die Ärzte wieder die Häupter schüttelten, wie bei einem bösen Anzeichen, vermeinend, dass dieses nichts Gutes bedeute. Auch sah es einen Augenblick in der Tat bedenklich aus, denn der Prinz fing arg zu würgen an, als ob er ersticken wollte. Im Geheimen triumphierten die Ärzte schon von wegen der Trefflichkeit ihrer Ansichten. Das Würgen aber kam nur daher, dass der Prinz den Ring, der in dem Kuchen stak, beinahe verschluckt hätte. Er zog ihn noch rechtzeitig und geschickt hervor, betrachtete ihn, und die furchtbare Eskir war mit einem Male verschwunden. Der Ring stellte ein feines, mit einem smaragd geschmücktes, geschwundenes Schilfrohr vor, und der Reif war ein so feiner, so feiner, dass er nur dem zartesten Finger passen konnte. Er küßte und herzte den Ring auf das Zärtlister. Der Besitz des Ringes regte den Prinzen noch heftiger auf. Den Kuchen, sagte er sich, habe ich erhalten. Ob ich aber auch die Kuchenbäckerin erringe? Alle Welt spricht schlecht von ihr. Ich mache mich lächerlich, wenn ich meine Liebe zu ihr eingestehe. Und sage ich, was ich durchs Schlüsselloch gesehen, so verrate ich, dass ich durch Schlüssellöcher sehe und man hält mich für verrückt, weil es niemand glauben wird. Die Ärzte erklärten endlich, der Prinz müsse liebeskrank sein. König und Königin stürzten herbei, baten ihn, er möchte nur seine Liebe bekennen und schworen, dass sie zu jeder Verbindung ihre Einwilligung geben würden. Oh, lächelte der Prinz, eine arge Missheirat kann es nicht werden mit einer Person, die einen solchen Ring zu tragen im Stande ist. Und so sprechend zog er den Ring hervor und zeigte ihn den erhabenen Eltern. Diese prüften ihn als Kenner und waren ebenfalls der Meinung, dass der Ring nur einer Tochter hoher Herkunft passen könne. Und darauf beschwor der König seinen Sohn, sich mit der Genesung zu beeilen und befahl, dass man mit Paukenschall und Trompetenklang in der ganzen Stadt verkünde, dass alles, was weiblich sei, in den Palast komme, um den Ring zu probieren und wenn er passe, den Prinzen zu heiraten. Man hatte das kaum verkündigt, als sie sich schon in Scharen hereindrängten. Zuerst kamen die Prinzessinnen, dann die Herzoginnen, dann die Gräfinnen, dann die Freifräulein und solche, die es werden wollten. Umsonst. Keiner wollte der Ring passen. Man kam mit dem Probieren bis herunter auf die Nähmädchen. Ebenfalls vergebliche Mühe. Der gesuchte zarte Finger fand sich nicht. Der Prinz, den die Sache ganz besonders interessierte, hatte sich vom Bette erhoben und probierte selbst, was ihn aufs angenehmste zerstreute. Jetzt fragte der Prinz mit unschuldiger Miene, hat man auch jene Eselshaut kommen lassen, die mir den Kuchen gebacken? Alle Welt lachte, man konnte doch die schmutzige, hässliche Person nicht zu Hofe berufen. Warum nicht? schrie der König mit Donnerstimme. Man hole sie sogleich, es soll nicht heißen, dass ich Ausnahmen gemacht hätte. Man lächelte hinter dem Rücken des Königs, aber man gehorchte und holte Eselshaut. Die Prinzessin, der die Geschichte schon zu lange dauerte, wie wahrscheinlich dem Hörer auch, wartete mit Ungeduld und immer in der Angst, dass der Ring einer anderen passen könnte, obwohl sie aus der Geschichte Aschenputtels schloss, dass der Ring nur ihr passen könne, wie jene allein das bekannte Pantöffelchen passte. Sie war also ganz glücklich, als man kam, an ihre Tür pochte und sie zu Hofe befahl. Man kann sich denken, dass sie, in Erwartung der Dinge, die da kommen sollten, sich längst auf das Prachtvollste angekleidet hatte. Sobald sie aber durch die geschlossene Tür zu Hofe befohlen wurde, warf sie rasch die Eselshaut wieder um. Wie sie so aus ihrer Stube heraustrat, wurde sie mit allgemeinem Hohngelächter empfangen. Lacht ihr nur, dachte sie und ging zu Hofe. Auch der Prinz, als er sie, die er so prächtig gesehen, in so abschreckender Gestalt wieder sah, machte große, verblüffte, enttäuschte Augen. Traurig fragte er, entschuldigt, seid ihr es, die die kleine Stube am Ende des Ganges im dritten Hofe der Meierei bewohnt? Zu dienen, Hoheit, antwortete die Prinzessin. So zeiget gefälligst eure Hand, sagte der Prinz seufzend. Nun aber ging's los. Wer war überrascht? Wer sonst als der König und die Königin und alle Kammerherren und alle Großen der Krone, als hinter der Eselshaut das weißeste, zarteste, lieblichste, kusslichste, rosigste Händchen hervorkam, auf dessen dicksten Finger der Ring schlüpfte, als ob er es nicht erwarten könnte und als endlich die Prinzessin eine leichte Bewegung mit der Schulter machte, wie wenn man einen Mantel abwirft und die Eselshaut abfiel und sie dastand in ihrer unbeschreiblichen Schönheit und Pracht. Schon lag der Prinz ihr zu Füßen und drückte sein Gesicht an ihre Knie und schon hielten die Eltern bei ihr um sie für ihn an. Die Prinzessin glaubte Erklärungen geben zu müssen und öffnete eben den Mund, als sich die Decke des Saales öffnete, die Fliederfee auf einem Fliederwagen herniederstieg und sofort die ganze wunderbare Geschichte erzählte. Glücklich verdoppelten die hohen Eltern ihre Freudenausbrüche und der Prinz liebte sie womöglich noch heftiger. Und wie musste er sie erst lieben, als sie noch alle Alten häufte und erklärte, dass sie es nicht für schicklich halte, sich ohne Einwilligung ihres Vaters zu verheiraten. So schickte man denn gleich eine Gesandtschaft an ihn ab, um ihn zur Hochzeit einzuladen, ohne weiter viel von der Braut und ihrem Geschlecht zu sagen. Die Fee hatte es so angeordnet von wegen der Folgen. Bald kamen die eingeladenen Könige von allen Seiten her. Die einen in der Sänfte, die anderen im Wagen, die dritten, vierten und fünften auf Elefanten, Löwen, Tigern reitend, manche sogar auf Adlern, auf einfachen wie auf Doppeladlern. Aber am prächtigsten kam der Vater der Prinzessin daher, welcher glücklicherweise seine sündhafte Schrulle längst vergessen und eine schöne Königin geheiratet hatte. Das war ein Wiedersehen. Die Prinzessin warf sich ihm zu Füßen. Er verzieh ihr und dann verzieh sie ihm. Dann umarmten sie sich und alles endete in Glück und Freude. Die Eselshaut aber wurde in das Wappen des Königshauses aufgenommen, zur ewigen Erinnerung, dass man auch in solcher Haut durch die Welt kommen und die Throne mehrerer Königreicher besteigen könne. Grünus Krawalle von Johann Wilhelm Wolf Der König von Eiland hatte einen Sohn. Der hieß Jakob. Der war nicht zum Besten geraten. Tag und Nacht saß er im Wirtshaus und spielte Karten und verspielte alles, was er um und an hatte. Als dies verloren war, bestahl er seines Vaters Schatzkammer, die Kleiderkammer, die Wäschkammer, kurz, alles, was ihm unter die Finger kam, war so, dass die königliche Familie in Not geriet. Der König wurde dessen zuletzt müde und sperrte ihn ein. Da spielte er mit sich selbst, seine rechte Hand gegen seine linke. Zuletzt ließ man ihn jedoch wieder los, nahm ihm die Karten und der König verbot, dass jemand ferner mit ihm spiele und wer es tue, werde hingerichtet. Traurig darüber, dass er nicht mehr spielen konnte, ging der Prinz eines Tages in den Wald. Da kam ein Jägersmann im grünen Rock daher und frug ihn, was ihm fehler. Der Prinz klagte ihm seine Not und und der Jäger sprach Wagt niemand mit dir zu spielen, dann wage ich es, nur müssen wir vorher über Gewinn und Verlust einig sein. Das versteht sich von selbst, ich bin mit allem zufrieden, sprach der Prinz. Gut also, wenn ich verliere, fuhr der Jäger fort, dann gebe ich dir jedes Mal zwei Pferde mit goldenen Sätteln, verlierst du aber, dann bist du mein. Das ist ein Wort, rief der Prinz voller Freude, jetzt sage mir nur noch, wie du heiß ist. Ich heiße Grünus Krawaller und hier sind die Karten. Da setzten sich die beiden nieder und spielten und fluchten dazu und der Jäger ließ den Prinzen stets gewinnen, so dass dieser abends die beiden Gäule heimführte. Der König machte große Augen, als er ihn kommen sah, verwies ihm sein Spiel jedoch nicht allzu scharf, denn die goldenen Sättel waren viel wert und Geld konnte der König sehr gut gebrauchen. Am zweiten Tage war der Prinz schon frühzeitig im Walde und der Grünus Krawalle ließ nicht lange auf sich warten. Diesmal hatte der Prinz aber kein Glück. Er gewann wohl einmal, dafür verspielte er aber zwölfmal und die Summe der ganzen Rechnung war, dass er dem Jäger zu eigen fiel. Ich könnte dich zwar jetzt sogleich mit mir weg schleppen, sagte der Jäger, doch will ich Gnade für Recht ergehen lassen. Ich gebe dir Jahr und Tag Zeit, mich zu suchen. Findest du mich, dann bist du frei. Findest du mich nicht, dann bist du mein und ich hole dich zur festen Stunde, denn ich weiß immer, wo du bist. Damit verschwand der Jäger und der Prinz sah nun wohl ein, mit wem er zu tun hatte. Da war nun nichts zu machen, als den Jäger zu suchen. Der Prinz wanderte in den Wald hinaus. Manche Woche und manchen zogen. Da kam er eines Tages in einen dichten Wald und tief, tief im Walde an ein Einsiedlerhäuschen. Er trat hinein. Da hob der Einsiedler sein Haupt und sprach, Guten Tag, Prinz Jack von Eiland. Ei, woher kennt ihr mich denn? Fragte der Prinz und der Einsiedel antwortete, Ich kenne alle Menschen in der Welt. Da freute sich der Prinz von Herzen und fragte schnell, Dann kennt ihr auch den Jäger Grünus Krawalle und wisst mir zu sagen, wo ich ihn finde. Der Einsiedel besann sich lange. Dann sprach er, Einen solchen Namen gibt es nicht in der Welt. Ihr müsst andere Leute darüber fragen, welche klüger sind als ich. Da nahm der Prinz gar traurig Abschied von dem Einsiedel und setzte seinen Stab weiter. Schon wieder war er eine gute Zeit lang also herumgezogen und hatte überall nach dem Grünus Krawalle gefragt, aber keiner wusste ihm etwas von demselben zu sagen. Da geriet er eines Tages wiederum in einen dichten tiefen Wald und kam darin an ein Einsiedlerhäuschen. Er öffnete die Tür. Da saß in dem Häuschen ein ganz misswachsener alter Mann mit einem so großen Buckel, dass er den Kopf ganz nahe an der Erde trug. Der grüßte den Prinzen. Guten Tag Prinz Jack von Eiland. Ei, woher kennt ihr mich denn? fragte der Prinz und der Alte erwiderte, ich kenne alle Menschen in der Welt. Ei, dann kennt ihr gewiss auch den Grünus Krawalle und wisst nur zu sagen, wo er wohnt, sprach der Prinz. Der Einsiedel besann sich und besann sich, dann sprach er, einen solchen Namen gibt es meines Wissens nicht in der Welt, aber warte hier bis zwölf Uhr, mein Sohn, dann kommen die lieben Englein und bringen mir Speise, weil ich zu alt und schwach bin, mir selber Speise zu verschaffen, die wissen es wohl eher als ich. Der Prinz setzte sich zu dem Einsiedel, der ihm manche guten Lehren gab, denn es war ein gar frommer Mann. Um zwölf Uhr sprang die Tür des Häuschens auf, da kamen die Englein, eine große Schar und brachten dem Einsiedel die himmlische Speise. Eins hielt ihm den Kopf, das andere den Teller, das dritte gab ihm das Essen in den Mund, das vierte ließ ihn trinken, das fünfte wusch ihm den Mund ab, und so hatte jedes sein Amt bei ihm. Als er fertig gegessen hatte, bat der Prinz die Englein. Könnt ihr mir nicht sagen, wo der Jäger Grünus Krawalle wohnt? Das ist er, Gott sei bei uns, riefen die Enge allzumal. Tausend Stunden von hier im Walde wohnt ein Einsiedler, der weiß es, wenn du ihn fragen willst. Der Weg war zwar weit, aber Prinz Jack hatte nun mehr Mut gewonnen und ging kräftig zu, bis er an des Einsiedels Häuschen kam. Er öffnete die Tür. Da grüßte ihn der Einsiedel, der auch ein uralter Mann war. Guten Tag, Prinz Jack von Eiland. Ei, woher kennt ihr mich denn? fragte der Prinz. Ich kenne alle Menschen in der Welt, antwortete der Einsiedel. Dann kennt ihr auch den Jäger Grünus Krawalle, sprach der Prinz, und könnt mir sagen, wo er wohnt. Das kann ich dir sagen, lieber Sohn, antwortete der Einsiedel. Gehe den Weg hinter meiner Klause gerade fort, nicht rechts und nicht links. Dann wirst du an ein großes, rundes Schloss mit hohen Mauern kommen, welches kein Tor und keine Tür hat. Warte da bis um zwölf Uhr mittags, dann öffnet sich die Mauer und zwei weiß gekleidete Damen treten heraus. Dann musst du schnell hineinschlüpfen und sogleich nach dem Grünus Krawalle fragen. Du darfst dich beileibe nicht aufhalten und musst wohl sorgen, vor drei Uhr wieder heraus zu sein, sonst geht es dir schlimm. Der Prinz versprach voller Freude alles, dankte dem Einsiedel für seinen Rat und eilte weiter, bis er an das große Schloss kam. Das war Zirkel rund und hatte himmelhohe Mauern von mächtigen Steinen. Er ging herum, aber da war kein Eingang zu sehen. Gegen zwölf Uhr endlich öffnete sich die Mauer und zwei schöne weiße Jungfrauen traten heraus und gingen in den Wald. Sobald sie weg waren, schlüpfte der Prinz durch dieselbe Öffnung in das Schloss. Da ging er von Zimmer zu Zimmer und eins war immer schöner als das andere und dabei hielt er sich gar lange auf. Endlich frug er nach dem Grünus Krawalle. Da kam dieser sogleich in seinem grünen Jägerrock heran und sprach Das war dein Glück. Heute ist der letzte Tag, den du jetzt gib mir meine Handschrift, damit ich fort kann, sprach der Prinz, doch Grünus Krawalle sagte, das hat ja noch Zeit, ich will dir vorerst meinen Garten im Schloss zeigen und noch vieles andere, was du dein Lebetag nicht wieder siehst. Da ließ sich der Prinz verleiten und der Jäger führte ihn rechts und links herum und schwatzte ihm allerhand vor, bis es plötzlich drei Uhr schlug. Gib mir schnell meine Handschrift, rief der Prinz und Grünus Krawalle gab sie ihm lachend und sprach, da ist sie, aber übereile dich nicht, denn jetzt bist du doch mein. Da packte er ihn und schleppte ihn fort in den Eiskeller, wo der arme Prinz täglich nur ein Stückchen Brotkruste bekam und die war noch dazu ganz Da hatte Jack von Eiland wohl Ursache zu weinen, denn es ist nichts ärger, als wenn man nach langem Schaffen und vieler Not meint, etwas errungen zu haben und dennoch mit leeren Händen dasteht. Doch hatte der Prinz bei all seinem Unglück noch Glück, ohne dass er es anfangs ahnte. Als der Jäger ihn nämlich fortschleifte zu dem Eiskeller, da kamen gerade die beiden schönen weißen Jungfrauen daher. Das waren dem Grünus Krawalle seine Töchter. Die Jüngste, welche die schönste war, hatte Mitleid mit dem armen Prinzen, weil er so sehr schön war und dabei so sehr unglücklich, denn sie wusste von ihrem Vater, dass er also verlockt und gefangen werden sollte. Sie schlich sich eines Tages an das Fensterloch zu dem Eiskeller. Da sah sie, wie der Prinz sein Brot in ein wenig Eiswasser erweichte und es so mit rechtem Heißhunger verschlang. Das tat ihr tief im Herzen weh und sie ging noch in derselben Nacht zur Küche, holte sich eine ganze Schürze voll guter Sachen, die vom Mittagessen übrig waren und trug sie dem Prinzen in seinen Eiskeller. Ach, wie war er ihr dafür so dankbar. Er küsste ihre beiden Hände und war ganz außer sich vor Freude. Das rührte sie so sehr, dass sie ihm von da an jede Nacht Speise zutrug und die harten Brotkrusten mit sich nahm. Jedes Mal blieb sie ein wenig länger bei ihm und ließ sich von ihm erzählen und jedes Mal gefiel er ihr besser und sie ihm. Da sprach sie einmal Höre, ich habe dich so lieb, dass ich ohne dich nicht mehr leben kann. Wenn du mein Gemahl werden willst, dann entfliehe ich mit dir, denn ich habe mein Vater gar nicht lieb und dich mehr als die ganze Welt. Da glaubte der Prinz, der ganze Himmel ginge vor ihm auf. So groß war sein Glück. Er warf sich vor ihr auf die Knie und sprach, diesen Wunsch trage ich ja schon so lange heimlich in meinem Herzen und habe Nacht und Tag Kummer und schweres Leid gehabt, weil ich dachte, das könne nie geschehen. Ich verspreche dir nie eine andere Frau zu lieben und dir treu zu sein in Not und Tod. Jetzt wurde ihnen jede Minute in dem Schloss zu einer Ewigkeit und schon in der folgenden Nacht entflohen beide. Sie verwandelte sich in eine Rabe, ihn in einen Tauber und so flogen sie durch das Kellerloch und über den Wald hinweg. Das war eine Freude. Als der Morgen schon anfing über die Berge zu klettern, da schaute die Rabe sich um und rief Ach, da kommt meine Schwester und eilt uns nach. Sie ließen sich rasch nieder und die Jungfrau verwandelte ihn in einen Rosenstock und sich selber in die Rose darauf. Da kam ein großer großer Sperber geflogen. Das war die älteste Schwester, welche Grünus Krawalle ihnen nachgeschickt hatte, um sie einzufangen und zurück zu bringen. Der schaute sich um, setzte sich auf den Rosenstock und roch an der Rose. Dann erhob er sich und flog wieder zurück zum Schloss. Da stand der Jäger schon und fragte, nun, hast du sie gefunden? Nein, antwortete sie, ich fand nur einen Rosenstock mit einer Rose daran. Hatte die Rose einen natürlichen Geruch? fragte er weiter und sie sprach, Nein, sie roch nicht. Ei, Dummes, warum hast du sie nicht mitgebracht? schallte er. Der Rosenstock wäre wohl von selbst nachgekommen. Da ging er zu seiner Frau, die verwandelte sich in einen Weih und flog aus und ihnen nach. Unterdessen waren die beiden weitergezogen, sie als Rabe und er als Tauber. Plötzlich schaute sie sich um und rief Ach, da kommt meine Mutter und eilt uns nach. Schnell verwandelte sie sich in einen Felsen und ihn in einen Steinklipper. In dem kam der Weih heran, ließ sich nieder und frug ihn, Hast du nicht einen Jüngling und ein Mädchen vorbeirennen sehen? Er sprach, Ich stehe um fünf Uhr morgens auf, da gilt's tüchtig zu schaffen. Das geht klipp, klipp, den ganzen Tag und da werden einem die Arme so müde, dass man meint, sie fielen einem gerade ab. Und er klopfte und hämmerte fleißig drauf los. Sie fragte wieder, Davon spreche ich ja nicht, hast du nicht einen Jüngling und ein Mädchen vorbeirennen sehen? Ach, sechs Batzen, oft mehr, aber auch schon weniger, antwortete er. Da wurde das Weib ungeduldig und flog zurück zu dem Schloss. Hast du sie nicht gefunden? fragte Grünos Krawalle. Ich fand nur einen Steinklipper an einem Felsen, der war taub oder nicht recht bei Sinnen, sprach sie. Ei Dummes, schallt er, warum hast du nicht ein Fels Bröcklein mitgenommen? Der Steinklipper wäre schon nachgekommen. Da verwandelte er sich in einen Adler und flog ihnen selbst nach. Die beiden hatten sich unterdessen in ihrem Fluge so geeilt, dass sie außerhalb des Waldes gekommen waren und weiter als der Wald reichte, hatte Grünos Krawalle keine Macht. Da saßen sie im Gras und freuten sich ihrer Rettung. Als herankam und sah, dass sie ihm entwischt waren, sprach er, das hat so sein sollen, aber komm her, mein Töchterlein, ich gebe dir noch ein Andenken mit, dessen wirst du in der Folge sehr bedürfen. Und er schenkte der Jungfrau drei Nüsse. Wenn sie in Not sei, solle sie eine nach der anderen aufklopfen. Nun zogen die zwei Lieben fröhlich weiter, bis sie in das Königreich Eiland kamen. An der Grenze des Reiches stand eine Mühle. Da sprach sie, du musst mich hier als Prinz abholen, weiter darf ich nicht mit dir gehen, und hier erwarte ich dich. Küsse aber niemanden, sonst vergissest du mich und bringst mich in großes Unglück. Der Prinz versprach es ihr, nahm Abschied und gelobte ihr, sie noch vor Abend abzuholen. Als er in die Nähe des Schlosses kam, lief ihm sein alter treuer Pudel entgegen, sprang an ihm empor und leckte ihn am Mund. Da war alles Vergangene aus seinem Sinn verschwunden, seine Gefangenschaft und seine Rettung und er dachte der schönen Jungfrau gar nicht mehr. Das war wohl sehr undankbar, meint ihr, aber es hätte er sie gewiss nicht vergessen. Die Freude, welche im Schlosse über seine Rückkehr herrschte, ist gar nicht zu beschreiben. Es wurden sogleich große Feste veranstaltet und da gerade eine sehr schöne Prinzessin am Hofe zu Besuch war, welcher der Prinz nicht übel gefiel, so konnte der König ihn leicht bereden, das Fest mit einer Hochzeit zu krönen und zu beschließen. Die an der Mühle Abholer. Als es gegen Abend ging, trat sie in die Mühle und fragte, ob sie wohl Dienst haben könne. Was kannst du denn? fragte der Müller. Spinnen und Nähen, antwortete sie, und da eben eine Markt fortgegangen war, so nahm sie der Müller an. Jeden Tag fuhren die Müller Bursche Mehl in das König Schloss und wenn sie heimkamen, erzählten sie, was in der Stadt vor sich ging. Also erfuhr die Jungfrau wie der Prinz eine andere Braut habe, wie er in Freude lebe und in drei Tagen zu heiraten gedenke. In dieser großen Not öffnete sie eine der drei Nüsse, welche sie von ihrem Vater bekommen hatte. Da war ein prächtiges silbernes Kleid drin. Das zog sie an und ging zur Stadt und vor das Schloss, wo sie auf und abspazierte. Die Braut schaute just zum Fenster hinaus und als sie das Kleid sah, sprach sie zu ihren Dienerinnen. Geht schnell hinunter und frag das Mädchen, ob ihr das Kleid feil sei. Ich will es teuer bezahlen. Als die Dienerinnen zu der Jungfrau kamen und sie fragten, antwortete sie, Geld und gut will ich nicht, aber wenn ich eine Nacht in der Kammer des Prinzen schlafen kann, gebe ich das Kleid her. Das gefiel der Braut nicht, doch er sah sie bald einen Ausweg, denn das Kleid hätte sie um alles nicht fahren lassen. Sie mischte dem Prinzen einen Schlaftrunk in seinen Wein. Davon schlief er so fest, dass ihn ein Kanonenschuss nicht hätte aufwecken können. Als nun ganze Nacht hast du denn ganz vergessen, wie ich dich aus dem Eiskeller erlöst habe und wie du mich als eine Rose an deinem Herzen getragen hast und wie du als Steinklipper mit dem schweren Hammer auf mein Herz geschlagen hast und wie ich in der Mühle auf dich warte und weißt nicht, dass ich um dich mit meinen armen Fingern den groben Hanf spinne, dass das Blut herunter läuft ach wie groß ist doch die Falschheit in dieser Welt so jammerte sie fort und fort bis zum hellen Morgen aber der Prinz hörte nicht ein Wort davon umso besser hatten es die Schildwachen gehört welche vor der Tür standen und das arme Mädchen dauerte sie so sehr dass sie ihr gern geholfen hätten nur wussten sie nicht wie sie glaubten nicht anders als der Prinz habe alles gehört und gar keine Acht darauf gegeben darum fassten sie einen wahren Hass gegen ihn die Jungfrau war zu Tode betrübt als sie des Morgens aus der Kammer musste ohne dass der Prinz sie gehört hatte sie ging in den Wald da fiel ihr ein dass sie noch zwei Nüsse habe und sie klopfte die zweite Nuss auf da kam ein Kleid von purem Gold heraus das war noch viel viel schöner wie das erste und gar nicht mit ihm zu vergleichen sie zog es an und ging damit vor dem Schlosse auf und ab als die Braut aus ihrem Zimmer sah wie das kostbare Kleid in der Sonne glänzte sprach sie zu ihren Dienerinnen das Kleid muss ich haben es mag kosten was es will geh zu dem Mädchen und fragt wie viel es dafür fordert die Dienerinnen kamen zu der Jungfrau und fragten sie sie sprach um Geld und gut ist mir das Kleid nicht feil aber wenn ich eine Nacht in der Kammer des Prinzen schlafen kann so gebe ich es her die Braut war das zufrieden und mischte abends dem Prinzen wieder ein Schlaftrunk unter seinen Wein der war nicht hätten aufwecken können als die verlassene Jungfrau wieder zu ihm in die Kammer kam da klagte sie wiederum die ganze Nacht hast du denn ganz vergessen wie ich dich aus dem Eiskeller erlöst habe und wie du mich als Rose an deinem Herzen getragen hast und wie du als Steinklipper mit dem schweren Hammer auf mein Herz geschlagen hast und wie ich in der Mühle wie groß ist doch die Falschheit in dieser Welt also jammerte sie fort bis die Sonne in die Kammer schaute da musste sie weg und der Prinz hatte kein Wort gehört die beiden Schildwachen hatten aber jedes Wort verstanden und ihr Mitleid mit dem armen Mädchen war so groß und ihr Zorn auf den Prinzen so arg dass sie zu seinem Bette traten ihm die kalten Spitzen ihrer Bayonette auf die Brust setzten und sprachen du musst jetzt sterben bereite dich zum Tode vor der Prinz fragte erschrocken warum sie ihn denn ermorden wollten da er ihnen doch nichts getan habe sie sprachen weil du so ein hartes Herz hast dass du das arme Mädchen verraten und betrogen hast die alles für dich hingegeben hat und sie so jammern und klagen hören kannst ohne dich über sie zu erbarmen der Prinz sprach ich weiß von keinem Mädchen habe keines betrogen und keines jammern hören da sagten ihm die schildwachen alles was die jungfrau geklagt hatte aber weil sein sinn durch den kuss verdeckt war verstand er sie nicht und sprach schenkt mir für heute das Leben ich habe so fest geschlafen dass es kein natürlicher schlaf gewesen sein kann morgen will ich aber wachen und das Mädchen selber sehen und hören die schildwachen erkannten nun auch dass ich alles so verhalten müsse und sprachen dann esset aber morgen abend nichts und trinket nichts was euch eure Braut reicht denn diese muss dabei im spiele sein die jungfrau aber war in heller verzweiflung als sie nun ihre dritte und letzte Nuss öffnete und klagte dem Wald und den Felsen und den stummen Tieren ihr leid dass es zum erbarmen war in der Nuss aber steckte das allerschönste der drei Kleider das war aus lauter Diamanten gemacht sie zog es an und ging damit vor dem Schlosse auf und ab die Braut des Prinzen sah sie nicht so bald als sie ihre Dienerinnen zu ihr sandte und ihr sagen ließ ob sie für das Kleid eine Nacht in der Kammer des Prinzen schlafen wolle das will ich sprach die Jungfrau und konnte ihre Tränen kaum zurückhalten als sie sah wie die Braut hohnlachend am Fenster stand abends als die Braut dem Prinzen den Schlaftrunk reichte ließ er ihn am Kinn herunter laufen und nahm nicht einen Tropfen davon das Essen rührte er nicht an und ging früh in seine Kammer sprach er sei krank als die Jungfrau in das Zimmer geführt wurde lag er in seinem Bette und tat als schliefe er da begann sie zu jammern und zu klagen hast du denn ganz vergessen wie ich dich aus dem Eiskeller erlöst habe er wandte sich um und sah sie erstaunt an doch er konnte sich ihrer nicht erinnern gib mir Wasser ich habe Durst sprach er und sage mir aus welchem Eiskeller da schenkte sie ihm Wasser ein und warf die Schalen einer Nuss in das Glas die schmolzen alsbald als er trank da wich es wie ein Nebel von seinen Sinnen und er gab ihr die Hand und rief ach das war bei dem grünen Krawaller da war es sprach sie und hast du denn ganz vergessen wie du mich als Rose an deinem Herzen getragen hast als Rose an meinem Herzen fragte er gib mir Wasser ich vergehe vor Durst da schenkte sie ihm wieder ein Glas ein und warf die Schalen der zweiten Nuss dazu die waren sogleich geschmolzen als er getrunken hatte wurde es plötzlich wie ganz klar vor seinen Augen und er küsste sie und rief ach das war wie deine Schwester uns verfolgte das war es sprach sie und hast du ganz vergessen wie du als Steinklipper mit dem schweren Hammer auf mein Herz geschlagen hast aber das hat mir nicht so weh getan als dass du mir untreu bist und mich verlassen in der Mühle sitzen lässt die Mühle geht wohl tippe tappe nacht und tag das tut mir jedes mal auf mein Herz einen Schlag was sprichst du von der Mühle fragte er aber gib mir zuvor ein Glas Wasser ich sterbe vor Durst da schenkte sie ihm das dritte Glas ein und warf alles er rief du bist meine liebe Braut und umarmte sie und bat sie um Verzeihung für alles Leid welches er an ihr verschuldet hatte aber sie sprach die Freude dass ich dich wieder habe ist viel größer als mein Leid war und hätte es auch 100 Jahre gedauert jetzt führte er sie zu seinen Eltern und erzählte ihnen alles da bekam die andere Braut den Abschied und konnte gehen die Jungfrau wurde aber am folgenden Tage schon mit den Prinzen vermählt und ich hätte wohl mit auf der Hochzeit sein mögen das Zauberklavier von Heinrich Seide ganz hinten in der Welt wo die Geografie zu Ende ist und die Weltgeschichte aufhört lag ein sehr angenehmes Königreich die Untertanen waren recht artige und regierliche Leute sodass der König morgens immer eine Stunde länger schlafen konnte als seine Nachbarkönige ja zuweilen kam es vor dass er des Vormittags von zehn bis zwölf wo er gewöhnlich zu regieren pflegte mit Krone Zepter und Reichsapfel in seinem Regiersaal saß und gar nichts zu regieren da war in seinem Königreich waren die meisten Leute Gelehrte und Büchermenschen dies kam daher weil es so hübsch abgelegen war und der große Spektakel den die übrigen Menschen in der Welt machten dort fast gar nicht vernommen ward es gab jedoch noch einige andere Leute in dem Königreich erstens waren da die Frauen Kinder und sonstigen Angehörigen der Büchermenschen und zweitens Leute die nichts besonderes an sich hatten wie man sie in allen Königreichen findet diese langweilten sich sehr oft denn die Büchermenschen hatten niemals Zeit sich mit ihnen zu unterhalten da begab es sich dass aus einem sehr entfernten Königreich ein Mann einzog der ein Klavier mit brachte er verstanden und zwar nicht besonders darauf zu spielen allein er vermochte ihm doch einige Melodien abzukneifen die in dem Königreich sehr beliebt waren dies ward bald bekannt und in drei Tagen wusste man allgemein dass der fremde Mann der so weit her gekommen sei einen Zwitscher Kasten im Hause habe auf dem er mit den Fingern Musik mache Nun dauerte es nicht lange da hatte jeder im Königreich die Büchermenschen natürlich ausgenommen die sich niemals um dergleichen bekümmerten abends vor dem Fenster des fremden Mannes gestanden und hatte diese Zaubertöne selber gehört die Folge davon war dass eine allgemeine Sehnsucht im ganzen Lande entstand auch solche Musikkiste zu besitzen und sich ein allgemeines Kribbeln in den Fingern regte Nachdem man erfahren hatte wo diese Instrumente zu haben seien ward gleich eine ganze Schiffsladung vollbestellt und man übte sich einstweilen auf Fensterbrettern und Kommoden um sich wenigstens vorläufig das Kribbeln in den Fingern ein wenig zu vertreten die Klaviere kamen an und wurden bei vielen Leuten aufgestellt diese begannen nun darauf zu spielen allein sie bemerkten dass diese Instrumente auf eine besondere Weise bearbeitet sein wollten um solche Töne herzugeben wie man sie von ihnen erwartete der fremde Mann wurde um Rat gefragt und er sagte er kenne bei sich zu Lande einen sehr berühmten Klavierschläger der besitze die Kunst auch anderen Leuten diese Fertigkeit beizubringen den müssten sie sich verschreiben dieses taten sie auch und der Mann kam und begann seine Arbeit sie verwunderten sich Bars als sie den zuerst spielen hörten der schlug das Klavier zum Balum vorwärts und rückwärts und mit verbundenen Augen und zappelte dabei so mit den Händen das einem Hören und Sehen verging er bekam gleich so viel Unterricht zu geben dass er es nicht allein bewältigen konnte und sich noch drei handfeste Gehilfen verschreiben musste so geschah es dass in diesem Königreiche das Klavierspiel in Mode kam an Anfangs machte es noch nicht so viel aus dass in vielen Häusern gar kein Klavier und in anderen nur eine derartige Fingertretmaschine vorhanden war aber dies blieb nicht so da die Leute sahen wie lieblich darauf zu spielen sei so griff es immer weiter um sich und die Alten sagten wenn wir es auch nicht mehr lernen können so sollen es doch unsere Kinder lernen und kaum hatten nun diese Würmer laufen gelernt so wurden sie auf den Musikstuhl geschraubt und mussten Tonleitern spielen denn der große Klavierschläger hatte gesagt dies seien die einzigen Leitern die in den Musikhimmel führten dies ging sofort bis es zu einem Grade anlangte wo es staats gefährlich wurde es wurden allmählich immer mehr der gleichen leise laut Fingerklopf Kasten wie sie in der Landessprache genannt wurden im Lande aufgestellt und es ereignete sich dass zur Zeit der Höhe der Epidemie in einem einzigen Hause sieben Stück vorhanden waren wenn diese nun alle gleichzeitig in verschiedener Weise in Tätigkeit gesetzt wurden so konnte man schon genug davon bekommen es war nun den ganzen Tag über in dem Königreiche ein immerwährendes Geklimper dem man nur entrinnen konnte wenn man in die tiefste Einsamkeit flüchtete es kamen betrübende Folgen zum Vorschein eines Tages versammelten sich sämtliche Lerchen Nachtigallen und andere Singvögel die in dem Reiche wohnhaft waren in einem großen Walde und zogen gemeinschaftlich fort denn die Konkurrenz war ihnen zu groß geworden es kamen so viele Klagen an den König dass er das ganze Vergnügen an seinem Geschäft verlor wenn er früher oft von zehn bis zwölf nichts zu regieren hatte so musste er jetzt schon um neun Uhr in seinem Regier Saal gehen und hatte so lange zu tun alle Beschwerden der durch das Klavierspiel geplagten Untertanen anzuhören dass er nicht selten seine Mittagsuppe kalt werden lassen musste da endlich kam eine Deputation der bedeutendsten Männer des Königreiches und stellte ihm das Elend des Landes in der beweglichsten Weise vor Majestät sagte der Erste es schreit gen Himmel und es muss ein Ende gemacht werden zu meinem Turm dringt es herauf verworren wie eine Milchstraße von Tönen und wird meine Gedanken durcheinander ich habe seit sechs Monaten keinen neuen Stern entdecken können und wenn der dessen Bahn ich neulich berechnet habe wirklich so läuft so würde er in acht Tagen das ganze Weltsystem in Grund und Boden bohren haben sie erbarmen Majestät sagte der Zweiter seit dreißig Jahren suche ich den Stein der Weisen vor einem halben Jahre war ich ihm auf die Spur gekommen und ich hätte ihn gefunden da kam diese satanische Trommel Musik und der Nebelschleier der sich schon vor dem großen Geheimnis gelüftet hatte schloss sich wieder zusammen und der leitende Faden glitt mir aus den Händen und zerriss das Geheimnis ist mir auf ewig verloren oh ich armer geschlagener Mann Majestät sprach er ich bin ein ruinierter Mann sämtliche Käsekrämer und Lichtzieher im ganzen Königreich haben mir ihre Kundschaft aufgesagt weil ihre Kunden das Einwickelpapier für das ich sonst die Erzählungen und Gedichte geschrieben habe nicht mehr lesen wollen sie sagen es sei zu langweilig und dumm aber wer kann bei dieser Musik Plage etwas vernünftiges schreiben wenn es nicht aufhört muss ich verhungern jetzt kam der fünfte daher der sah ganz perplex aus und stierte gedankenlos vor sich hin zu weilen summte er in den Bart die dudel die dudel die dudel die die als er nichts weiter sagte fragte der König endlich sprecht was habt ihr mir vorzutragen der angeredete lächelte blödsinnig und stierte den funkelnden Edelstein an den der König auf seinem Zepter als Knopf trug die dudel die 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 sagte er ach Majestät sagte nun einer von den anderen gewöhnlichen Leuten seht dies ist der größte Denker im ganzen Königreich früher konnte er in einem Tage mehr denken als man in zehn Jahren begreifen kann aber nun haben sie in seinem Hause sieben solche leise lauten aufgestellt auf denen fortwährend Etitüden gespielt werden und es gibt welche die des nachts nicht schlafen können und so lange das Winselbrett bearbeiten bis die anderen am Morgen wieder anfangen da haben sie ihm denn seine ganze Denkkraft aus dem Kopfe herausgetrommelt dass er nichts weiter denken kann als die dude die 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 dies ist aber himmelschreiend ha sagte der König und stand auf denn er war sehr zornig die Denker waren nämlich der größte Stolz des Landes weil sie in keinem anderen Weltteil zu solcher Vollkommenheit gediehen und man konnte es dem König nicht übel nehmen wenn er über die Beschädigung seiner besten Landesprodukte ergrimmte ha sagte der König ist es so weit gekommen das soll anders werden bei meinem Bart ich will ein furchtbares Exempel statuieren am folgenden Tage zog der Landesausrufer mit einem Trommler und einem Trompeter durch das ganze Königreich und verkündete dass jegliches Klavierspiel bei Todesstrafe verboten sei die feinhörigsten Polizeisoldaten im Lande wurden mit Höherrohren ausgerüstet und mussten Tag und Nacht im Lande umherhorchen ob auch nicht gegen das Gesetz gesündigt wurde aber dazu waren die Untertanen viel zu wohl erzogen die Betroffenen seufzten zwar ein wenig doch dann sagten sie es muss sein und suchten ihre Klaviere so gut als möglich anderweit zu verwenden die einen nahmen das ganze musikalische Eingeweide heraus legten Betten hinein und schliefen darin ein anderer fütterte es mit Blech aus und hielt Fische in dem Kasten viele Hausfrauen legten die Wäsche hinein andere kochten Kaffee damit einer der in der Stadt wohnte und doch das Bedürfnis eines Gartens hatte füllte das Innere mit Erde und zog Blumenkohl und Schoten darin und so war das Klavierspiel in kurzer Zeit aus dem Lande vertilgt die guten Folgen zeigten sich sehr bald die Lerchen und Nachtigallen wanderten allmählich wieder ein die Astronomen entdeckten fünf neue Planeten und einen Kometen und alle die anderen gelehrten kamen wieder in ihr altes Geleiser selbst dem schwer geschädigten Denker überwuchs allmählich der Fußsteig den das in seinem Gehirn getreten hatte mit Gras und er dachte fast ebenso gut wie zuvor Der König aber saß manchen Tag morgens von zehn bis zwölf schmunzelnd in seinem Regiersaal rauchte seine lange Pfeife und spielte mit seinem Zepter bis die Zeit um war denn die Regierungsgeschäfte waren wieder wie er es gern hatte sie waren gar nicht vorhanden Um die Zeit da das Verbot gegen das Klavierspiel erlassen wurde war dem König eine wunderschöne kleine Tochter geboren worden Als diese zwei Monate alt und nach dem Urteil aller Leute bereits so verständig war wie gewöhnlich kleine Kinder von zwei Jahren da bemerkte die Königin oft dass das kleine Kind mit den Fingerlein auf dem seidenen Wiegenkissen allerlei Bewegungen machte die gerade so aussahen wie die Fingerübungen eines Klavierspielenden Sie geriet darüber in großen Schrecken und sagte es dem König der sofort den Befehl an seine Hofleute ausgehen ließ dass niemand jemals zu der Prinzessin von einem Klavier reden dürfe Dies wurde auch genau und gewissenhaft befolgt und die Prinzessin wuchs auf in Holseligkeit und Schönheit ohne dass jemals die geringste Kunde von einem solchen Musik Instrument zu ihr drang eines Tages da sie 18 Jahre alt war ließ sie sich ihr weißes Einhorn satteln und begab sich wie sie es gern tat in den großen Wald sie ritt in den Wald hinein und geriet bald auf einen Weg den sie sonst noch nie bemerkt hatte es war ganz still und einsam rings umher nur über die Wipfel der Bäume ging ein leises klingen wie ferne Musik bald anschwellend bald ersterbend schwebte es dahin der Wald war ganz dicht und verworren und seltsame Schlingpflanzen waren an den Bäumen hinauf geklettert und hingen mit leuchtenden Blüten her nieder zu weilen flogen prächtig glänzende Vögel über den Weg oder saßen auf den Ranken der Schlingpflanzen wendeten den Kopf und sahen sie mit klugen Augen an Die Musik tönte immer schwellender und voller und schien die Wipfel der Bäume leise zu bewegen wie sie durch diese dahin strömte Dann mündete der Weg auf einen freien Platz der eingeschlossen von hohen Bäumen wie ein grüner Saal dalag und ganz erfüllt war von den herrlichen Klängen Die Prinzessin ritt über die Grasfläche dahin denn gegenüber am Rande des Waldes sah sie ein kleines Häuschen liegen aus dem die Musik wie ein Strom hervor brach Das Häuschen war ganz mit rot blühenden Schlingpflanzen bewachsen Nur die Tür und die Fenster die geöffnet waren schauten dunkel hervor Die Prinzessin ließ ihr weißes Einhorn vor der Tür stehen und trat hinein Sie kam in ein kleines Zimmer in dem nichts weiter stand als ein Klavier und davor saß eine schöne Frau und spielte so wunderherrlich dass der kleinen Prinzessin gleich die Tränen in die Augen kamen Sie setzte sich ganz stille auf einen Stuhl und hörte zu Und als die Akkorde immer schwellender klangen und vorüberrollten und die Melodie mit leiser Sehnsucht dahin ging da wuchsen und dehnten sich die Wände des kleinen Zimmers Es stieg auf wie ein Tempel von schlanken Palmensäulen getragen mit Nebelwänden wallend in bläulichem Duft und zwischen den Kronen der Palmen schwebten in rosigem Gewölk schimmernde Engel in weißen Gewändern Mit einem Male war wieder das kleine einfache Zimmer da Die Fee denn eine solche war es doch gewiss hatte aufgehört zu spielen und sah sich freundlich nach der Prinzessin um Es ist gut dass du da bist Prinzessin sagte sie Ich habe schon lange auf dich gewartet Was ist das was du tust sagte die Prinzessin Oh lehre mich das auch es ist so herrlich Ich bin Frau Musiker sagte sie und will dich alles lehren was ich vermag denn in deines Vaters Lande hat man wegen des üblen das üblere getan und meine kunst ganz verbannt und ausgerottet Du aber bist ausersehen das rechte wieder herzustellen Ich Ich gebe dir zwei Zauber Bücher die enthalten alles Das erste musst du ganz durchspielen Es ist minder schön aber ohne das kannst du das zweite nicht verstehen In dem zweiten steht nur ein Stück Es ist aber das herrlichste das je auf Erden gewesen ist Ich brauche die Bücher nicht mehr denn ich kann sie auswendig Dann nimm diese Walnuss und bewahre sie wohl sie enthält das Notwendige Damit fing die Frau wieder an zu spielen und nun klang es so leise und süß wie ein Wiegen Lied Die Prinzessin machte die Augen zu und schlief ein Als sie wieder erwachte saß sie in ihrem niedlichen Zimmerchen auf dem Sofa und vor ihr auf dem Tische lagen die beiden Bücher und die Walnuss Sie holte sich sofort den Nussknacker und knackte sie auf Kling sagte es als die Nuss aufging Es klang wie das Schwirren einer Seite Ein ganz wunderniedliches kleines Klavier war darin Die Prinzessin setzte es auf den Tisch und dachte das könne ihr auch nicht viel nützen denn mit dem kleinen Finger konnte sie alle Tasten auf einmal bedecken Aber mit einem Male fing es so an zu wachsen dass sie es gar nicht schnell genug auf die Erde setzen konnte sonst wäre es ihr vom Tische herunter gewachsen Als es ausgewachsen hatte war es ein ganz natürliches lebensgroßes Klavier Die Prinzessin schlug gleich das erste Buch auf und fing an zu spielen Zu derselben Zeit ging der König gerade über den Gang denn er wollte auf dem Boden nachsehen was seine Tauben machten mit 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 einem Male hörte er die Töne des Klaviers erklingen was was sagte er in meinem eigenen Hause es ist unerhört dann horchte er und sagte es ist im Zimmer meiner Tochter dies muss untersucht werden Prinzessin sagte er als er hineintrat um des Himmels willen was machst du da ich spiele Klavier Papa sagte die Prinzessin es ist das schönste was es gibt oh Gott sagte der König und sank auf einen Stuhl ihm wurde ganz schwindelig denn er wusste die Prinzessin hatte ihren eigenen Willen dann erzählte er der Prinzessin alles ja lieber Papa sagte dieser Klavier spielen muss ich nun einmal warum gibst du solche Gesetze und wenn du sie gibst kannst du sie auch wieder aufheben ich kann mich doch nicht vor allen meinen untertanen und vor der ganzen umgegend blamieren sagte der König sie haben mich sowieso schon oft genug ausgelacht aber es half nichts die kleine Prinzessin musste ihren Willen haben der König verfiel endlich auf einen Ausweg das Klavier wurde auf einen Wagen gesetzt und alles so eingerichtet dass es ganz harmlos und unverdächtig aussah nun fuhr die Prinzessin alle Tage in den Wald mit ihren weißen Einhörnern die ohne Kutsche auf den Ruf gehorchten wenn sie dann recht in der Einsamkeit angelangt war schlug sie das Lederwerk zurück das das Klavier einhüllte und fing an zu spielen rings um den ganzen Wald aber waren große Tafeln errichtet auf denen zu lesen stand dass es jedermann aufs strengste verboten sei diesen Wald zu betreten es war sehr wunderbar wenn die weißen Einhörner so verständig in den weichen Sandwegen den Wagen einher zogen und die Prinzessin dazu eifrig Klavier spielte das ist durch den Wald schalter eines Tages kam sie mit dem ersten Buch zu Ende am folgenden Morgen zog sie ihr neues Kleid an das sie zum letzten Weihnachten bekommen hatte setzte ihre kleine Sonntagskrone mit den Diamanten auf den Wald auf dem schönsten freien Platze der im Walde zu finden war ließ sie die Einhörner halten sie schlug das Buch auf und fing an zu spielen wie klang das herrlich durch den Wald es stieg von dem Klavier auf wie ein Springbrunnen von Wohllaut und breitete sich aus rings um bei den ersten Tönen standen alle Blätter im Walde still und lauschten und alle Blumen die in den Knospen waren fingen an zu blühen dann schwoll es immer schöner an und die Schmetterlinge hörten auf zu flattern und die Käfer auf zu kriechen aber als die Prinzessin weiterspielte verstummten alle Vögel kamen leise angeflogen setzten sich auf die Bäume die um den freien Platz standen und hörten zu dann hörten die Rehe und Hirsche auf zu äsen und die Hasen auf Purzelbäume zu machen und kamen herbeigelaufen und horchten immer herrlicher und voller erklang es die Töne brausten durch die Wipfel und schwammen hinaus ins freie Land und wer es hörte der ließ alles stehen und liegen und folgte ihnen nach sie drangen hinauf zu den Türmen der Astronomen und schwebten in die dumpfigen Studierzimmer der anderen die Astronomen hörten auf zu rechnen wenn auch eben gerade das Fazit kommen wollte die anderen legten die Feder oder das Buch fort und gingen sofort dem holden Klange nach selbst der große Denker hörte mitten im Satze aufzudenken und wanderte wie er ging und stand dem Walde zu der König war gerade dabei sich zu rasieren er stand in seinem Brokatschlafrock mit seiner Hauskrone auf dem Kopfe vor dem Spiegel und hatte gerade die eine Hälfte seines Bartes abgeschabt als mit einem Male das herrliche Klingen durch das offene Fenster hereingeschwebt kam er legte sofort das Messer aus der Hand wischte sich den Seifenschaum aus dem Gesicht er griff sein Spazier Zepter und wanderte dem Walde zu unterwegs stieß er auf große Scharen seiner Untertanen die alle den gleichen Weg zogen sie sprachen nicht miteinander sondern zeigten nur zuweilen vor sich auf den Wald woher die herrlichen Klänge kamen und Schritten wacker führbars Unterdessen saß die Prinzessin an ihrem Klavier und spielte und wusste selber kaum wie ihr geschah Unter ihren Händen quoll es hervor in immer neuen Strömen von Wohllaut und es war ihr als würde sie emporgetragen und schwebte in einem goldenen Schimmer weit über der Welt und ihrer Niedrigkeit als nun das Stück zu Ende war da stand das ganze Königreich versammelt um sie herum und alle hatten Tränen in den Augen der alte König aber trat hervor umarmte seine Tochter und sagte gar nichts denn er war sehr gerührt dann spannten die Leute die weißen Einhörner aus und sich selber an den Wagen und brachten die Prinzessin im Triumph in die Stadt Am anderen Tage aber setzte der König sich an seinen Schreibtisch und verfasste ein weises Gesetz in dem das Klavierspielen wieder gestattet durch viele verständige Paragrafen aber so eingeschränkt wurde dass es nimmermehr so entsetzliche Wirkungen wieder hervorbringen konnte als von ihm schon dagewesen waren und somit ist die Geschichte vom Zauberklavier zu Ende Märchen von einem der auszog das fürchten zu lernen von den Gebrüdern Grimm Ein Vater hatte zwei Söhne Davon war der Älteste klug und gescheit und wusste sich in alles wohl zu schicken Der Jüngste aber war dumm konnte nichts begreifen und lernen und wenn ihn die Leute sahen sprachen sie Mit dem wird der Vater noch seine Last haben Wenn nun etwas zu tun war so musste es der Älteste Allzeit ausrichten hieß ihn aber der Vater noch spät oder gar in der Nacht etwas holen und der Weg ging dabei über den Kirchhof oder sonst einen schaurigen Ort so antwortete er wohl Ach nein Vater ich gehe nicht dahin es gruselt mir denn er fürchtete sich Oder wenn abends beim Feuer Geschichten erzählt wurden wobei einem die Haut schaudert so sprachen die Zuhörer manchmal Ach es gruselt mir Der Jüngste saß in einer Ecke und hörte das mit an und konnte nicht begreifen was es heißen sollte immer sagen sie es gruselt mir es gruselt mir mir gruselt nicht das wird wohl eine Kunst sein von der ich auch nichts verstehe Nun geschah es dass der Vater einmal zu ihm sprach Hör du in der Ecke dort du wirst groß und stark du musst auch etwas lernen womit du dein Brot verdienst siehst du wie dein Bruder sich Mühe gibt aber an dir ist Topfen und Malz verloren ei Vater antwortete er ich will gerne was lernen ja wenn es anginge so möchte ich lernen dass mir es gruselte davon verstehe ich noch gar nichts der Älteste lachte als er das hörte und dachte bei sich du lieber Gott was ist mein Bruder ein dummbart aus dem wird sein lebtag nichts was ein Häkchen werden will muss sich bei Zeiten krümmen der Vater seufzte und antwortete ihm das gruseln das sollst du schon lernen aber dein Brot wirst du damit nicht verdienen bald danach kam der Küster zu Besuch ins Haus da klagte ihm der Vater seine Not und erzählte wie sein jüngster Sohn in allen Dingen so schlecht beschlagen wäre er wüsste nichts und lernte nichts denkt euch als ich ihn fragte womit er sein Brot verdienen wollte hat er gar verlangt das gruseln zu lernen wenn's weiter nichts ist antwortete der Küster das kann er bei mir lernen tut ihn nur zu mir ich werde ihn schon abhobeln der Vater war es zufrieden weil er dachte der Junge wird doch ein wenig zugestutzt der Küster nahm ihn also ins Haus und er musste die Glocken läuten nach ein paar Tagen hieß ihn aufstehen in den Kirchturm steigen und läuten du sollst schon lernen was gruseln ist dachte er ging heimlich voraus und als der Junge oben war und sich umdrehte und das Glockenseil fassen wollte so sah er auf der Treppe dem Schallloch gegenüber eine weiße Gestalt stehen wer da rief er aber die Gestalt gab keine Antwort regte und bewegte sich nicht rief der Junge oder mach dass du fortkommst du hast hier in der Nacht nichts zu schaffen der Küster aber blieb unbeweglich stehen damit der Junge glauben sollte es wäre ein Gespenst der Junge rief zum zweiten Mal was willst du hier sprich wenn du ein ehrlicher Kerl bist oder ich werfe dich die Treppe hinab der Küster dachte das wird so schlimm nicht gemeint sein gab keinen laut von sich und stand als wenn er von Stein wäre da rief ihn der Junge zum dritten Male an und als auch das vergeblich war nahm er einen Anlauf und stieß das Gespenst die Treppe hinab dass es zehn Stufen hinab fiel und in einer Ecke liegen blieb darauf läutete er die Glocke ging heim legte sich ohne ein Wort zu sagen Zeitlang auf ihren Mann aber er wollte nicht wieder kommen da ward ihr endlich Angst sie weckte den Jungen und fragte weißt du nicht wo mein Mann geblieben ist er ist vor dir auf den Turm gestiegen nein antwortete der Junge aber da hat einer dem Schallloch gegenüber auf der Treppe gestanden und weil er keine Antwort gegeben und auch nicht weg gehen wollte so habe ich ihn ihr sehen ob er gewesen ist es sollte mir leid tun die frau sprang fort und fand ihren Mann der in einer Ecke lag und jammerte und ein Bein gebrochen hatte sie trug ihn herab und eilte dann mit lautem geschrei zu dem Vater des Jungen euer Junge rief sie hat ein großes Unglück angerichtet mein Mann hat er die Treppe hinab geworfen dass er ein Bein gebrochen hat schafft den Taugenichts aus unserem Hause der Vater erschrak kam herbeigelaufen und schallte den Jungen aus was sind das für gottlose Streicher die muss dir der Böse eingegeben haben Vater antwortete er hört nur an ich bin ganz unschuldig er stand da in der Nacht wie einer der Böses im Sinne hat ich wusste nicht wer es war und habe ihn dreimal ermahnt zu reden oder weg zu gehen ach sprach der Vater mit dir erlebe ich nur Unglück geh mir aus den Augen ich will dich nicht mehr ansehen ja Vater recht gerne wartet nur bis es Tag ist da will ich ausgehen und das Gruseln lernen so verstehe ich doch eine Kunst die mich ernähren kann lerne was du willst sprach der Vater mir ist alles einerlei da hast du 50 Thaler damit gehen die weite Welt und sage keinem Menschen wo du her bist und wer dein Vater ist denn ich muss mich deiner schämen ja Vater wie ihr es haben wollt wenn ihr nicht mehr verlangt das kann ich leicht in acht behalten als nun der Tag anbrach steckte der Junge seine 50 Thaler in die Tasche ging hinaus auf die große da kam ein Mann heran der hörte das Gespräch das der Junge mit sich selber führte und als sie ein Stück weiter waren dass man den Galgen sehen konnte sagte der Mann zu ihm siehst du dort ist der Baum wo sieben mit des Seilers Tochter Hochzeit gehalten haben und jetzt das Fliegen lernen setz dich darunter und warte bis die Nacht kommt so wirst du schon das Gruseln lernen wenn weiter nichts dazu gehört antwortete der Junge das ist leicht getan lerne ich aber so geschwind das Gruseln so sollst du meine fünfzig Thale haben komm nur morgen früh wieder zu mir da ging der Junge zu dem Galgen setzte sich darunter und wartete bis der Abend kam und weil ihn fror machte er sich ein Feuer an aber um Mitternacht ging der und als der Wind die Gehengten gegeneinander stieß dass sie sich hin und her bewegten so dachte er du frierst unten bei dem Feuer was mögen die da oben erst frieren und zappeln und weil er mitleidig war legte er die Leiter an stieg hinauf knüpfte einen nach dem anderen los und holte sie alle sieben herab darauf schürte er das Feuer blies es an sollten aber sie saßen da und regten sich nicht und das Feuer ergriff ihre Kleider da sprach er nehmt euch in acht sonst häng ich euch wieder hinauf die Toten aber hörten nicht schwiegen und ließen ihre Lumpen fortbrennen da ward er bös und sprach wenn ihr nicht acht geben wollt so kann ich euch nicht helfen ich will nicht mit euch verbrennen und hing sie nach der Reihe wieder hinauf nun setzte er sich zu seinem Feuer und schlief ein und am anderen Morgen da kam der Mann zu ihm wollte die fünfzig Tale haben und sprach nun weißt du was das Gruseln ist nein antwortete er woher sollt ich's wissen die da droben haben das Maul nicht aufgetan und waren so dumm dass sie die paar alten Lappen die sie am Leibe haben brennen ließen da sah der Mann dass er die fünfzig Thaler heute nicht davontragen würde ging fort und sprach so einer ist mir noch nicht vor gekommen der Junge ging auch seines Weges und fing wieder an vor sich hin zu reden ach wenn's mir nur gruselte ach wenn's mir nur gruselte das hörte ein Fuhrmann der hinter ihm her schritt und fragte wer bist du ich weiß nicht antwortete der Junge der Fuhrmann fragte weiter wo bist du her ich weiß nicht wer ist dein Vater das darf ich nicht sagen was brummst du beständig in deinen Bart hinein ei antwortete der Junge ich wollte dass mir es gruselte aber niemand kann mir lehren lass dein dummes geschwätz sprach der Fuhrmann komm geh mit mir ich will sehen dass ich dich unterbringe der Junge ging mit dem Fuhrmann und abends gelangten sie zu einem Wirtshaus wo sie übernachten wollten da sprach er beim Eintritt in die Stube wieder ganz laut wenn mir es nur gruselte wenn mir es nur gruselte der Wirt der das hörte lachte und sprach wenn dich danach lüstet dazu sollte hier wohl Gelegenheit sein ach schweig stille sprach die Wirtsfrau so mancher vorwitzige hat schon sein Leben eingebüßt es wäre jammer und schade um die schönen Augen wenn sie das Tageslicht nicht wieder sehen sollten der Junge aber sagte wenn es noch so schwer wäre ich will es einmal lernen deshalb bin ich ja ausgezogen er ließ dem Wirt auch keine Ruhe bis dieser erzählte nicht weit davon stände ein verwünschtes Schloss wo einer wohl lernen könnte was gruseln wäre wenn er nur drei Nächte darin wachen wollte der König hätte dem der es wagen wollte seine Tochter zur Frau versprochen und die wäre die schönste Jungfrau welche die Sonne beschien in dem Schloss steckten auch große Schätze von bösen Geistern bewacht die würden dann frei und könnten einen Armen reich genug machen schon viele wären wohl hinein aber noch keiner wieder heraus gekommen da ging der Junge am anderen Morgen vor den König und sprach wenn es erlaubt wäre so wollte ich wohl drei Nächte in dem verwünschten Schloss wachen der König sah ihn an und weil er ihm gefiel sprach er du darfst dir noch dreierlei ausbitten aber es müssen leblose Dinge sein und das darfst du mit ins Schloss nehmen da antwortete er so bitte ich um ein Feuer eine Drehbank und eine Schnitzbank mit dem Messer der König ließ ihm alles bei Tage in das Schloss tragen als Junge hinauf machte sich in einer Kammer ein helles Feuer an stellte die Schnitzbank mit dem Messer daneben und setzte sich auf die Drehbank ach wenn's mir nur gruselte sprach er aber hier werde ich auch nicht lernen gegen Mitternacht wollte er sich sein Feuer einmal aufschüren wie er so hinein blies da schrie's plötzlich aus einer Ecke au miau was uns friert ihr Narren rief er was schreit ihr wenn euch friert kommt setzt euch ans Feuer und wärmt euch und wie er das gesagt hatte kamen zwei große schwarze Katzen in einem gewaltigen Sprunge herbei setzten sich ihm zu beiden Seiten und sahen ihn mit feurigen Augen ganz wild an über ein Weilchen als sie sich gewärmt hatten sprachen sie Kamerad wollen wir eins in die Karte spielen warum nicht antwortete er aber zeigt mal eure Pfoten her da streckten sie die Krallen aus ei sagte er was habt ihr lange Nägel wartet die muss ich euch erst abschneiden damit packte er sie beim Kragen hob sie auf die Schnitzbank und schraubte ihnen die Pfoten fest euch habe ich auf die Finger gesehen sprach er da vergeht mir die Lust zum Kartenspiel schlug sie tot und warf sie hinaus ins Wasser als er aber die zweite zur Ruhe gebracht hatte und sich wieder zu seinem Feuer setzen wollte da kamen aus allen Ecken und Enden schwarze Katzen und schwarze Hunde und mehr dass er sich nicht mehr bergen konnte die schrien gräulich traten ihm auf sein Feuer zerrten es auseinander und wollten es ausmachen das sah er ein Weilchen ruhig mit an als es ihm aber zu arg ward fasste er sein Schnitzmesser und rief fort mit dir du Gesände und haute auf sie los ein Teil sprang weg die anderen schlug er tot und warf als er wieder gekommen war blies er aus den Funken sein Feuer frisch an und wärmte sich und als er so saß wollten ihm die Augen nicht länger offen bleiben und er bekam Lust zu schlafen da blickte er um sich und sah in der Ecke ein großes Bett das ist mir eben recht sprach er und legte sich hinein als er aber die Augen zutun wollte so fing das Bett von selbst an zu fahren und fuhr im ganzen Schloss herum recht so sprach er nur besser zu da rollte das Bett fort als wären sechs Pferde vorgespannt über Schwellen und Treppen auf und ab auf einmal hopp hopp warf es um das unterste zu oberst dass es wie ein Berg auf ihm lag aber er schleuderte Decken und Kissen in die Höhe stieg heraus und sagte nun mag fahren wer Lust hat legte sich an sein Feuer und schlief bis es Tag war am Morgen kam der König und als er ihn da auf der Erde liegen sah meinte er die Gespenster hätten ihn umgebracht und er wäre tot da sprach er es ist doch schade um den schönen Menschen das hörte der Junge richtete sich auf und so weit ist's noch nicht da verwunderte sich der König freute sich aber und fragte wie es ihm gegangen wäre recht gut antwortete er eine Nacht wäre herum die zwei anderen werden auch herum gehen als er zum Wirt kam da machte der große Augen ich dachte nicht sprach er dass ich dich wieder lebendig sehen würde hast du nun gelernt was gruseln ist nein sagte er es ist alles vergeblich wenn mir es nur einer sagen könnte die zweite nacht ging er abermals hinaus ins alte schloss setzte sich zum feuer und fing sein altes lied wieder an wenn es mir nur gruselte er mit mit ternacht herankam ließ sich ein lärm und gepolter hören erst sagte dann immer stärker dann war es ein bisschen still endlich kam mit lautem geschrei ein halber mensch den schornstein herab und fiel vor ihm hin heda rief er noch ein halber gehört dazu das ist zu wenig da ging der lärm von frischem an es tobte und heulte und fiel die andere Hälfte auch herab. Wart, sprach er, ich will dir erst das Feuer ein wenig anblasen. Wie er das getan hatte und sich wieder umsah, da waren die beiden Stücken zusammengefahren und saß da ein gräulicher Mann auf seinem Platz. So haben wir nicht gewettet, sprach der Junge. Die Bank ist mein. Der Mann wollte ihn wegdrängen, aber der Junge ließ es nicht gefallen. Schob ihn mit Gewalt weg und setzte sich wieder auf seinen Platz. Da fielen noch mehr Männer herab, einer nach dem anderen. Die holten neun Totenbeine und zwei Totenköpfe, setzten auf und spielten Kegel. Der Junge bekam auch Lust und fragte, Hört ihr, kann ich mit sein? Ja, wenn du Geld hast. Geld genug, antwortete er. Aber eure Kugeln sind nicht recht rund. Da nahm er die Totenköpfe, setzte sie in die Drehbank und drehte sie rund. So, jetzt werden sie besser schüppeln, sprach er. Heider, nun geht's lustig. Er spielte mit und verlor etwas von seinem Geld. Als es aber zwölf schlug, war alles vor seinen Augen verschwunden. Er legte sich nieder und schlief ruhig ein. Am anderen Morgen kam der König und wollte sich erkundigen. Wie ist dir's diesmal gegangen, fragte er. Ich habe gekegelt, antwortete er, und ein paar heller verloren. Hat dir denn nicht gegruselt? Ei, was, sprach er. Lustig habe ich mich gemacht, wenn ich nur wüsste, was gruseln wäre. In der dritten Nacht setzte er sich wieder auf seine Bank und sprach ganz verdrießlich. Wenn es mir nur gruselte. Als es spät war, kamen sechs große Männer und brachten eine Totenlade hereingetragen. Da sprach er. Das ist gewiss mein Vetterchen, das ist erst vor ein paar Tagen gestorben. Winkte mit dem Finger und rief. Komm, Vetterchen, komm. Sie stellten den Sarg auf die Erde. Er aber ging hinzu und nahm den Deckel ab. Da lag ein toter Mann darin. Er fühlte ihm ans Gesicht, aber es war kalt wie Eis. Wart, sprach er. Ich will dich ein bisschen wärmen. Ging ans Feuer, wärmte seine Hand und legte sie ihm aufs Gesicht, aber der Tote blieb kalt. Nun nahm er ihn heraus, setzte sich ans Feuer und legte ihn auf seinen Schoß und rieb ihm die Arme, damit das Blut wieder in Bewegung kommen sollte. Als auch das nichts helfen wollte, fiel ihm ein. Wenn zwei zusammen im Bett liegen, so wärmen sie sich. Brachte ihn ins Bett, deckte ihn zu und legte sich neben ihn. Über ein Weilchen ward auch der Tote warm und fing an sich zu regen. Da sprach der Junge, siehst du, Vetterchen, hätt' ich dich nicht gewärmt. Der Tote aber hob an und rief, jetzt will ich dich erwürgen. Was, sagte er. Das ist mein Dank? Gleich sollst du wieder in deinen Sarg. Hub ihn auf, warf ihn hinein und machte den Deckel zu. Da kamen die sechs Männer und trugen ihn wieder fort. Es will mir nicht gruseln, sagte er. Hier lerne ich's mein Lebtag nicht. Da trat ein Mann herein, der war größer als alle anderen und sah fürchterlich aus. Er war aber alt und hatte einen langen weißen Bart. Oh, du Wicht, rief er. Nun sollst du bald lernen, was Gruseln ist, denn du sollst sterben. Nicht so schnell, antwortete der Junge. Soll ich sterben, so muss ich auch dabei sein. Dich will ich schon packen, sprach der Unhold. Sachte, sachte, mach dich nicht so breit. So stark wie du bin ich auch und wohl noch stärker. Das wollen wir sehen, sprach der Alte. Bist du stärker als ich, so will ich dich gehen lassen. Komm, wir wollen's versuchen. Da führte er ihn durch dunkle Gänge zu einem Schmiedefeuer, nahm eine Axt und schlug den einen Amboss mit einem Schlag in die Erde. Das kann ich noch besser, sprach der Junge und ging zu dem anderen Amboss. Der Alte stellte sich daneben hin und wollte zusehen, und sein weißer Bart hing herab. Da fasste der Junge die Axt, spaltete den Amboss auf einen Hieb und klemmte den Bart des Alten mit hinein. Nun hab ich dich, sprach der Junge. Jetzt ist das Sterben an dir. Dann fasste er eine Eisenstange und schlug auf den Alten los, bis er wimmerte und bat, er möchte aufhören. Er wollte ihm große Reichtümer geben. Der Junge zog die Axt raus und ließ ihn los. Der Alte führte ihn wieder ins Schloss zurück und zeigte ihm in einem Keller drei Kasten voll Gold. Davon sprach er, ist ein Teil den Armen, der andere dem König, der dritte dein. In dem schlug es zwölf und der Geist verschwand, also dass der Junge im Finstern stand. Ich werde mir doch heute heraushelfen können, sprach er, tappte herum, fand den Weg in die Kammer und schlief dort bei seinem Feuer ein. Am anderen Morgen kam der König und sagte, Nun wirst du gelernt haben, was Gruseln ist. Nein, antwortete er. Was ist's nur? Mein toter Vetter war da und ein bärtiger Mann ist gekommen, der hat mir da unten viel Geld gezeigt, aber was Gruseln ist, hat mir keiner gesagt. Da sprach der König, Du hast das Schloss erlöst und sollst meine Tochter heiraten. Das ist alles recht gut, antwortete er, aber ich weiß noch immer nicht, was Gruseln ist. Da war das Gold herausgebracht und die Hochzeit gefeiert, aber der junge König, so lieb er seine Gemahlin hatte und so vergnügt er war, sagte doch immer, Wenn mir nur gruselte, wenn mir nur gruselte, Da verdross sie endlich. Ihr Kammermädchen sprach, Ich will Hilfe schaffen, das Gruseln soll er schon lernen. Sie ging hinaus zum Bach, der durch den Garten floss, und ließ sich einen ganzen Eimer voll Gründlinge holen. Nachts, als der junge König schlief, musste seine Gemahlin ihm die Decke wegziehen und den Eimer voll kaltes Wasser mit den Gründlingen über ihn herschütten, dass die kleinen Fische um ihn herumzappelten. Da wachte er auf und rief, Ach, was gruselt mir, was gruselt mir, liebe Frau! Ja, nun weiß ich, was Gruseln ist! Pechvogel und Glückskind von Richard von Volkmann Leander In einer kleinen Stadt, nicht weit von dem Orte, wo ich wohne, lebte einmal ein junger Mann, dem alles zum Unglück ausschlug, was er anfing. Sein Vater hatte Pechvogel geheißen, und so hieß er denn auch Pechvogel. Beide Eltern waren ihm früh gestorben, und die lange, dürre Tante, die ihn damals zu sich genommen hatte, prügelte ihn jedes Mal, wenn sie aus der Messe kam. Da sie nun aber jeden Tag in die Messe ging, so prügelte sie ihn eben auch alle Tage. Er hatte aber auch wirklich viel Unglück, denn wenn er ein Glas trug, fiel es ihm gewöhnlich hin, und wenn er dann weinend die Scherben auflas, schnitt er sich stets in die Finger. So ging es in allen Dingen. Zwar die lange Tante starb eines Tages, und er pflanzte um ihr Grab so viel Büsche und Bäume, als wenn er auf ihnen noch einmal alle die Stöcke ziehen wolle, die sie auf seinem Rücken zerschlagen hatte, aber sein Unstern schien mit jedem Jahr nur mehr und mehr zuzunehmen. Da bemächtigte sich seiner eine große Traurigkeit, und er beschloss, in die weite Welt zu gehen. Schlechter kann's nicht mehr werden, dachte er. Vielleicht wird's besser. Er steckte daher seine ganze Barschaft in die Tasche und wanderte zum Tor hinaus. Vor dem Tor auf der steinernen Brücke blieb er noch einmal stehen und lehnte sich über das Geländer. Er sah in die Wellen hinab, die reißend an den Pfeilern vorbeischäumten, und es wurde ihm gar wehmütig ums Herz. Es war ihm fast, als wenn es ein Unglück wäre, die Stadt, in der er so lange gelebt, zu verlassen. Und vielleicht hätte er noch lange so gestanden, wenn ihm nicht plötzlich der Wind den Hut vom Kopf geweht und in den Fluss geworfen hätte. Da erwachte er aus seinen Träumen, aber der Hut war schon unter der Brücke fortgeschwommen und tanzte auf der anderen Seite mitten im Strom. Und jedes Mal, wenn ihn eine Welle hochschob, schien er höhnisch zurückzurufen, »Adieu, Pechvogel! Ich reise! Bleibe du zu Hause, wenn du Lust hast!« So machte sich denn Pechvogel ohne Hut auf den Weg. Lustige Gesellen zogen oft genug singend und jubilierend an ihm vorüber und luden ihn ein, in Gemeinschaft mit ihnen die Wanderschaft fortzusetzen. Doch er schüttelte jedes Mal traurig den Kopf und sagte, »Ich passe nicht zu euch und würde euch nicht viel Glück bringen. Außerdem heiße ich Pechvogel!« Sobald sie diesen Namen hörten, wurden die lustigen Burschen ernsthaft und verlegen und machten sich eilends aus dem Stauber. Erreichte er abends müde ein Wirtshaus und saß er an einer einsamen Ecke des Schanktisches, den Kopf in die Hände gestützt und vor sich den zinnernden Krug mit Wein, der nimmer leer werden wollte, so trat wohl zuweilen das Wirts Töchterlein leise zu ihm heran, tippte ihn auf die Schulter, sodass er sich erschrocken umdrehte und fragte, warum er so traurig sei. Wenn er aber dann seine Geschichte erzählte oder gar seinen Namen nannte, schüttelte sie den Kopf, ging zu ihrem Spinnrad zurück und ließ ihn allein sitzen und seinen Gedanken nachhängen. Nachdem Pechvogel mehrere Wochen lang gewandert war, ohne Recht eigentlich zu wissen, wohin, kam er eines Tages an einen wundervollen großen Garten, der von einem hohen, vergoldeten Geländer umgeben war. Durch das Geländer hindurch sah man uralte Bäume und niedriges Buschwerk, abwechselnd mit großen Rasenplätzen. Dazwischen schlängelte sich ein Bach, über den eine Menge kleiner Brücken führte. Zahme Hirsche und Rehe spazierten auf den gelben Sandwegen umher, kamen bis ans Gitter, streckten ihre Köpfe heraus und fraßen ihm das Brot aus der Hand. In der Mitte des Gartens aber sah man aus den Bäumen ein stattliches Schloss hervorragen. Die silbernen Dächer blitzten in der Sonne und von den Türmen wehten bunte Fahnen und Banner. Er ging das Geländer entlang. Endlich fand er einen großen, offenstehenden Torweg, von dem eine lange, schattige Allee gerade auf das Schloss führte. Im Garten selbst war alles still. Kein Mensch ließ sich sehen oder hören. Am Tor hing eine Tafel. »Aha«, dachte er, »wie gewöhnlich. Wenn man an einem recht schönen Garten vorbeikommt, wo die Tore einladend offen stehen, dann hängt immer eine Tafel daneben, worauf steht, dass der Eintritt verboten ist.« Zu seiner Überraschung sah er jedoch, dass er sich diesmal täuschte, denn auf der Tafel stand weiter nichts als, »Hier darf nicht geweint werden.« »So, so«, sagte er, eine närrische Inschrift, zog das Taschentuch heraus und rieb sich ein wenig die Augen, denn er war nicht ganz sicher, ob nicht in einer Ecke irgendwo doch eine halbe Träne sitzen geblieben sei. Darauf trat er in den Garten ein. Der große, breite Weg, der schnurstracks aufs Schloss zulief, machte ihn beklommen. Er schlug lieber einen Seitengang mitten zwischen hohen Jasmin und Rosenhecken ein. Den verfolgte er und gelangte in einen kleinen Wald, aus dem ein Weg mit vielen Windungen zu einem Hügel hinaufführte. Als er jetzt abermals um eine Ecke bog, lag die Spitze des Hügels vor ihm und auf dem Hügel im Grase saß ein wunderschönes Mädchen. Sie hatte eine goldene Krone auf dem Schoß, auf die sie fortwährend hauchte. Dann nahm sie ihre seidende Schürzer, rieb die Krone mit ihr und als sie sah, dass sie wieder ganz blank wurde, klatschte sie vor Freude in die Hände, strich sich ihre langen Haare hinter die Ohren und setzte sich die Krone wieder auf. Den armen Pechvogel überfiel bei ihrem Anblick eine sonderbare Angst. Sein Herz pochte so laut, als wenn es zerspringen wollte. Er trat hinter einen Busch und duckte sich nieder. Aber es war eine Berberritze und ein Zweig legte sich ihm gerade quer übers Gesicht. Und wie der Wind den Busch leise hin und her bewegte, kitzelte ihm ein Dorn fortwährend an der Nasenspitze herum, sodass er laut niesen musste. Erschrocken drehte sich das Mädchen mit der Krone um und sah Pechvogel hinter dem Busche kauern. Warum versteckst du dich? rief sie. Willst du mir etwas Böses tun oder fürchtest du dich vor mir? Da trat Pechvogel zitternd wie Espenlaub hinter dem Busche hervor. Du tust mir nichts, sagte sie lachend. Komm her, setze dich ein wenig zu mir. Meine Gespielinnen sind alle fortgelaufen und haben mich alleingelassen. Du kannst mir etwas recht Hübsches erzählen, aber was zum Lachen, hörst du? Aber du siehst ja so traurig aus. Was fehlt dir denn? Wenn du kein so finsteres Gesicht machtest, wärst du wirklich ein ganz hübscher Mensch. Wenn du es haben willst, antwortete Pechvogel, will ich mich wohl einen Augenblick zu dir setzen. Aber wer bist du denn? Ich habe ja meinen Lebtag noch nie so etwas Schönes und Herrliches gesehen wie dich. Ich bin die Prinzessin Glückskind und dies ist meines Vaters Garten. Was machst du denn hier so allein? Ich füttere meine Rehe und Hirsche und putze meine Krone. Und nachher? Dann füttere ich meine Goldfische. Und wenn du damit fertig bist? Dann kommen meine Gespielinnen wieder und dann lachen wir und singen und tanzen. Ach, was du für ein glückseliges Leben führst. Und das geht so alle Tage? Ja, alle Tage. Nun sage aber auch einmal, wer du bist und wie du heißt. Ach, allerschönste Prinzessin, verlangt nur das nicht von mir. Ich bin der allerunglücklichste Mensch unter der Sonne und habe den hässlichsten Namen. Pfui, sagte sie. Ein hässlicher Name ist sehr hässlich. In meines Vaters Ländern gibt es einen, der heißt Entengrütze und einen anderen, der heißt Fettfleck. Du wirst doch nicht etwa so heißen. Nein, antwortete er. Entengrütze heiße ich nicht, auch nicht Fettfleck. Mein Name ist noch viel hässlicher. Ich heiße Pechvogel. Pechvogel? Das ist ja zum Todlachen. Kannst du denn keinen anderen Namen kriegen? Höre, ich will mir einmal einen recht hübschen Namen für dich ausdenken. Und dann will ich meinen Vater bitten, dass er dir erlaubt, ihn zu tragen. Mein Vater kann alles, was er will, denn er ist König. Aber nur unter der Bedingung tue ich es, dass du ein ganz vergnügtes Gesicht machst. Nimm doch die Hand vom Gesicht. Du musst dir nicht immer so an der Nase herumzupfen. Du hast eine ganz hübsche Nase und wirst sie dir noch ganz und gar verderben. Streich dir einmal die Haare aus der Stirn. So. Nun siehst du doch einigermaßen vernünftig aus. Sage einmal, warum bist du eigentlich so traurig? Denn ich bin immer vergnügt und jeder, mit dem ich rede, freut sich. Nur dir sieht man's gar nicht an. Warum ich so traurig bin? Weil ich mein ganzes Leben traurig war und stets Unglück habe. Und du bist immer lustig? Wie fängst du das an? Mich hat eine Fee über die heilige Taufe gehalten. Der hatte mein Vater früher einmal einen großen Dienst erwiesen. Sie nahm mich auf den Arm, küsste mich auf die Stirn und sagte zu mir, du sollst immer da fröhlich sein und alle Welt fröhlich machen. Wenn dich ein recht trauriger Mensch ansieht, soll er sein Unglück vergessen. Glückskind sollst du heißen. Dich aber hat wohl keine Fee geküsst? Nein, nein, antwortete er hastig. Niemals. Darauf wurde die Prinzessin sehr still und nachdenklich und sah ihn mit ihren großen blauen Augen so sonderbar an, dass es ihm eiskalt den Rücken hinunterlief. Dann hub sie wieder an. Ob es auch immer eine Fee sein muss? Eine Prinzessin ist auch etwas. Komm her, knie dich einmal hin, denn du bist mir zu groß. Darauf trat sie vor ihn, gab ihm einen Kuss und lief lachend fort. Ehe sich Pechvogel noch recht besinnen konnte, war sie verschwunden. Langsam stand er auf. Es war ihm, als wenn er aus einem Traum erwachte. Und doch fühlte er, dass es kein Traum sein könne, denn eine wunderbare Fröhlichkeit war über sein Herz gekommen. Wenn ich nur meinen Hut hätte, sagte er, dass ich ihn in die Luft werfen könnte. Vielleicht fing er an zu trillern und flöge als Lerche davon. Zumut ist mir's so. Ich glaube wirklich, ich bin lustig. Das wäre doch zu merkwürdig. Er pflückte sich noch einen großen Blumenstrauß im Garten und wanderte singend die Landstraße weiter. Sobald er in die nächste Stadt kam, kaufte er sich ein rotsamtenes Wams mit Atlas-Schlitzen und ein Barrett mit einer langen weißen Feder, besah sich im Spiegel und sagte, Pechvogel heiße ich? Wir wollen doch sehen, ob ich nicht einen anderen Namen bekomme. Aber den schönsten, den es gibt, sonst nehme ich ihn nicht an. Dann stieg er auf ein Pferd, gab ihm die Sporen, dass es lustig dahin tanzte und setzte seine Reise fort. Prinzessin Glückskind aber, nachdem sie dem Pechvogel den Kuss gegeben hatte, lief und lief. Dann ging sie langsamer und langsamer und zuletzt setzte sie sich auf eine Bank, unweit vom Schlosser und fing an, bitterlich zu weinen. Als ihre Gespielinnen zurückkehrten und sie fanden, weinte sie immer noch. Sie versuchten, sie zu trösten, aber es half nichts. Da liefen sie in ihrer Angst zum König und riefen, Um Gottes Willen, Herr König, ein Unglück für das ganze Land! Prinzessin Glückskind sitzt im Garten und weint, und niemand kann ihr helfen! Als dies der König hörte, wurde er vor Schrecken blass und sprang eilig die Treppen in den Garten hinunter. Da saß die Prinzessin weinend auf der Bank und hatte die Krone auf dem Schoß, und es waren auf sie so viele Tränen gefallen, dass sie in der Sonne blitzte, als wenn sie mit tausend Diamanten besetzt wäre. Der König nahm seine Tochter in den Arm und tröstete sie und redete ihr zu. Aber sie weinte immer fort. Er führte sie in das Schloss und ließ sie aus dem ganzen Lande alles, was es nur Schönes und Kostbares gab, kommen. Doch sie blieb traurig, und so oft er sie auch bat, ihm doch zu sagen, welch ein schweres Herzleid ihr widerfahren sei, sie antwortete nicht. Aber der König fragte immer wieder, und zuletzt musste sie es sagen. Und sie erzählte, wie sie im Garten gesessen und wie ein junger Mensch gekommen wäre, der so überaus traurig ausgesehen, und wie sie ihn geküsst hätte, um zu sehen, ob er dadurch nicht vielleicht etwas fröhlicher würde. Da schlug der König die Hände über dem Kopf zusammen. Einen fremden, hergelaufenen Menschen, wahrscheinlich einen ganz gewöhnlichen Handwerksburschen, mit schlechten Kleidern und noch dazu ohne Hut. Es ist unglaublich. Er dauerte mich so sehr. Darauf befahl der König seinen Reitern, das Land nach allen Richtungen hin zu durchstreifen und auf den armen Pechvogel zu fahnden. Wenn ihr einen jungen Menschen findet, der aussieht, als hätten ihm die Mäuse das Brot weggefressen und keinen Hut hat, der ist's. Den bringt ihr sofort hierher. Und die Reiter stoben auseinander wie Spreu, in die der Wind fährt, und durchzogen das ganze Land. Manche von ihnen kamen auch an Pechvogel vorbei, der in seiner vornehmen Kleidung stolz auf dem Pferde saß. Aber sie erkannten ihn nicht, und die meisten von ihnen kehrten unverrichteter Dinge in das Schloss zurück, wo sie der König zornig anfuhr und alberne, ungeschickte Menschen schallt, die zu gar nichts zu gebrauchen seien. Die Prinzessin aber blieb traurig wie zuvor und kam jeden Mittag mit verweinten Augen zu Tisch. Und der König tat auch weiter nichts, als dass er immer wieder seine schöne, traurige Tochter ansah und ließ darüber Suppe und Braten kalt werden. So ging es Woche um Woche. Eines Tages jedoch entstand plötzlich ein Lärmen auf dem Schlosshofe. Alles lief zusammen, und ehe noch der König Zeit gehabt, ans Fenster zu treten, um nach der Ursache zu sehen, führten schon zwei Reiter den armen Pechvogel in sein Zimmer. Sie hatten ihm die Hände auf dem Rücken zusammengebunden, aber sein Gesicht strahlte, als wenn ihm in seinem Leben noch nie etwas Lieberes widerfahren wäre. Er verneigte sich vor dem König und richtete sich dann stolz auf, abwartend, was er über ihn beschließen würde. »Wir haben den sauberen Vogel gefangen, Majestät«, sagte der Ältere der beiden Reiter. »Er muss sich aber inzwischen gemausert haben, denn eure Beschreibung passt wie die Faust aufs Auge. Gewiss hätten wir ihn auch nie gefunden, wenn uns nicht der dumme Tölpe, als wir im Wirtshaus mit ihm zusammentrafen, die ganze Geschichte selbst erzählt hätte. Und wisst ihr, was er getan hat, nachdem wir ihn gefangen und gebunden, weitergelacht und weitergesungen, und wie wir ihn auf sein Pferd gesetzt, zwischen unsere Pferde genommen und hinterhergejagt, geschimpft und gezankt, dass wir so langsam ritten, als wenn er es nicht erwarten könne, bis er geköpft würde. Wenn das der traurigste Mensch in der ganzen Christenheit sein soll, Majestät, so möchte ich wohl den Allerlustigsten sehen. Der muss sich dann zum Frühstück die Beine ausreißen und in den Kaffee tauchen. Alles andere hat der ihr schon unterwegs gemacht. Als der König dies gehört, trat er vor Pechvogel mit gekreuzten Armen hin und sagte, »Also du bist der Mensch, der die Frechheit gehabt hat, sich von der Prinzessin küssen zu lassen?« »Ja, Herr König, und ich bin seitdem der allerglücklichste Mensch der Welt geworden.« »Werft ihn in den Turm, er soll morgen geköpft werden.« Hierauf führten die Reiter Pechvogel hinaus in den Turm. Der König aber ging mit langen Schritten in seinem Zimmer auf und ab. »Das ist ein schlimmer Handel«, sagte er. »Haben tue ich ihn, und geköpft wird er. Aber davon allein wird mein Glückskind nicht wieder lustig.« Dann ging er leise bis an das Zimmer seiner Tochter, sah durchs Schlüsselloch, schüttelte den Kopf, ging wieder lange auf und ab und ließ endlich seinen geheimen Rat kommen. Als dieser alles gehört, besann er sich und sagte, »Ich weiß nicht, ob es hilft, aber man könnte es versuchen. Dass der Pechvogel vorher traurig war und jetzt lustig ist, ist sicher. Ebenso, dass unsere schöne Prinzessin früher stets fröhlich war und nun fortwährend weint. Dass der Kuss daran schuld ist, ist doch sehr wahrscheinlich. Also, der Pechvogel muss der Prinzessin den Kuss wiedergeben. »Majestät, das ist meine untertänigste Meinung.« »Das ist ja ganz unmöglich«, erwiderte der König ärgerlich. »Und ganz gegen die Sitte meines Hauses.« »Eure Majestät müssen die Sache nur als Staatsakt betrachten. Dann geht es wohl und niemand kann etwas dagegen einwenden.« Der König überlegte sich die Angelegenheit noch etwas. Dann sagte er, »Gut, wir wollen es versuchen. Rufe alle Grafen und Ritter ins Thronzimmer und lass den Gefangenen heraufführen.« Darauf legte der König seine Staatskleidung an und nahm auf dem Throne Platz. Neben ihm stand die Prinzessin, der er gar nicht gewagt hatte zu sagen, weshalb er sie hatte rufen lassen. Und um ihn herum in großem Kreise der ganze Hof. Lauter vornehme Herren in goldgestickten Kleidern mit Sternen und Scherben. Alles war ganz still. Da ging die Tür auf und Pechvogel wurde hereingebracht. »Du wirst morgen geköpft«, fuhr ihn der König an. »Aber zuvor wirst du augenblicklich und vor allen diesen edlen und erlauchten Herren meiner Tochter den Kuss wiedergeben, den sie dir unüberlegterweise gegeben hat. »Wenn ihr nur das wünscht, Herr König«, entgegnete Pechvogel, »so will ich es herzlich gern tun. Und wenn es möglich ist, dass ein Mensch noch glücklicher werden kann, als ich es jetzt schon bin, so werde ich es gewiss werden.« »Das wollen wir erst einmal sehen«, unterbrach ihn der König Barsch. »Diesmal könntest du dich verrechnet haben.« Darauf schritt Pechvogel auf die Prinzessin zu, umarmte sie und gab ihr einen Kuss. Sie aber nahm seine Hand, sah ihn sehr freundlich an und beide blieben vor dem Throne stehen. »Bist du nun wieder vergnügt, meine liebe Tochter?« fragte der König. »Ein klein bisschen, Herr Vater«, entgegnete sie. »Aber es wird gewiss nicht lange vorhalten.« »Ja, ja«, sagte der König traurig. »Ich sehe es schon. Er ist ja nicht wieder traurig geworden, wie es sein müsste, wenn es richtig wäre. Er steht ja immer noch da und lächelt und macht immer noch das unverschämt vergnügte Gesicht. Was nun anfangen?« Da schlug die Prinzessin die Augen nieder und sagte leise, »Ich weiß es, Vater, und will es dir sagen, aber bloß ins Ohr.« Darauf ging der König mit der Prinzessin auf den Vorsaal und wie sie wieder hereintraten, nahm er die Hand Pechvogels, legte sie in die der Prinzessin und sagte zu allen den versammelten Herren und Grafen, »Es ist nicht zu ändern. Gottes Wille geschehe. Dies ist mein lieber Sohn, der König wird, wenn ich einmal sterbe.« Und Pechvogel wurde Prinz und später König. Er wohnte in dem goldenen Schlosser und gab der Prinzessin so viele Küsse, dass sie noch viel fröhlicher wurde als zuvor. Prinzessin Glückskind aber schenkte ihm für seinen hässlichen Namen die allerschönsten, jeden Tag einen anderen. Nur zuweilen, wenn sie recht übermütig lustig war, sagte sie zu ihm, »Weißt du noch, wie du früher hießest?« Und dann wollte sie sich todlachen. Er aber hielt ihr den Mund zu und sprach, »Still, was sollen die Leute denken, wenn sie es hören? Ich verliere ja allen Respekt.« Die fünf Fragen von Johann Wilhelm Wolf Ein armer Hirt hatte einen einzigen Sohn und kein Kind außer ihm. Da war es kein Wunder, dass der Knabe verzogen wurde. Alles, was er nur wollte, geschah. Und so wuchs er ganz in Wildnis hinein, tat nichts und lernte nichts. Als er zwölf Jahre alt war, wurde ihm das einsame Leben auf dem Felde zu langweilig und er sprach, »Ich gehe betteln, da verdiene ich auch mein Brot und komme zugleich in der Welt herum.« Was wollten die Eltern da machen? Sie mussten ihn eben gehen lassen. Er bettelte sich durch bis in eine große Stadt. Da setzte er sich vor der Tür eines reichen Kaufmannes nieder, zog ein Stück Brot aus dem Sack und biss so lustig hinein, als ob die ganze Stadt sein wäre und er vorm besten Braten der Welt säße. Zufällig kam der Kaufmann eben nach Hause und der Knabe gefiel ihm so wohl, dass er ihn zu sich nahm und ihn in die Schule schickte. Das Lernen schlug bei dem Hirtenknaben sehr wohl an. Er war immer der Erste. Als er ausgelernt hatte, musste er auch noch die Kaufmannschaft erlernen und auch darin machte er so große Fortschritte, dass sein Pflegevater ihn nicht genug rühmen konnte. Soweit war wohl alles gut, aber was dem Kaufmann nicht behagte, war, dass sein Pflegesohn, der unterdessen ein schöner Jüngling geworden war, sich allzu gut mit seiner Tochter stand, so dass er fürchtete, die beiden möchten sich heiraten wollen. Darum beschloss er, ihn wegzuschicken, dass er die Welt sähe, denn er dachte, dann würden sie leicht einander vergessen. Darüber freute sich der Jüngling sehr, aber bevor er abreiste, ging er heimlich zu Emma, so hieß es Kaufmannstochter, und sprach, du bist mein und ich bin dein und wir lassen nicht voneinander. Da gelobte sie ihm treu zu bleiben, schenkte ihm einen schönen Ring und sie nahmen unter vielen Tränen Abschied voneinander. Der Jüngling zog weg und kam an die See. Da nahm er ein Schiff und fuhr über ein großes Königreich, welches auf einer Insel lag. Als er in die Hauptstadt kam, wurde er vor den König geführt, welcher ihn frug, wohin er gehe und was er suche. Ich suche mein Glück, weiß aber noch nicht, wo ich es finden soll, sprach der Jüngling. Wenn du es findest, dann bringe mir auch das meine mit, sprach der König. Was ist das denn, frug der Jüngling und der König antwortete, mein Glück ist ein Baum, welcher goldene Früchte trug, aber jetzt keine mehr trägt. Wenn du mir schaffst, dass er wieder fruchtbar wird, schenke ich dir eine Last Goldes aus meiner Schatzkammer. Der Jüngling versprach, er wolle sich alle Mühe darum geben und bestieg wieder sein Schiff, denn er merkte wohl, dass sein Glück nicht auf der Insel war. Nachdem er sechs Tage und sechs Nächte gefahren war, kam er an ein anderes Land, stieg aus und wanderte auf die Hauptstadt zu. Als er am Tore seinen Pass zeigte, führte ihn die Schildwache zum König, welcher in tiefer Trauer war. Wohin gehst du, frug der König. Ich suche mein Glück, sprach der Jüngling. Dann bringe mir auch meines mit, wenn du deines findest, sprach der König. Was ist denn das? Mein Glück ist ein Brunnen, daraus sprangen ehedem goldene Perlen und jetzt springen keine mehr daraus und er ist ganz versiegt. Wenn du mir schaffen kannst, dass er wieder springt, dann schenke ich dir eine Last Goldes aus meiner Schatzkammer. Der Jüngling versprach, sein Möglichstes zu tun und zog weiter, denn er sah ein, dass ihm hier sein Glück nicht blühe. Zwei Monate fuhr er im Lande umher. Da kam er an die See. Dort setzte er sich zu Schiffe und fuhr noch zwei Monate. Da legte das Schiff an, denn sie hielten vor einer großen Insel. Er stieg ans Land und kam an die Hauptstadt, wo alles in tiefer Trauer war. Es war ein Gebot vom König ausgegangen, dass jeder Fremde gleich zu ihm geführt werde und so geschah es auch dem Jüngling. Als er in das Schloss kam, frug der König ihn, Wohin gehst du? Ich suche mein Glück. Dann bringe mir auch das Meine mit, wenn du deines findest. Was ist denn das? frug der Jüngling und der König antwortete, Ich hatte drei Töchter und vor Jahren ist mir die Jüngste gestohlen worden. Wenn du sie mir wieder schaffst, schenke ich dir mein halbes Königreich. Der Jüngling versprach, alles zu tun, was in seinen Kräften stünde und zog seines Weges weiter. Denn wo solche Trauer war, da konnte sein Glück nicht sein. Er hatte wiederum ein gut Stück Weges hinter sich, als er eines Tages ein altes Schloss vor sich liegen sah. Ein ungeheurer Riese hielt daran Wache. Der trug eine der schwersten Kanonen, die es gibt, auf der Schulter. Als er den Jüngling sah, schrie er, Ei, du Erdwurm, wo willst du denn hin? Ich suche mein Glück. Dann bringe mir auch meines mit, hörst du? Wenn du mir sagen willst, was das ist, will ich es wohl tun, sprach der Jüngling. Ich stehe hier schon tausend Jahre Schildwache, sagte der Riese. Und weiß nicht, wie ich abgelöst werden kann. Gut, ich will sehen, sprach der Jüngling und zog weiter und immer weiter, bis er an einen großen Fluss kam. Da saß eine steinalte Frau in einem Nachen, die frug ihn, ob er nicht überfahren wolle. Jawohl, das möchte ich gern. Wo gehst du denn hin? frug die Frau weiter und er antwortete, Ich suche mein Glück. Dann bringe mir doch auch meines mit. Was ist denn das? Ich fahre schon an tausend Jahre die Leute über und niemand kommt, um mich abzulösen, antwortete die Frau. Der Jüngling versprach es ihr bereitwillig, sprang am anderen Ufer ans Land und marschierte rüstig weiter, bis er an einen großen Wald kam. Da irrte er den ganzen Tag umher. Gegen Abend traf er auf ein Waldhaus. Da klopfte er an. Eine schöne junge Frau öffnete ihm die Türe, aber sie erschrak offenbar, als sie ihn erblickte. Könnte ich die Nacht wohl hierbleiben? Trug der Jüngling. Ach, ihr seid zu eurem Unglück hierher gekommen, sprach sie. Und ihr dürft hier nicht bleiben, denn ihr seid eures Lebens nicht sicher. Hier wohnt ein Menschenfresser, der verschont keines, und wenn er euch findet, dann ist es um euch geschehen. Ich bin aber so müde, dass ich nicht weiter kann, sprach der Jüngling. Wollt ihr mich nicht irgendwo verstecken? Das kann ich nicht, antwortete sie, denn er riecht euch, und zudem ist er allwissend und sieht alles, was auf der Erde vorgeht. Aber der Jüngling bat so lange, bis sie endlich doch einwilligte. Die schöne Frau brachte das Abendbrot, und sie setzten sich zusammen zu Tische. Während sie aßen, erzählte er ihr von seiner Reise und den Fünfen, denen er ihr Glück mitbringen solle, wodurch eigentlich sein Glück gemacht wäre, denn wenn er so viel Gold von den Königen bekäme, dann wäre er geborgen auf Lebenszeit. Die Frau war von Herzen sehr gut, und sie versprach ihm, den Menschenfresser auszuforschen, der werde schon alles wissen. Plötzlich rauschte und brauste es im Wald, als ob alle Bäume brechen wollten. Da kommt er, schrie die Frau, und schnell kroch der Jüngling unter das Bett. Kaum lag er da, als die Tür aufflog und der Menschenfresser hereintrat. Menschenfleisch riech ich, Menschenblut genieße ich, »Wen hast du heim?« schrie er. »Ei, Narr«, sprach die Frau, »wirst du dich denn nie an mich gewöhnen? Mich hast du heim, und hier steht dein Essen. Das lass dir schmecken und damit Holla!« Er wollte ihr antworten und machte Garmine unters Bett zugreifen. Da drückte sie ihn auf seinen Stuhl nieder und schob ihm einen Löffel voll über den anderen in den Mund. Als sie ihn recht vollgestopft hatte, so dass er sich kaum mehr regen konnte, packte sie ihm am Kragen und rief, »Nun steh auf und mach, dass du in dein Bett kommst. Ich kann dich nicht hineintragen. Nur nicht lange da gesessen. »Rasch, sonst schläfst du mir noch ein!« Da raffte er sich langsam auf und wankte nach dem Bette zu. Plumps fiel er hinein. Sie schob die Beine nach und es dauerte keine zwei Minuten, da blies er schon wie ein Blasbalk und bald schnarchte er, dass man's weit im Walde hörte. Da rief die schöne Frau dem Jüngling zu, »Nun merke wohl auf, was er sagt, wenn ich ihn frage.« Sie legte sich zu dem Menschenfresser und stieß ihn derb in die Seite. Er fuhr auf und brummte unwirsch, »Was fällt dir ein, du Nerren?« Sie sprach, »Mir träumte ein König habe einen Baum mit goldenen Früchten gehabt. Jetzt trage er aber keine mehr. Was mag die Ursache davon sein?« »Das weiß ich,« knurrte der Menschenfresser. Eine von den Kammerjungfern der Prinzessin hat heimlich ein Kind geboren. Sie hat es getötet und an der Wurzel des Baumes begraben. Solange das unschuldige Blut im Rache schreit, kann der Baum keine goldenen Früchte tragen. Wird es aber hinweggenommen und sie bestraft, dann trägt er noch reichlicher als vorher.« Und nachdem er dies gesagt hatte, legte er sich aufs andere Ohr und schlief wieder ein. Über eine Weile gab sie ihm abermals einen Rippenstoß, sodass er auffuhr und brummte, »Was willst du denn schon wieder?« Mir träumte,« sprach sie, »ein König habe einen Brunnen, woraus goldene Perlen sprengen, und der sei ihm versiegt. Woher mag das wohl kommen?« »Das weiß ich,« knurrte der Menschenfresser. »Es sitzt eine große Kröte im Brunnen vor der Quelle. Wenn man die herausholt, dann springt der Brunnen noch reicher als vorher. Jetzt lass mich ruhig schlafen.« Und er legte sich auf die Seite und schnarchte sein Stückchen weiter. Er hatte aber noch nicht manche Not geschnarcht, da gab ihm die Frau einen Schlag hinter das Ohr, sodass er in die Höhe fuhr und schrie, »Bist du toll geworden, oder was fehlt dir?« »Ach, ich träume die Nacht so schwer,« sprach sie. »Mir träumte ein König »Ich habe drei Töchter gehabt. Davon sei eine ihm gestohlen worden und kein Mensch wisse, wo sie geblieben sei. Das musst du doch jedenfalls wissen.« »Das weiß ich auch,« antwortete er und grinste sie freundlich an. »Das bist ja du selbst und ich habe dich ihm gestohlen. Aber jetzt rate ich dir, lass mich schlafen.« Der schönen Frau ging durch diese Antwort ein Licht auf. Ihr fiel ein, wie sie in dem Palast ihres Vaters so schöne Zimmer gesehen und so liebe gute Schwestern gehabt hatte, wie sie von ihrer Mutter gehätschelt und getätschelt worden war und alles, alles sah sie wieder vor sich. Da überkam sie ein großes Heimweh und sie dachte in ihrem Herzen, »Ach, wenn er mich doch mitnehme und meinen lieben Eltern ihr Glück brächte und mir das Meine schenkte.« Sie stand vorsichtig auf und rief leise, ganz leise dem Jüngling zu, der unter dem Bette steckte. »Willst du mich denn hier bei dem Menschenfresser lassen oder willst du mich mitnehmen? Ach, nimm mich doch mit dir!« »Ohne dich gehe ich nicht«, sprach der Jüngling. »Und wenn es mein Leben kostete!« Da fasste sie frischen Mut und schlug den Menschenfresser noch einmal hinters Ohr, dass es patschte. Der fuhr sehr zornig empor und schrie sie an, »Jetzt wird es mir zu bunt. Willst du mich in Ruhe lassen oder nicht?« »Ach, es ist so heiß und ich glaube, ich habe ein Fieber!« sprach sie. »Denn so habe ich noch nie geträumt!« »Was hast du denn wieder geträumt?« schnäuzte er und sie sprach. »Ach, mir träumte ein Riese stünde tausend Jahre Schildwache und habe eine schwere Kanone auf der Schulter, wisse aber nicht, wie er abgelöst werden könne.« »Ei, der Narr!« brummte der Menschenfresser und legte sich wieder hin. »Warum gibt er die Kanone nicht dem ersten Besten, der vorbeikommt? Dann ist er abgelöst. Jetzt lass mich aber mit deinen Träumen in Ruhe, oder du sollst sehen, dass ich keinen Spaß verstehe!« Und über eine Weile schnarchte er wieder, dass das Häuschen zitterte. Es blieb aber noch eine Frage übrig und so wagte es die Frau denn auf gut Glück und patschte ihn zum Schluss noch einmal, dass es schallte. Im selben Augenblick aber richtete sich das Ungeheuer auf, bleckte seine Zähne vor Wut und griff nach ihr. Wäre sie nicht so flink aus dem Bette gesprungen, er hätte sie wahrscheinlich gefressen. Sie war aber in einem Satz an der Tür und rief »Tu mir doch nichts! Was kann ich denn dafür, dass mir so schwer träumt und dass ich ein Fieber habe?« »Das ist das letzte Mal, wo ich es dir hingehen lasse!« sprach der Menschenfresser. »Kommst du mir aber noch einmal, dann fresse ich dich mitsamt deinen Träumen!« »Es soll ja auch gewiss nie wieder geschehen. Beruhige dich nur!« sagte die Frau. »Mir träumte eine alte Frau fahre schon an tausend Jahre die Leute in einem Nahen über ein Wasser und könne nicht abgelöst werden. Wie kommt das wohl?« »Ei, die Nerren! Lasse ihr Ruder dem ersten Besten geben, den sie überfährt und zuerst ans Land springen, dann ist sie abgelöst. Und nun nimm dich in Acht und störe mich nicht wieder in meiner Nachtruhe, sonst schaffe ich mir Ruhe und dir mit.« »Nun gib dich nur zufrieden, alter Narr!« sprach die Frau und kraute ihm den Kopf. Da knurrte er noch ein wenig und dann schlief er wieder ein und schnarchte so brav wie vorher. Da stand die Frau leise auf und der Jüngling kroch unterm Bett hervor. Sie öffneten vorsichtig die Türe und flohen so schnell, wie sie konnten. Und ehe der Morgen anbrach, standen sie schon an dem Wasser. Die alte Frau rief dem Jüngling schon von Weitem entgegen. »Nun, hast du mein Glück?« »Ich habe es und wenn du uns rasch überfährst, sage ich es dir am anderen Ufer.« In einem Nu waren sie jenseits des Wassers. Da sprangen die beiden ans Land und der Jüngling sprach, »Wenn du abermals jemand überfährst und du bist am Lande, dann gib ihm das Ruder und springe zuerst aus dem Nachen, dann bist du abgelöst.« »So zeige mir doch, wie ich das machen muss!« sprach die Frau. Aber die beiden waren ihr zu klug und eilten ihres Weges weiter. Als der Riese den Jüngling sah, rief er ihm entgegen. »Nun, du Erdwürmchen, hast du mein Glück?« »Ich habe es, aber warte, bis ich an dem Schlosse vorüber bin.« Jenseits des Schlosses sagte der Jüngling ihm sein Glück und der Riese bedankte sich und war von Herzen froh. In dem Königreich, wohin sie nun kamen, nahmen sie sich einen schönen Wagen und putzten ihn mit grünen Reisern und der Jüngling sagte jedem, der es hören wollte, »Ich bringe dem König seine verlorene Tochter zurück.« Da lief alles Volk mit dem Wagen und es war ein Jubel ohne Ende. In der Hauptstadt aber ging der Jubel erst recht los. Der König und die Königin und die Schwestern der Prinzessin waren außer sich vor Freude und drei Monate lang gab es Feste auf Feste, eines prächtiger wie das andere. Da drängte es den Jüngling doch nach Hause und sogleich ließ der König ihm sechs Maultiere mit Goldbeladen vorführen und sprach, »Nun wähle dir, was du willst. Hast du lieber die sechs Lasten Gold oder willst du lieber eine meiner Töchter zur Frau?« »Wäre ich nicht versprochen,« antwortete der Jüngling, »dann wählte ich eine der drei schönen Prinzessinnen zu meiner Frau. Nun aber darf ich meinem Schatz die Treue nicht brechen, denn das wäre große Sünder und wähle die sechs Lasten Gold.« »Wie du willst,« sprach der König und am anderen Tage nahm der Jüngling Abschied und fuhr zur See in das andere Königreich. Er ging geradenweges auf die Hauptstadt und das Schloss des Königs zu und ließ sich bei ihm melden. Der König war sehr erfreut, ihn wiederzusehen und frug sogleich, »Hast du mein Glück?« »Ich habe es,« sprach der Jüngling und offenbarte ihm, dass die große Kröte den Brunnen verstopft war. Da wurden die Brunnenmeister geholt und mussten in den Brunnen hinabsteigen und wie der Jüngling gesagt hatte, so war es. Sobald die Kröte von dem Quell weggenommen war, sprang er so reichlich, dass die Brunnenmeister sich kaum vor dem Wasser mit den goldenen Perlen zu retten wussten. Es fehlte wenig, so wären sie alle ertrunken. Der König freute sich aber so sehr darüber, dass er dem Jüngling statt einer zwei Lasten Goldes geben ließ und ihm auch noch ein Schiff ausrüsten ließ, womit er seine Fahrt zur See fortsetzen konnte. Es dauerte nicht lange, so landete der Jüngling in dem Ersten Königreich, wo er sich sogleich zum König führen ließ. »Hast du mein Glück?« frug der König. »Ich habe es,« sprach er und offenbarte ihm, warum der Baum keine goldenen Früchte mehr trage. Sogleich mussten die Gärtner herbei und an dem Baume nachgraben. Da kamen die weißen Knöchelchen zutage und die Kammerjungfer wurde noch am selben Morgen hingerichtet. Noch vor Abend trieb der Baum Blüten und so viel goldene Früchte, als wollte er all die Jahre nachholen, in welchen er unfruchtbar dagestanden hatte. Der König aber schenkte dem Jüngling in seiner Dankbarkeit statt einer Lastgoldes zwei und dazu Wagen, Pferde und prächtig gekleidete Diener. Fröhlich und wohlgemut ging der Jüngling zur See und konnte es kaum erwarten, seine Emmer wiederzusehen. Als das Schiff am Strande vor Anker gegangen war, setzte er sich in seinen Wagen und fuhr in die Stadt, wo der Kaufmann wohnte. Dort kehrte er dem Hause gegenüber in einen Gasthof ein. Wie wunderte er sich aber, als er in des Kaufmannshaus alle Fenster erleuchtet sah und rauschende Musikschallen hörte. Er frug den Wirt, was das bedeute und der Wirt antwortete, die Tochter des Hauses hält Verspruch, aber es geschieht gegen ihren Willen. Du lieber Gott, das arme Blut täte lieber Gott weiß was, als mit ihrem Bräutigam tanzen, aber ihr Vater zwingt sie dazu. Dabei möchte ich auch sein, sprach der Jüngling, zog prächtige Kleider an und ging in das Haus. Da er schon so viele Jahre weg gewesen war, hatte er sich so sehr verändert, dass ihn niemand wiedererkannte, selbst Emma nicht. Wer hätte aber auch denken sollen, dass dieser stolze Herr der Jüngling gewesen sei. Er ging sogleich auf Emma zu und sprach sie um einen Tanz an. Von Herzen gern, sagte sie, denn jetzt brauchte sie doch nicht mit ihrem verhassten Bräutigam zu tanzen. Während sie nun so herumwalzten, hielt er ihr die Hand so, dass der Ring ihr Recht in die Augen blitzte. Sie sah den Jüngling mit großen Augen an und wurde totenblass. Er aber führte sie in ein anderes Zimmer und sprach, Emma, kennst du mich nicht mehr? Da fiel sie vor lauter Freude in Ohnmacht und als sie wieder erwachte, da lag sie in seinen Armen. Ihr Vater und ihre Mutter kamen hinzu und auch der Bräutigam und alle waren nicht wenig erstaunt, dass Emma so freundlich gegen den fremden, stolzen Herrn tat. Da gab sich der Jüngling zu erkennen und erzählte, woher er sein Geld habe und dass er reicher sei als der König. Die Gäste horchten mit Erstaunen zu, nur nicht der Bräutigam. Der schlich sich leise hinweg und niemand hat ihn mehr gesehen. In dem Herzen des Kaufmanns war aber die Habgier erwacht. Als er am folgenden Tage das viele Geld sah, welches der Jüngling mitgebracht hatte, da ließ es ihm erst recht keine Ruhe und er sprach zu seiner Frau, Komm, lass uns auch unser Glück versuchen. Hat der Gelbschnabel es so leicht gefunden, dann werden wir es auch finden und noch viel besser als er. Da packten sie ihre Koffer und gingen zur See. Als sie in das Erste Königreich kamen und nach dem König frugen, wurden sie gar nicht einmal vorgelassen. In dem Zweiten Königreich ließ der König ihnen sagen, als sie sich meldeten, sie hätten nichts bei ihm verloren. In dem Dritten wurden sie wohl vorgelassen. Als sie aber sagten, sie wollten dem König sein Glück mitbringen, frug der König, ob sie närrisch seien und sprach, Ich habe kein Glück mehr nötig, seitdem ich meine Tochter wiedergefunden habe. Die beiden Alten verloren trotzdem den Mut nicht und gingen weiter. Als der Riese sie sah, rief er dem Kaufmann zu, Halt da, du Erdwurm! Nimm mir mein Gewehr einmal ab! Du kannst für mich Wache halten! Und er legte ihm die Kanone auf die Schultern. Aber sie war so schwer, dass der Mann zusammenbrach. Die Frau war beim Anblick des Riesen vor Schrecken geflohen, ohne sich nach ihrem Manne umzusehen, und kam an das Wasser. Da nahm das alte Weib sie hurtig in ihren Kahn auf. Als diese am anderen Ufer hielt, sprach die Alte, Haltet mir einen Augenblick das Ruder fest! Die Frau tat es, und in einem Satz war die Alte am Ufer und die Frau verwünscht, die Leute überzufahren. Wenn keiner unterdessen dem Kaufmann die Wache und ihr das Ruder abgenommen hat, dann findest du sie wohl noch heut auf auf ihrem Posten. Die wilden Schwäne von Hans Christian Andersen Weit, weit von hier, da, wohin im Herbste die Schwalben fliegen, wohnte einmal ein König. Der hatte elf Söhne und eine Tochter namens Elisa. Die elf Brüder, Die jungen Prinzen gingen mit dem Ordensstern auf der Brust und dem Säbel an der Seite in die Schule. Sie schrieben mit Diamantgriffeln auf goldene Tafeln und lernten ebenso gut auswendig, als sie lasen. Man konnte sogleich hören, dass sie Prinzen waren. Die Schwester Elisa saß auf einem Stühlchen von Spiegelglas und hatte ein Bilderbuch, das ein halbes Königreich gekostet hatte. Ja, die Kinder hatten es sehr gut. Allein so sollte es nicht bleiben. Ihr Vater, der König über das ganze Land war, verheiratete sich mit einer bösen Königin, die die armen Kinder gar nicht lieb hatte. Und dies konnten sie schon am ersten Tage deutlich merken. Auf dem Schlosse war nämlich ein großes Fest und die Kinder spielten »Es kommt Besuch«. Aber während sie sonst alle Kuchen und Bratäpfel, die nur aufzutreiben waren, bekamen, gab ihnen die neue Königin nur Sand und sagte ihnen, »Sie könnten ja so tun, als ob es etwas Gutes wäre.« In der folgenden Woche brachte sie das Schwesterchen Elisa zu einer Bauernfamilie aufs Land und es dauerte gar nicht lange, da hatte sie den König so sehr gegen die armen Prinzen eingenommen, dass er sich gar nicht mehr um sie kümmerte. Fliegt hinaus in die weite Welt und sorgt für euch selbst, sagte die böse Königin. Fliegt als große Vögel ohne Stimme. Aber so schlimm, wie sie es gern gewollt hätte, konnte sie es doch nicht machen. Sie verwandelten sich nämlich in herrliche, wilde Schwäne. Mit einem sonderbaren Schrei flogen sie zu den Schlossfenstern hinaus über den Wald und Park hinweg. Es war noch ganz früh am Morgen, als sie an jenem Bauernhause, wo Elisa noch schlafend in ihrem Bettchen lag, vorbeikamen. Hier schwebten sie über dem Dacher, drehten ihre langen Hälse und schlugen mit den Flügeln. Aber niemand sah oder hörte es und sie mussten wieder weiter, hoch zu den Wolken empor, hinaus in die weite Welt. Sie flogen zu einem großen dunklen Walder, der sich bis an das Meeresufer erstreckte. Die arme, kleine Elise aber stand in der Bauernstube und spielte mit einem grünen Blatter, denn ein anderes Spielzeug hatte sie nicht. Sie stach ein Loch in das Blatt und schaute hindurch zur Sonne empor. Da war es ihr gerade, als ob sie die hellen Augen ihrer Brüder erblickte. Und so oft die warmen Sonnenstrahlen auf ihre Wangen fielen, musste sie aller ihrer Küsse gedenken. Ein Tag verging wie der andere. Wenn der Wind durch die Rosenhecken vor dem Hause wehte, flüsterte er den Rosen zu, wer könnte schöner sein als ihr? Aber dann schüttelten die Rosen die Köpfe und sagten Elisa ist es. Und wenn am Sonntag die alte Frau vor ihrer Tür saß und in ihrem Gesangsbuch las, da wandte der Wind die Blätter um und sagte zum Buch, wer könnte frömmer sein als du? Elisa ist es? Er widerte das Gesangbuch und was das Gesangbuch und die Rosen sagten, war die reine Wahrheit. Als Elisa 15 Jahre alt war, sollte sie nach Hause zurückkehren. Als sie doch die Königin sah, wie schön sie geworden war, wurde ihr Herz von Zorn und Hass gegen sie erfüllt. Am liebsten hätte sie sie auch in einen wilden Schwan verwandelt, aber das wagte sie doch nicht sogleich, weil ja der König seine Tochter sehen wollte. Am nächsten Morgen in aller Frühe ging die Königin in das Bad, das aus Marmor erbaut und mit weichem Kissen und wunderschönen Teppichen ausgestattet war, nahm drei Kröten, küßte sie und sagte zu der ersten, setze dich auf Elisas Kopf, wenn sie in das Bad steigt, damit sie so dumm wird wie du. Setze du dich auf ihre Stirn, sagte sie zu der zweiten, damit sie so hässlich wird wie du und ihr Vater sie nicht erkenne. Ruhe an ihrem Herzen, flüsterte sie der dritten zu. Gib ihr einen bösen Sinn, der ihr und anderen Schmerzen verursacht. Dann setzte sie die Kröten in das klare Wasser, das sofort eine grünliche Farbe annahm, rief Elisa, entkleidete sie und befahl ihr, in das Wasser hinab zu steigen. Als Elisa nun untertauchte, setzte sich ihr die eine Kröte in das Haar, die andere auf die Stirne und die dritte auf die Brust. Allein Elisa schien es gar nicht zu merken und sobald sie sich wieder aufrichtete, schwammen drei rote Mohnblumen auf dem Wasser. Wären die Tiere nicht giftig gewesen und nicht von der Hexe geküsst worden, so wären sie in drei rote Rosen verwandelt worden. Aber Blumen wurden sie trotzdem, weil sie auf Elisas Haupte und an ihrem Herzen geruht hatten. Elisa war zu fromm und unschuldig, sodass Zauberei ihr nichts anhaben konnte. Als die böse Königin das sah, rieb sie Elisa mit Nuss Schalensaft ein, sodass sie ganz schwarz braun wurde, bestrich das liebliche Gesicht mit einer stinkenden Salbe und verwirrte ihr herrliches langes Haar. Nun war es unmöglich, die schöne Elisa wiederzuerkennen. Als ihr Vater sie in diesem Zustand erblickte, erschrak er sehr und erklärte ganz bestimmt, dies sei nicht seine Tochter. Niemand wollte sie wiedererkennen, nur allein der Kettenhund und die Schwalben. Aber das waren eben nur arme Tiere, die nichts zu sagen hatten. Da weinte die arme Elisa und dachte an ihre elf Brüder, die alle verschwunden waren. Betrübt schlich sie zum Schlosse hinaus und wanderte den ganzen Tag über Feld und Moor dahin, bis sie in den großen Wald kam. Sie wusste zwar nicht, wohin sie wollte, aber in ihrer großen Betrübnis sehnte sie sich nach ihren Brüdern, die sicher auch gleich hier in die weite Sie war noch nicht lange im Walde, da brach die Nacht herein. Sie war ganz vom Wege abgekommen und wusste nicht aus noch ein. Da legte sie sich auf das weiche Moos, sprach ihr Abendgebet und lehnte ihr Köpfchen an einen Baumstumpf. Es war ganz still. Die Luft war weich und lind. Rings um im Moos und Gras leuchteten einem grünen feuergleich viele hundert Johanneswürmchen und als Elisa einen der Zweige leicht mit der Hand berührte, fielen die glänzenden Insekten wie Sternschnuppen zu ihr hernieder. Die ganze Nacht hindurch träumte sie von ihren Brüdern. Sie spielten wieder als Kinder, schrieben mit Diamantgriffeln auf goldene Tafeln und betrachteten das herrliche Bilderbuch, das ein halbes Königreich gekostet hatte. Aber auf die Tafeln schrieb sie jetzt nicht mehr nur Nullen und Striche, sondern die kühnen Taten, die sie ausgeführt und alles, was sie gesehen und erlebt hatten. Und im Bilderbuch war alles lebendig. Die Vögel sangen, die Menschen traten aus dem Buch heraus und sprachen mit Elisa und ihren Brüdern. Aber wenn das Blatt umgedreht wurde, sprangen sie schnell wieder hinein, Als sie erwachte, stand die Sonne schon hoch am Himmel. Elisa konnte sie zwar nicht sehen, denn die hohen Bäume bereiteten ihre Zweige dicht und fest aus. Aber die Strahlen spielten dort oben wie ein wehender Goldflor. Ein köstlicher Duft entströmte dem grünen Laube und die Vögel hüpften herbei und setzten sich Elisa fast auf die Schultern. Sie hörte das Wasser plätschern, denn es waren viele reiche Quellen im Walde, die alle in einen Teich sich ergossen, wo der herrlichste Sandboden war. Allerdings wuchs ringsherum dichtes Gebüsch, aber an einer Stelle hatten die Hirsche eine große Öffnung gebildet und hier ging Elisa zum Wasser hin und blickte hinein. Das Wasser war so klar, dass sie, wenn der Wind nicht die Zweige der Bäume bewegt hätte, fast hätte glauben können, sie seien auf den Boden gemalt, so deutlich spiegelte sich jedes Blatt im Wasser wieder. Aber sobald Elisa ihr Antlitz erblickte, erschrak sie heftig, so braun und hässlich war es. Allein als sie ihre kleine Hand ins Wasser tauchte und Augen und Stirne damit rieb, glänzte auch die weiße Haut wieder hervor. Da zog sie Wasser hinein. Ein schöneres Königskind gab es sonst nirgends auf der Welt. Nachdem sie sich dann wieder angekleidet und ihr langes Haar geflochten hatte, trank sie aus einer der hervorsprudelnden Quellen aus ihrer hohlen Hand und wanderte dann in den dunkelsten Teil des Waldes hinein, ohne selbst zu wissen, wohin. Sie dachte an ihre Brüder und an den lieben Gott, der und er, der die wilden Äpfel wachsen lässt, um die Hungrigen zu speisen, zeigte nun auch ihr einen solchen mit Früchten reich beladenen Baum. Hier hielt sie ihr Mittagsmahl, stützte die sich unter ihre lastbeugenden Zweige und ging dann immer tiefer in den dunklen Wald hinein. Ringsum war es ganz still. Sie konnte ihre Fußtritte und jedes welke Blatt, auf das sie ein Vogel war zu sehen. Kein Sonnenstrahl drang durch die großen, dichten Baumzweige hindurch. Die hohen Stämme standen so nahe beieinander, so dass es ihr, wenn sie gerade ausblickte, vorkam, als ob sie von einem einzigen dichten Balkengitter umschlossen sei. Oh, hier war eine Einsamkeit, wie sie sie früher nie gekannt hatte. In der Nacht wurde es ganz finster, nicht ein einziges Leuchtkäferchen schimmerte im Moos und betrübt legte sich Elisa zum Schlafen nieder. Da war es ihr, als ob die Baumwipfel über ihr zur Seite geschoben würden und der liebe Gott mit milden Augen auf sie niedersehe, während süße, kleine Engel über seinem Haupte und unter seinen Armen hervorlugten. Als Elisa am nächsten Morgen erwachte, wusste sie nicht, ob sie geträumt hatte oder ob es wirklich so gewesen war. Nachdem sie eine kleine Strecke weitergegangen war, begegnete sie einer alten Frau mit einem Korbe voll Bären am Arm. Die Alte gab ihr eine Handvoll davon und Elisa fragte sie, ob sie nicht elf Prinzen durch den Wald habe reiten sehen. Nein, erwiderte die Alte, aber gestern sah ich elf Schwäne mit goldenen Kronen auf dem Kopfe den Bach hier hinab schwimmen. Sie führte Elisa zu einem kleinen Abhang, an dessen Fuß ein Bach vorüber floss. Die Bäume am Ufer hatten ihre langen, blätterreichen Zweige ineinander verschlungen und wo sie sich infolge ihres natürlichen Wuchses nicht erreichen konnten, da hatten sie ihre Wurzeln vom Erdreich losgerissen und hingen nun mit ineinander geflochtenen Zweigen über das Wasser hinaus. Elisa verabschiedete sich von der Alten und ging nun dem Bache entlang, bis dieser in das weite offene Meer mündete. Die herrliche blaue See lag nun vor dem jungen Mädchen ausgebreitet da, aber nicht ein Segel war darauf, kein Boot war zu erblicken. Wie sollte sie da weiter kommen? Sie betrachtete die unzähligen Steine am Ufer, die alle vom Wasser rund geschliffen waren. Glas, Eisen und Steine, kurz alles, was hier angeschwemmt war, hatte vom Wasser, das doch weicher war als ihre weiche Hand, Gestalt angenommen. Da dachte Elisa, unermüdlich rollt es und rollt es und so ebnet sich allmählich das Harte. Ich will auch so unermüdlich sein. Habt Dank für eure Lehre, ihr klaren rollenden Wogen. Einmal, das sagt mir mein Herz, werdet ihr mich zu meinen Brüdern tragen. Auf dem angespülten Seegras lagen elf weiße Schwanenfedern, diese sammelte sie in einem Strauß. Es lagen Wassertropfen darauf, aber ob es Tau war oder Tränen, das konnte niemand sehen. Einsam war es dort am Strande, aber sie fühlte es nicht, denn das Meer bot eine beständige Abwechslung dar, ja, in wenigen Stunden mehr, als die Binnenseen in einem ganzen Jahre aufzuweisen vermögen. Zog eine große schwarze Wolke daher, so war es, als ob das Meer sagen wollte, ich kann auch finster aussehen. Und dann blies der Wind und die Wogen schäumten. Er glühten aber die Wolken in rotem Schein und legte sich der Wind, dann sah das Meer aus wie ein Rosenblatt. Bald war es grün, bald weiß, aber wie stille es auch immer ruhte, am Strande zeigte sich doch stets eine leichte Bewegung. Das Wasser hob und senkte sich leiser, wie die Brust eines schlafenden Kinders. Als die Sonne am Untergehen war, gewahrte Elisa elf wilde Schwäne mit goldenen Kronen auf dem Kopfe, die dem Lande zuflogen. Einer schwebte hinter dem anderen. Es sah wie ein langes weißes Band aus. Da eilte sie den Abhang hinauf und versteckte sich hinter einem Busch. Die Schwäne ließen sich ganz in ihrer Nähe nieder und schlugen mit ihren großen weißen Flügeln. Sobald die Sonne am Horizont verschwunden war, fielen plötzlich die Schwanenhüllen ab und elf schöne Prinzen, Elisas Brüder, standen da. Elisa stieß einen lauten Schrei aus, denn so sehr sie sich verändert hatten, so wusste sie doch gleich, dass sie es sein mussten. Sie fühlte, sie mussten es sein und sie sprang ihnen entgegen, fiel ihnen um den Hals, nannte sie bei Namen. Und als die Brüder ihr Schwesterchen, das so groß und schön geworden war, sahen und erkannten, wurden sie ganz glückselig. Sie lachten und weinten zugleich und hatten sich bald darüber verständigt, wie böse ihre Stiefmutter gegen sie alle gewesen war. Wer Brüder, sagte der Älteste, müssen als wenn sie untergegangen ist, bekommen wir unsere menschliche Gestalt wieder. Deshalb müssen wir immer dafür sorgen, dass wir bei Sonnenuntergang festen Grund und Boden unter den Füßen haben. Denn wenn wir um diese Zeit noch oben zwischen den Wolken flögen, würden wir als Menschen in die Tiefe hinabstürzen. Hier wohnen wir nicht, sondern jenseits des Meeres. Dort liegt ein ebenso schönes Land wie hier, aber der Weg dahin ist sehr weit. Wir müssen über das große Meer und es findet sich keine Insel auf unserem Wege, wo wir übernachten könnten. Nur eine einsame kleine Klippe ragt in der Mitte daraus hervor. Sie ist gerade groß genug, dass wir dicht nebeneinander darauf ausruhen können. Bei hohem Seegang spritzt das Wasser über uns herein, aber doch sind wir dem übernachten wir in unserer menschlichen Gestalt. Ohne sie könnten wir unser teures Vaterland nie wieder sehen, denn zwei der längsten Tage des Jahres gebrauchen wir zu unserem Pfluger. Nur einmal im Jahr ist es uns vergönnt, unsere Heimat zu besuchen. Elf Tage dürfen wir hier bleiben und über den großen Wald hin fliegen, wo wir das Schloss erblicken können, in dem wir unsere liebe Mutter begraben liegt. Hier scheinen die Bäume und Büsche verwandt mit uns zu sein. Hier jagen die Pferde über die weiten Ebenen hin, wie wir es in unserer Kindheit gesehen haben. Hier singen die Kohlenbrenner die alten Lieder, nach denen wir als Kinder tanzten. Hierher zieht es uns immer wieder und hier haben wir nun auch dich, du geliebtes Schwesterchen fort über das Meer, nach jenem herrlichen Lande, das aber doch nicht unser Vaterland ist. Aber wie sollen wir dich mitnehmen, wir haben ja weder Schiff noch Boot. Was kann ich tun, um euch zu erlösen? fragte die Schwester. Sie unterhielten sich beinahe die ganze Nacht hindurch. Nur wenige Stunden senkte sich der Schlummer auf ihre Augen. Elisa erwachte durch das Rauschen der Schwanenflügel, die über ihr hinsausten, die wiederverwandelten Brüder flogen in weiten Kreisen höher und immer höher und zuletzt ganz fort. Aber einer von ihnen, der Jüngste, blieb bei der Schwester zurück. Er legte seinen Kopf auf ihren Schoß, sie streichelte seine Schwingen und sie blieben den ganzen Tag beisammen. Gegen Abend kamen die anderen wieder zurück und sobald die Sonne untergegangen war, standen sie wieder in ihrer natürlichen Gestalt da. Morgen fliegen wir wieder fort von hier und dürfen ein ganzes Jahr lang nicht wiederkehren, aber dich können wir unmöglich hier zurücklassen. »Hast Hast du Mut mit zu kommen? Mein Arm ist stark genug, dich durch den Wald hindurch zu tragen. Sollten da unsere Flügel alle zusammen nicht Kraft genug haben, mit dir über das Meer zu fliegen? Ja, nehmt mich mit, sagte Elisa. Die ganze Nacht brachten sie nun damit zu, aus der geschmeidigen Weidenrinde in den zähen Binsen ein starkes Netz zu flechten. Auf dieses legte sich Elisa und als die Sonne aufging und die Brüder wieder in Schwäne verwandelt waren, ergriffen sie das Netz mit ihren Schnäbeln und flogen mit der teuren Schwester, die ruhig weiterschlief, hoch zu den Wolken empor. Die Sonnenstrahlen fielen gerade auf ihr Gesicht, da schwebte einer der Schwäne über ihrem Haupt, damit er sie mit seinen breiten Schwingen beschatte. Als Elisa erwachte, waren sie schon weit vom Lande entfernt und sie glaubte noch zu träumen, so wunderbar kam es ihr vor, hoch durch die Luft über das Meer getragen zu werden. Neben ihr lag ein Zweig mit köstlichen reifen Beeren und ein Bund wohlschmeckender Wurzeln. Diese hatte der jüngste Bruder gesammelt und ihr hingelegt. Sie lächelte ihm dankbar zu, denn sie erkannte ihn wohl. Er war es, der über ihr flog und sie mit seinen Flügeln beschattete. Sie waren jetzt so hoch, dass das erste Schiff, das sie unter sich erblickten, wie eine Möwe aussah, die auf dem Wasser lag. Hoch wie ein Berg stand eine große Wolke hinter ihnen und auf dieser gewahrte Elisa ihren eigenen Schatten und den der elf Schwäne, der riesengroß mit ihnen davon schwebte. Es war ein so schönes Gemälde, wie sie noch nie eines gesehen hatte. Aber allmählich, als die Sonne höher stieg und die Wolke weiter hinter ihnen zurückblieb, den ganzen Tag flogen sie ohne Unterbrechung wie ein sausender Pfeil durch die Luft, aber es ging doch langsamer als sonst, denn sie hatten ja die Schwester zu tragen. Es zog sich ein Unwetter zusammen und der Abend näherte sich. Ängstlich sah Elisa die Sonne mehr und mehr sinken und noch immer war die einsame Klippe im Meer nicht zu entdecken. Es kam ihr vor als ob die Schwäne nun raschere Flügelschläge machten. Ach und sie ward schuld daran, dass sie nicht rascher vorwärts kamen. Sobald die Sonne untergegangen war, mussten sie ja wieder Menschen werden und dann ins Meer stürzen und ertrinken. Da betete sie aus tiefstem Herzengrund zum lieben Gott um Hilfe. Allein noch immer war keine Klippe zu entdecken, wohl aber zog die schwarze Wolke immer näher und die starken Windstöße verkündeten einen Sturm. Die Wolken hatten sich zu einer einzigen unheil drohenden Masse zusammengeballt, die sich fast wie Blei vorwärts schob. Blitz leuchtete auf Blitz. Jetzt hatte die Sonne den Meeresspiegel erreicht. Elisa klopfte das Herz. Da schossen die Schwäne so schnell hinab, dass sie zu fallen glaubte. Aber nein, jetzt schwebten sie wieder. Die Sonne war schon zur Hälfte unter das Wasser getaucht, da gewahrte sie erst die kleine Klippe unter sich. Diese sah nicht größer aus als ein Seehund, der seinen Kopf über das Wasser erhebt. Die Sonne sank schnell. Jetzt blitzte nur noch ein schmaler Streifen am Horizont hervor, da berührte ihr Fuß den festen Boden. Das Sonnenlicht erlosch, wie der letzte Funken eines brennenden Papieres und Arm in Arm umstanden sie die Brüder. Aber mehr Platz als für sie und die Brüder durchaus erforderlich war, fand sie nicht auf der Klippe. Die Wogen rauschten daher und schlugen über sie herein. Der Himmel leuchtete als ob er in Flammenstünder und Schlag auf Schlag rollte der Donner. Aber Schwester und Brüder hielten einander an den Händen und sangen Choräle, woraus sie Trost und Mut schöpften. Als der Tag graute, war die Luft rein und still und sobald die Sonne aufging, flogen die Schwäne mit Elisa wieder weiter. Das Meer ging noch hoch, so dass es ihnen, als sie droben in der dunkelgrünen Flut Millionen Schwäne wären, die sich auf dem Wasser schaukelten. Als die Sonne höher stieg, gewahrte Elisa, halb in der Luft schwimmend, ein Bergland vor sich mit schimmernden Eismassen auf den Felsen und mitten darauf erstreckte sich ein wohl meilenlanges Schloss mit einem hohlen Säulengang über dem anderen. In der Tiefe wogten Palmenwälder und prächtige Blumen, so groß wie Mühlräder. Elisa fragte, ob dieses Land das Ziel ihrer Reise sei, aber die Schwäne schüttelten nur die Köpfe, denn das, was sie sah, war das herrlich beständig wechselnde Wolkenschloss, der Fee Vater Morgana. Dahin durfte man keine Menschen bringen. Elisa sah unverwandt darauf hin. Da stürzten plötzlich Berge, Wälder und Schloss zusammen, alle einander gleich mit hohen Türmen und Spitzbogenfenstern da. Sie glaubte Orgelton zu vernehmen, aber was sie hörte, war nur das Rauschen des Meeres. Schon war sie den Kirchen ganz nah, da verwandelten sie sich in eine Flotte, die unter ihr dahin segelte, und als sie darauf niedersah, war es nur die Meernebel, die über das Wasser hin zog. Eine ewige Abwechslung bot sich erwarte sie auch das wirkliche Land, dem sie zusteuerten. Dort erhoben sich herrlich blaue Berge mit Zedernwäldern, Schlössern und Städten, und lange vor Sonnenuntergang saß Elisa auf einem Felsen vor einer großen Höhle, die mit feinen grünen Schlinkpflanzen bewachsen war. Es sah aus, als wären es gestickte Teppiche. Nun wollen wir sehen, was du heute nach dir träumen wirst, sagte der jüngste Bruder und zeigte ihr ihre Schlafkammer. Gebe der Himmel, dass ich träume, wie ich euch erlösen kann, sagte sie. Dieser Gedanke beschäftigte sie unaufhörlich. Sie betete inbrünstig zu Gott um Hilfe und selbst im Schlafe betete sie im Geiste weiter. Da war es ihr, als flöge sie hoch durch die Luft zu Vater Morganas Wolkenschloss hin und die Fee käme ihr entgegen, schön und glänzend und doch der Alten im Walde, die ihr die Beeren gegeben und ihr von den Schwänen mit den goldenen Kronen erzählt hatte, gleichend. Deine Brüder können erlöst werden, sagte sie, hast du aber auch Mut und Ausdauer dazu? Wohl ist das Wasser weicher als deine feinen Hände und vermag doch Steine umzuformen, aber fühlt es nicht den Schmerz, den deine Finger fühlen werden. Es hat kein Herz und empfindet nicht die Angst und Qual, die du aushalten musst. Siehst du hier die Brennnessel in meiner Hand? Von derselben Gattung wachsen viele rund um die Höhle in der du schläfst. Nur diese und solche die aus den Kirchhof Gräbern emporsprießen sind tauglich. Merke dir das wohl. Diese musst du pflücken, obgleich sie deine Haut voll Blasen brennen werden. Die Nesseln musst du dann mit deinen Füßen brechen. Dann bekommst du Flax, woraus du elf Panzerhemden mit langen Ärmeln binden und flechten musst. Wirf diese über die elf Schwäne, dann ist der Zauber gelöst. Aber bedenke wohl, dass du vom Beginn der Arbeit an bis zu dem Augenblick, da sie vollendet sein wird und sollten auch Jahre darüber hingehen, kein Wort sprechen darfst. Das erste Wort, das über deine Lippen geht, fährt wie ein tödlicher Dolch in das Herz deiner Brüder. An deiner Zunge hängt ihr Leben, merke dir das wohl. Die Fee berührte Elisas Hand mit der Nessel. Diese brannte wie Feuer, sodass das Mädchen erwachte. Es war heller Tag und dicht neben der Stelle, wo sie geschlafen hatte, lag die Nessel, die sie im Traume gesehen hatte. Da fiel sie auf die Knie, dankte dem lieben Gott und trat aus der Höhle, um sofort ihre Arbeit zu beginnen. Mit ihren beiden Händen griff sie hinunter in die hässlichen Nesseln, die sie wie Feuer brannten und bald waren ihre Hände und Arme mit großen Blasen bedeckt. Aber gerne wollte sie dies leiden, wenn sie ihre lieben Brüder dadurch erlösen konnte. Dann brach sie die Nesseln mit ihren nackten Füßen und begann den grünen Flachs zu flechten. Als die Sonne untergegangen war, kamen die Brüder und erschraken sehr, als sie Elisa stumpf fanden. Zuerst hielten sie es für einen neuen Zauber der bösen Stiefmutter. Als sie jedoch ihre Hände sahen, begriffen sie, dass es um ihret Willen geschah. Der jüngste Bruder begann zu weinen und wo seine Tränen hinfielen, da fühlte Elisa keine Schmerzen mehr und die Blasen verschwanden. Die ganze Nacht verbrachte sie bei ihrer Arbeit, denn sie fand keine Ruhe, ehe sie die Brüder erlöst hätte. Den ganzen folgenden Tag, während die Schwäne fort waren, saß sie allein in ihrer Einsamkeit, aber noch nie war ihr die Zeit so eilig entflohen. Ein Panzerhemd war schon fertig und nun begann sie das Zweite. Da ertönte ein Jagdhorn zwischen den Bergen. Sie wurde von Furcht ergriffen, denn der Klang kam immer näher. Nun hörte sie auch Hunde bellen und floh erschrocken in die Höhle, band die Nesseln, die sie schon gesammelt und gebrochen hatte, in ein Bund und setzte sich darauf. Plötzlich kam ein großer Hund aus dem Gebüsch hervorgesprungen und gleich darauf noch einer und wieder einer. Sie bellten laut, liefen wieder zurück und kamen wieder herbei. Nach kurzer Zeit waren alle Jäger vor der Höhle versammelt und der schönste unter ihnen war der König des Landes. Er trat auf Elisa zu. Noch niemals hatte er ein schöneres Mädchen gesehen. Wie bist du hierher gekommen, du wunderschönes Kind? fragte er. Elisa schüttelte den Kopf. Sie durfte ja nicht sprechen, denn es galt die Erlösung und das Leben ihrer Brüder. Ihre Hände aber verbarg sie unter ihrer Schürze, damit der König nicht sehe, was sie zu leiden habe. Komm mit mir, sagte der König. Hier darfst du nicht bleiben. Bist du ebenso gut als schön, dann will ich dich in Seide und Samt kleiden, dir eine goldene Krone aufs Haupt setzen und dann sollst du in meinem schönsten Schloss wohnen. Damit hob er sie auf sein Pferd. Sie aber weinte und rang die Hände. Allein der König sagte, ich will nur dein Bestes, eins wirst du mir dafür danken. Dann stürmte er fort durch die Berge, hielt sie vor sich auf dem Pferd und die Jäger jagten hinter ihm drein. Als die Sonne unterging, lag die prächtige Königstadt mit ihren Kirchen und Kuppeln vor ihnen und der König führte Elisa auf sein Schloss, wo in hohen Marmor sälen prächtige Springbrunnen plätscherten und wo die Wände und Decken reich mit Gemälden geschmückt waren. Aber sie hatte kein Auge dafür. Sie weinte und trauerte. Willenlos gab sie zu, dass die Frauen ihr königliche Kleider anlegten, ihr Perlen in die Haare flochten und feine Handschuhe über die verbrannten Finger zogen. Wie sie nun in all dieser Pracht dastand, war sie so blendend schön, dass der Hof sich noch tiefer vor ihr verneigte und der König erwählte sie und flüsterte, das schöne Waldkind sei gewiss eine Hexe, die die Augenblende und das Herz des Königs betöre. Der König jedoch hörte nicht darauf, sondern ließ die Musik ertönen, die köstlichsten Speisen auftragen, die liebligsten Mädchen vor ihr tanzen und sie wurde durch duftige Gärten in prächtige Säle geführt. Aber nicht ein Lächeln glitt über ihre Lippen oder strahlte aus ihren Augen, die nur einen grenzenlosen Schmerz ausdrückten. Jetzt öffnete der König dicht nebenan eine kleine Kammer, wo sie schlafen sollte. Diese war ganz mit wertvollen grünen Teppichen behängt und glich ganz der Höhle, in der Elisa gefunden worden war. Auf dem Fußboden lag das Bund Flachs, das sie aus den Nesseln gesponnen hatte, und unter der Decke Alles dies hatte einer der Jäger als eine besondere Merkwürdigkeit mitgenommen. Hier kannst du dich in deine frühere Heimat zurückträumen, sagte der König. Hier ist deine Arbeit, mit der du dich dort beschäftigt ist. In deiner jetzigen Pracht wird es dich erfreuen, hier und da an jene Zeit zurückzudenken. Als Elisa das erblickte, was ihrem Herzen so nahe lag, spielte ein Lächeln um ihren Mund und das Blut kehrte in ihre Wangen zurück. Sie dachte an die Rettung ihrer Brüder, küßte dem König die Hand und er drückte sie an sein Herz und ließ durch alle Kirchenglocken das Hochzeitsfest verkünden. Das schöne stumme Mädchen aus dem Walde war nun die Königin des Landes. Wohl flüsterte der Erzbischof dem König böse Worte ins Ohr, allein sie drangen nicht bis in dessen Herz und die Hochzeit wurde gefeiert. Der Erzbischof selbst musste Elisa die Krone aufs Haupt setzen. Da drückte er ihr den engen Reif so fest auf die Stirne, dass es ihr wehtat. Aber sie fühlte keinen körperlichen Schmerz, denn ein viel engerer Reifen legte sich um ihr Herz. Das war die Sorge um ihre Brüder. Auch ferner blieb ihr Mund stumm, denn ein einziges Wort hätte ja ihren Brüdern das Leben gekostet. Aber aus ihren Augen sprach eine innige Liebe zu dem guten schönen König, der alles tat, um sie zu erfreuen. Von Tag zu Tag gewann sie ihn lieber und wünschte von ganzem Herzen, sich ihm anvertrauen und ihm ihr leid klagen zu dürfen. Aber das durfte sie ja nicht. Und so schlich sie sich nachts heimlich von seiner Seite, ging in ihr stilles Kämmerlein, das wie die Höhle ausgestattet war, und strickte hier ein Panzerhemd nach dem anderen fertig. Als sie aber an das siebte kam, da hatte sie keinen Flax mehr. Wie sie wusste, wuchsen die Nesseln, die sie allein verwenden wie sollte sie das bewerkstelligen? Ach, was bedeutet der Schmerz in meinen Fingern im Vergleich zu der Qual, die ich in meinem Herzen leide? dachte sie. Aber ich muss es wagen und der liebe Gott wird mir gewiss beistehen. Mit einer Angst, als ob sie etwas Böses vorhabe, schließ sie sich in einer mondhellen Nacht in den Garten hinunter und ging durch die langen Alleen und einsamen Straßen nach dem Kirchhofe hinaus. Hier sah sie auf einen der breitesten Leichensteine hässliche alte Hexen im Kreise sitzen. Sie zogen ihre Lumpen aus, als ob sie baden wollten und gruben mit ihren langen mageren Fingern die frischen Gräber auf, rissen die Leichen heraus und aßen deren Fleisch. Elisa musste ganz dicht an ihnen vorbei und sie hefteten ihre bösen Augen auf sie. Elisa aber betete leiser, sammelte die Brennnesseln und kehrte damit ins Schloss zurück. Nur ein einziger Mensch hatte sie gesehen, nämlich der Erzbischof. Er war noch wach, als alle die anderen schliefen. Nun glaubte er also doch recht gehabt zu haben, wenn er behauptete, es stünde mit der Königin nicht alles so, wie es sein sollte. Sie war also eine Hexe und deshalb hatte sie den König und das ganze Volk betört. Am anderen Tage erzählte er dem König in der Kirche, was er gesehen hatte und was er befürchtete. Aber während die harten Worte über seine Lippen kamen, schüttelten die geschnitzten heiligen Bilder die Köpfe, als ob sie sagen wollten, Elisa ist unschuldig. Der Erzbischof legte es jedoch anders aus und sagte, dass sie damit Zeugnis gegen die Königin ablegen und über deren Sünde die Köpfe schüttelten. Da liefen dem Könige zwei große Tränen die Wangen herab und mit schweren Zweifeln in seinem Herzen ging er nach Hause. In der darauffolgende Nacht stellte er sich schlafend und da merkte er, wie Elisa aufstand und sich entfernte. Dies wiederholte sich jede Nacht und jedes Mal folgte er ihr leise nach und sah, dass sie in ihrer eigenen Kammer verschwand. Mit jedem Tag wurde seine Miene finsterer. Elisa sah es wohl, konnte aber nicht verstehen, warum. Das Benehmen des Königs flößte ihr zwar Furcht ein, aber noch größere Angst litt sie um die Brüder in ihrem Herzen. Auf den königlichen Samt und Purpur flossen ihre heißen Tränen, wie blitzende Diamanten lagen sie darauf, und alle, die diese reiche Pracht sahen, wünschten auch Königin zu sein. Indessen näherte sich ihre Arbeit ihrer Vollendung, nur ein einziges Panzerhemd fehlte noch. Aber nun hatte sie keinen Flax mehr und nicht eine einzige Nessel. Einmal nur ein einziges Mal noch musste sie daher nach dem Kirchhof, um einige Hände voll zu pflücken. Mit großer Angst dachte sie an die einsame Wanderung und an die schrecklichen Hexen. Aber ihr Wille war ebenso unerschütterlich als ihr Vertrauen auf den Herrn. Elisa ging, aber der König und der Erzbischof folgten ihr nach. Sie sahen sie durch die Kirchenpforte eintreten und verschwinden und als sie näher kamen erblickten sie die Hexen auf den Grabsteiner gerade so wie Elisa sie auch gesehen hatte. Da wandte sich der König entsetzt ab, denn unter ihnen vermutete er ja nun sie, deren Haupt an diesem Abend noch an seiner Brust geruht hatte. Das Volk soll das Urteil sprechen, sagte er und das Volk verurteilte sie zum Tode auf dem Scheiterhaufen. Aus den prächtigen Königssälen wurde sie nun in ein dunkles feuchtes Loch geschleppt, wo der Wind durch das Gitterfenster hereinpfiff. Anstatt des Samts und der Seide gab man ihr den Bund Nesseln, den sie gesammelt hatte. Darauf sollte sie ihr Haupt legen und die harten brennenden Panzerhemden sollten ihr als Lager und als Decke dienen. Aber man hätte ihr nichts Lieberes geben können. Sogleich nahm sie ihre Arbeit wieder auf und betete inbrünstig zu Gott. Auf der Straße sangen die Gassenbuben Spottlieder auf sie. Niemand tröstete sie mit einem freundlichen Worte. Da schlug gegen Abend plötzlich ein Schwanenflügel gegen das Gitterfenster. Es war ihr jüngster Bruder, der die Schwester endlich gefunden hatte. Sie schluchzte laut vor Freude, obgleich sie wusste, dass kommende Nacht wohl ihre letzte sein würde. Aber nun war ja auch ihre Arbeit beinahe vollendet und ihre Brüder waren in der Nähe. Jetzt erschien der Erzbischof, um die letzte Stunde bei ihr zu sein. Das hatte er dem König versprochen. Aber Elisa schüttelte den Kopf und bat ihn mit Blick und Minen, sie wieder zu verlassen. Denn in dieser Nacht musste sie ja ihre Arbeit vollenden, sonst war alles umsonst. Alles. Schmerz, Tränen und schlaflose Nächte. Mit bösen Worten entfernte sich der Erzbischof, aber die arme Elisa wusste, dass sie unschuldig war. Die kleinen Mäuse huschten emsig über den Fußboden und schleppten die Nesseln vor ihre Füße hin, um doch auch etwas zu helfen. Drossel setzte sich an das Gitterfenster und sang die ganze Nacht hindurch, so froh sie konnte, damit Elisa nicht den Mut verlieren möge. Eine Stunde vor Sonnenaufgang, als der Tag kaum graute, erschienen die elf Brüder vor dem Schlosser und verlangten vor den König geführt zu werden. Allein es wurde ihnen geantwortet, das sei unmöglich, denn es sei ja noch Nacht, da schlafe der König noch und er dürfe nicht geweckt werden. Aber die Brüder baten und drohten, so dass die Wache herbeikam. Ja, der König selbst trat heraus und fragte, was denn der Lärm bedeute. Jedoch in diesem Augenblick ging die Sonne auf und nun waren keine Brüder mehr zu sehen, nur über das Schloss hinweg flogen elf wilde Schwäne. Aus dem Stadttor strömte nun das ganze Volk, um die Hexe verbrennen zu sehen. Ein elender Gaul zog den Karren, worauf Elisa saß. Man hatte sie mit einem Kittel aus grober Leinwand bekleidet. Ihr herrliches langes Haar weilte aufgelöst um ihr schönes Haupt. Ihre Wangen waren todesblass, ihre Lippen bewegten sich leise im Gebet, während ihre Finger noch immer den grünen Flachs flochten. Selbst auf dem Wege zum Tode unterbrach sie ihre Arbeit nicht, denn zehn Panzerhemden lagen schon fertig zu ihren Füßen und am elften strickte sie mit fieberhafter Eiler. Seht die Hexe an, seht wie sie vor sich hin murmelt. Nicht einmal ein Gesangbuch hat sie in der Hand, nein, mit ihrem hässlichen Zauberwerk sitzt sie da, in tausend Stücke sollte man es ihr reißen. Alles drängte auf sie ein und wollte es ihr entreißen. Da kamen elf wilde Schwäne daher geflogen. Die setzten sich rings um auf den Karren und schlugen mit ihren großen Flügeln. Da wich der Haufen erschrocken zur Seite. Das ist ein Zeichen vom Himmel, sie ist gewiss unschuldig, flüsterten viele, wagten aber nicht, es laut zu sagen. Nun ergriff der Büttel sie bei der Hand. Da warf sie in aller Hast die elf Panzerhemden über die Schwäne und plötzlich standen elf schöne Prinzen da. Aber der Jüngste hatte einen Schwanenflügel anstatt des einen Arms, denn an dem einen Hemde, das nicht ganz fertig geworden war, hatte gerade noch ein Ärmel gefehlt. Jetzt darf ich reden, sagte sie, ich bin unschuldig. Und das Volk, das sah, was geschehen war, verneigte sich vor ihr, wie vor eine Heiligen. Sie aber sank leblos in die Arme ihrer Brüder. So sehr hatten Spannung, Angst und Schmerz sie angegriffen. Ja, sie ist unschuldig, sagte der Älteste der Brüder, und nun erzählte er alles, was geschehen war. Und während er erzählte, verbreitete sich plötzlich ein Duft wie von Millionen Rosen, denn jedes Stück Brennholz des Scheiterhaufens hatte Wurzeln geschlagen und Zweige getrieben. Da stand nun eine duftende Hecke, hoch und groß mit roten Rosen übersät. Aber ganz oben saß eine weiße, leuchtende Blume, die wie ein Stern glänzte. Diese brach der König und legte sie auf Elisas Brust. Da erwachte sie mit Frieden und Glückseligkeit im Herzen. Und alle Kirchenglocken begannen von selbst zu läuten. Die Vögel kamen in Scharen herbeigeflogen und es wurde ein Hochzeitszug zurück zum Schlosser, wie ihn noch kein König gesehen hatte. Das war die wilden Schwäne. Wenn dir das Märchen gefallen hat, dann lass doch einen Daumen hoch da. Bis bald. Prinz Fressi Selva und Prinzessin Isidusi von Hilda Bergmann Vor Zeiten lebte ein König und eine Königin. Die hatten einen einzigen Sohn, der Fressi Selva hieß. Der war groß, dick und gefräßig über die Maßen und tat den ganzen lieben Tag nichts anderes als Essen und Trinken. Wenn er mit einer Mahlzeit fertig war, fing er gleich wieder mit der Nächsten an, aß er aber gerade nicht, dann dachte er wenigstens ans Essen und wollte von keiner Arbeit hören. Hatte er zum Frühstück schon gebratene Hühner und gefüllte Täubchen mitsamt einem Berg von Butterbroten verzehrt, so ließ er sich den Koch kommen und fragte ihn, was es zum Gabel Frühstück Gutes gäbe. Und war er mit diesem fertig, so schrie er nach dem Mittag essen, als hätte er acht So ging es Tag aus und Tag ein, von früh bis in die Nacht und dann schnarchte Prinz Fressi selber, dass die Decke zitterte und das ganze Schloss dröhnte. Kein Wunder, dass er von diesem Leben so dick und unförmig wurde, dass er durch keine Tür mehr ging und alle Eingänge vergrößert werden mussten, um den Fresssack durchzulassen. Schließlich musste sogar ein großes Tor in die Schlossmauer gebrochen werden, damit Prinz Fressi selber ungehindert aus- und eingehen könne. Der König war über den ungeratenen Sohn sehr unglücklich und wusste nicht, was mit ihm beginnen. Denn wie sollte etwas Gescheites aus einem Menschen werden, der nicht lernen und nicht arbeiten, nur ununterbrochen essen wollte? Die Königin aber, deren Liebling der Prinz von klein auf war, sagte »Das arme Kind wird noch so viel arbeiten müssen, wenn es einmal König ist, dass man es jetzt ordentlich essen lassen sollte. Wenn das sofort geht, wird der Prinz eines Tages platzen und dann ist alles zu Ende, sagte der Leibarzt kopfschüttelnd. Man muss ihn zerstreuen, man muss ihn auf andere Gedanken bringen, sonst isst und trinkt er sich noch zu Tode. Aber das war leichter gesagt als getan. Brachte man dem Prinzen nicht genug zu essen, so holte er sich aus der Küche, was ihm schmeckte und war der König streng, so gab ihm die Königin heimlich, was er wollte. Als der Prinz eines Abends wieder ein ganzes Spanferkel vom Spieß genommen und aufgegessen hatte, ließ der König seine Räte zu sich kommen und trug ihnen die Sache vor. Ihr werdet meinen Kummer verstehen, sagte er. Wie kann ein Mensch König werden, der nichts kann, weiß und versteht als zu essen? Die Räte nickten mit ernsten Gesichtern und dachten lange und angestrengt nach. Endlich sagte der eine, großmächtiger König, wie wäre es, wenn wir den Prinzen eine Weltreise machen ließen? Bedenkt die vielen Eindrücke, die man auf Reisen hat, die schönen Gegenden, die man sieht, die Abenteuer, die man erlebt. Gut gesprochen, sagte der König. Morgen muss Prinz Fressi selber eine Reise um die Erde antreten. So geschah es auch. Man suchte zuvor noch im ganzen Lande ein Ross, das stark genug wäre, den Prinzen in die weite Welt zu tragen und fand endlich einen Ackerschimmel, der imstande war, den schirrte und zäumte man mit königlichem Prunke, setzte den Prinzen darauf, gab ihm ein Gefolge von edlen Rittern mit und schickte ihn also auf Reisen, damit er von seiner Fresssucht geheilt würde. Jetzt wird er es sich abgewöhnen, den ganzen Tag zu essen, sagte der König grimmig und sah dem Davonreisenden nach. Jetzt wird er seine Augen aufmachen und etwas lernen und als anderer Mensch zurückkommen. Die Königin aber schluchzte in ihr Taschentüchlein. Wenn er nur nicht Hunger leidet, wer weiß, wie in der weiten Welt draußen gekocht wird. Die Jahre vergingen und eines Tages kehrte die kleine Karawane des Prinzen von der Reise um die Welt zurück. Aber wenn der König gehofft hatte, der Prinz werde als schluchstörmig, ebenso dick und gefräßig, kehrte Fressi Selva von seiner Reise in die weite Welt zurück. Beinahe ertrug das schwere Ross seinen Herrn nicht mehr. Kaum hatte sich der Prinz mühsam aus dem Sattel gehoben, so ging er auch schon in die Küche und rief Koch, meine Leibgerichte her und dass du mir nicht zu wenig schickst, denn ich habe von meiner Reise großen Hunger mit gebracht. Was hast du in der weiten Welt gesehen? fragte der König, als man bei Male saß. Aber der Prinz wusste nichts von Gebirgen und Meeren zu sagen und hatte kaum die Namen der Städte behalten, durch die er gekommen war. Dafür wusste er von Süd und Nord, von Ost und West die Leibgerichte der fremden Völkerschaften herzuzählen, hatte sich die Bereitungsart der Speisen und die Namen der Getränke gemerkt und berichtete, was er an diesem oder jenem Orte verzehrt und wie es ihm geschmeckt hatte. Als der König dies vernahm, wurde er rot vor Ärger. Aber mals rief er seine Räte zusammen und sagte, Ihr seht, der Prinz ist ebenso dick, dumm und gefräßig von der Reise zurückgekommen, wie er auszog. Er will nichts arbeiten, er will keine Bewegung machen, er will nur essen. Hat man jemals schon einen so ungeratenen Prinzen gesehen? Wieder schüttelten die Räte die Köpfe und dachten lange und angestrengt nach. Endlich meldete sich der Kanzler des Königs zum Wort. Der Prinz soll heiraten, sagte er mit seiner hohen Fistelstimme. Eine lustige kleine Frau wird einen anderen Menschen aus ihm machen. Wieder nickte der König mit dem Kopf. Das ist alles gut und schön, sagte er. Aber wen soll er heiraten? Die benachbarten Prinzessinnen lachen ihn ja alle aus. Wer wird denn den Vielfraß heiraten wollen? Auch daran habe ich gedacht, sagte der Kanzler. An der Grenze unseres Königreiches ist ein tiefer finsterer sieben Tage und sieben Nächte braucht man um ihn zu durchreiten. Aber jenseits des großen Waldes ist eine heitere Landschaft und dort steht das Blumenschloss der Prinzessin Isidusi. Das ist die reizendste und zierlichste kleine Prinzessin, die es weit und breit gibt. Sie hat eine allerliebste Stimme, sie spielt die Harfe, dass es ein Vergnügen ist und sie kann tanzen, so gewöhnt sie unserem Prinzen das viele Essen ab und macht einen vernünftigen Menschen aus ihm. Die Räte murmelten Zustimmung und auch der König war mit dem Vorschlage einverstanden. Man schickte um den Prinzen und teilte ihm mit, dass er durch den tiefen finsteren Wald reiten und um die Hand der reizenden Prinzessin Isidusi jenseits des Waldes anhalten müsse. Als der Prinz von der Schönheit der Prinzessin hörte, war er ganz einverstanden und ließ seinen Schimmel satteln, um gleich loszureiten. Nur die Königin war außer sich und rief Sieben Tage und sieben Nächte soll er durch den tiefen finsteren Wald reiten. Da wird er schwach und mager werden. Am Ende wird er sich verirren und in dem schrecklichen Walde umkommen. Aber Prinz Fressi selber lachte, dass alles dröhnte. Das lass nur meine Sorge sein, liebe Mutter, sagte er. Ich nehme mir schon viel Essvorrat mit, dass mir nichts geschehen kann. Er bepackte seinen Schimmel vorn und hinten mit den leckersten Dingen, die er in der Vorratskammer des Schlosses finden konnte. Da sah man einen ganzen Schinken vom Sattel hängen. Würste, Speckseiten der arme Schimmel war so beladen, dass der Prinz ihn gar nicht besteigen konnte, sondern zu Fuß neben ihm ein Herschritt in den tiefen finstern Wald. Am ersten Tage ging alles gut. Der Weg war schön gebahnt, die Sonne schien hell und warm, und der Prinz ging vergnügt unter den großen Tannen und Fichten dahin, die mit ihren grauen Flechtenbärten aussahen, wie die alten ehrwürdigen Räte seines Vaters. Es zeigte sich, dass der Wald in der Nähe gar nicht so unheimlich war, als man draußen glaubte. Der Boden war mit Moos bedeckt, in der Erde steckten die drolligsten roten, gelben und weißen Pilze, die Sonnenstrahlen malten lustige Ringe und tanzende Kreise ins Dunkel, und die Vögel schmetterten und jubilierten, leuchtete der Sommer. Prinz Fressi selber hatte keine Augen für die Schönheit des Waldes. Was nicht zu essen war, interessierte ihn nicht, mochte es noch so lieblich aussehen oder klingen. Wenn er jetzt vor sich hin schmunzelte und die Augen aufmerksam durch die grüne Wildnis schweifen ließ, so geschah dies nicht aus Liebe zum Walde und zu seinen Bewohnern, sondern weil Prinz Fressi selber in der Magengegend ein gelindes Prickeln spürte und sich dachte, jetzt suche ich mir ein recht schönes Plätzchen um meine Vorräte auszupacken und ein Mal einzunehmen. Der Platz war bald gefunden. Am Rande einer Lichtung breitete eine riesige Eiche ihre Äste über kurzes Gras. Ein Bächlein lief eilfertig vorüber. Prinz Fressi selber packte seine Vorräte aus, ließ den braven Schimmel auf der Lichtung grasen und labte sich nach Herzenslust an kaltem Braten und an Wein, den er im Bächlein sorgfältig kühlte. Dann drehte er sich auf die Seite und bald scholl sein Schnarchen wie das Geräusch einer ungeheuern Säge durch den Mittagswald. Der Prinz schlief bis zur nächsten Mahlzeit und dann wieder bis zum kommenden Reise fort. Auf diese Weise verbrachte Fressi selber den nächsten und den übernächsten Tag mit Reiten, essen, trinken und schlafen und kam so immer tiefer in den dichten Wald hinein. Am vierten Morgen aber merkte er mit Unbehagen, dass die Vorräte auf dem Rücken seines Schimmels zusammengeschmolzen waren und am fünften Tag besaß er nur noch eine Schweinskeule und einen Wecken Brot Der Wald wurde immer düsterer und undurchdringlicher Felsen legten sich breit in den Weg Brombeer Sträucher hakten sich mit ihren Dornen in die Kleider und das Unterholz wurde so unwegsam dass Ross und Reiter alle Augenblicke stecken blieben Die gute Laune des Prinzen schwand und nur der Gedanke an die Prinzessin Isidusi ließ ihn in der Wildnis ausharren Sein schnurrte in allen Tonarten und Fressi Selva dachte wehmütig an die königliche Küche und die guten Sachen die darin geschmort und gebacken wurden Fast kam ihn das Weinen darüber an dass er so hungrig im Walde umher irren musste Zum Glück waren alle Holzschläge und Lichtungen mit Erdbeeren und Himbeeren bedeckt und Fressi Selva stieg vom Pferde und sättigte sich in mühsamen Bücken mit den Früchten So verging der fünfte und der sechste Tag und am Morgen des siebten sagte Prinz Fressi Selva Nun ist es aber höchste Zeit dass ich das Blumenschloss der Prinzessin Isidusi erblicke Länger halte ich das Fasten nimmer aus Wirklich lichtete sich endlich der Wald Die Tannen und Fichten traten beiseite und man sah auf eine schöne Au hinaus in deren Mitte das berühmte Blumenschloss der Prinzessin stand Jetzt verstand der Prinz auch warum es diese Namen führte Seine Wände bestanden aus Rosenhecken Sein Dach war aus roten Rosenblättern gefügt Seine Welle und Zinnen waren hohe Lilienstänge und die Zufahrt schützten zwei Reihen kriegerischer Schwertlilien die ihre scharfen Lanzen allen Eindringlingen Vor dem Schlosse standen als Ehrenwache der Rittersporn in seiner blauen Uniform und der Eisenhut mit seiner Sturmhaube und hüteten den Zutritt zu der schönen Prinzessin Als Fressi Selva das Schloss erreicht hatte war es Abend geworden und alle Blumen hatten ihre Kelche fest geschlossen Hey Holla aufgemacht rief Fressi Selva mit lauter Stimme und stieg von seinem Gauler Aber niemand antwortete Alles schlief Nur die Schwert Lilien hielten dem Prinz ihre Waffen entgegen und der Rittersporn sprang hervor und sprach Mit Schwert und Sporn mit Sturmhut und Dorn so schützen wir Ritter das Schloss und das Gitter drum ziehe vorbei wie immer es sei Da blieb Fressi Selva nichts übrig als mit klapperndem Magen im Freien zu bleiben sein Ross an einen Baum zu binden und sich auf das Gras zum Schlafen hinzulegen Am nächsten Morgen sagte Prinzessin Isidusi zu ihrer Kammerfrau »Wie »Wie Wie schlecht ich heute Nacht Ries Ich schlachter Riese« Ries käme vor unser Schloss »Der war so groß und schwer« »dass unter ihm die Erde zitterte und der Boden bebte« »Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat« »Ih In diesem Augenblick kam der wachhaltende Rittersporn herein, verneigte sich und sprach »erlauchte Isidusi« »ein fremde Isidusi« »ein fremder Prinz ist angekommen, der ist groß wie ein Berg und hat die ganze Nacht vor unserem Schloss so laut geschnarcht, dass alle Fensterscheiben gesprungen sind« »Was will der fremde Prinz bei uns«? fragte Prinzessin Isidusi neugierig. »Er sagt, der Ruf deiner Schönheit sei bis in sein Königreich gedrungen, und er könne nicht mehr essen und nicht mehr schlafen, bevor er dich gesehen habe.« »So führe ihn herein.« »Sagte die Prinzessin.« »Ich bin gespannt, diesen Riesen von einem Menschen zu sehen.« Da gaben die Schwertlilien den Weg frei und steckten ihre Lanzen ein, die Rosenhecken zogen ihre Dornen zurück, und der Rittersporn führte den Prinzen in das Blumenschloss der Prinzessin Isidusi. Weil hier aber alles für kleine und zierliche Leute bestimmt war, blieb der dicke Prinz überall hängen und stecken, trat ein paar Schwertlilien nieder, riss große Löcher in die Rosenwände, sodass hinter ihm ein unwilliges Gemurmel einherlief, bis er endlich vor der Prinzessin anlangte und sie mit einer tiefen Verbeugung begrüßte. Jetzt sah Prinz Fressi selber, der sich bisher um nichts als ums Essen gekümmert hatte, dass er in seinem ganzen Leben noch nichts so Liebliches erblickt hatte, als es Isidusi war. Sie hatte freundliche blaue Augen, sie hatte langes blondes Haar, und ihre Stimme läutete wie ein feines silbernes Glöckchen. Jetzt klatschte sie in die Hände und sagte, »Oh, ein Menschenberg, wirklich ein Menschenberg! Noch nie habe ich so etwas gesehen!« Zum ersten Male schämte sich der Prinz seines unförmigen Aussehens, und um alles in der Welt hätte er der kleinen Prinzessin gefallen mögen. Er tat einen Kniefall vor ihr, bei dem das Schloss in seinen Grundmauern erzitterte, sodass die Prinzessin ihn bat, nur schleunig wieder aufzustehen. Dann fragte sie Fressi selber nach seiner Heimat, seinem Königreiche, seinen Eltern und dem Zwecke seiner Reise, worauf der Prinz erzählte, weshalb er gekommen sei. »Da du eine so weite Reise gemacht hast, lieber Prinz, ist es nur billig, wenn wir dich nach Kräften ehren. Wenn es dir recht ist, wollen wir auf die Wiese vor das Schloss gehen und ein Ball- und Reifenspiel veranstalten, wie du es gewiss kennst und geübt hast.« Dem Prinzen wurde es bei diesen Worten Angst und Bange, denn er war viel zu faul gewesen, um seine Glieder jemals im Ballspiele zu bewegen. Die Prinzessin klatschte in die Hände. Da traten ihre Gespielinnen herein, brachten goldene Bälle und silberne Reifen, und alle liefen fröhlich auf die Wiese. Nur Prinz Fressi selber stand hilflos und ungeschickt inmitten der Schar zierlicher Mädchen, die einander die Bälle zuwarfen und die Reifen zuschleuderten. Jetzt bedauerte er von Herzen, dass er niemals ein Ballgerät in die Hand genommen hatte. Aber es war zu spät. Die Mädchen kicherten und lachten, als sie den dicken Prinzen sich vergeblich bemühen sahen. Er war teppisch wie ein Bär, und wenn er einen Ball im Fluge fangen wollte, fiel er hin und konnte sich kaum erheben. Die Prinzessin runzelte die Stirn und sagte, Wenn es dir lieber ist, edler Prinz, so wollen wir uns in den Musiksaal begeben und fröhliche Lieder singen. Sie gingen in eine weite Halle, deren Bogenfenster geöffnet waren, und den Blick auf die Landschaft freiließen. An den Wänden hingen Instrumente aller Art, Lauten und Harfen, Flöten und Geigen. Eines der Mädchen reichte es Idusi eine silberne Harfe, und die Prinzessin begann zu spielen und ein Lied dazu zu singen. So schön, dass die Vöglein vor den Fenstern aufhörten zu zwitschern. Der Wind nicht mehr wehte, die Baumblätter nicht mehr rauschten und alles den Atem anhielt. Die Rosen vor den Fenstern aber hatten Tränen von Tau in den Augen. Auch Fressi Selva gefiel das Spiel und der Gesang. Aber seine Gedanken verirrten sich zu seinem geliebten Essen, und er ertappte sich dabei, dass er mit offenen Augen von einer reich besetzten Frühstückstafel und allerlei guten und schmackhaften Dingen träumte. So erschrak er denn, als ihm die Prinzessin mit einem wunderlieblichen Lächeln die Harfe reichte, und ihn bat, nun seinerseits ein Liedchen zum Besten zu geben, wie es in seiner Heimat gesungen werde und wie es ihm geläufig sein müsse. Da stand Prinz Fressi Selva mit der silbernen Harfe in der Hand und wusste nicht, wie man die Akkorde greifen müsse, geschweige denn, wie man ein Lied singe und sich anmutig dazu begleite. In seinem ganzen Leben war es ihm nicht so ungemütlich zumute gewesen wie jetzt. Wohl hatte ihm sein Vater die allerbesten Lehrmeister gehalten, aber weil der Prinz von nichts anderem wissen wollte als vom Essen, waren sie unverrichteter Dinge fortgezogen. Jetzt hätte Fressi Selva sein halbes Königreich dafür gegeben, hätte er ein Liedchen singen können. Aber er musste gestehen, dass er nichts konnte, nicht singen und nicht spielen. Am liebsten wäre er in den Erdboden versunken. Die Prinzessin reichte die Harfe einer ihrer Gefährtinnen und während diese spielte, begann es Sidusi zu tanzen. Das war so lieblich anzusehen, wie der Tanz von Elfen auf einer Mondscheinwiese. Nach und nach nahmen auch die anderen Mädchen an dem Tanzeteil und die Prinzessin führte den Reigen an. Dem ungeschlachten Prinzen zum Tanze aufzufordern, mochte der Prinzessin doch zugewagt erscheinen. Als der Reigen zu Ende war, sagte Sidusi, Nun, edler Prinz, wollen wir in den Speisesaal gehen und einen kleinen Imbiss zu uns nehmen. Wer war froher als Fressi Selva? Endlich etwas, wo ich meinen Mann stellen kann, dachte er. Die sollen staunen, wie ich essen werde. Er sah sich nach dem Fasten der letzten Tage vor einer leckeren Mahlzeit und gedachte, ihr alle Ehre anzutun. Aber wie erschrak er. Die Tafel war zwar aufs Zierlichste gedeckt und begrenzt, aber von den Genüssen, die er erwartete, fand er keine Spur. Nur Honig in Fingerhutkelchen, Blütentau, Erdbeerschaum und Rosen eingemachtes. Das war für seinen Magen und Hunger freilich wie ein Tropfen auf einen heißen Stein. Ist sie du, sie sagte nun. Lieber Prinz, wir haben dir gezeigt, was wir können und üben. Jetzt ist die Reihe an dir, uns Mädchen zu berichten, was du daheim gelernt und betrieben hast, in welcher Kunst du tüchtig bist und womit du dich beschäftigst. Gewiss wirst du uns von Dingen erzählen, die wir nicht kennen und verstehen. Gewiss hast du viel Fleiß und Eifer auf deine Arbeiten verwendet. Erzähle nun, wir wollen gerne von dir lernen. Jetzt brach dem dicken Prinzen der Angstschweiß aus allen Poren und er verwünschte den Ritt zu der wunderschönen Prinzessin Isidusi. Er musste ihr ja bekennen, dass er gar nichts gelernt hatte, gar nichts konnte, wusste und verstand, ja, dass er seine ganze Zeit bisher zu nichts anderem verwendet hatte als zum Essen und zum Schlafen. Durch das Gemach flatterte das helle Gelächter der Mädchen, denen es unglaublich vorkam, dass ein Prinz nichts gelernt habe als zu essen. Aber das Lachen verstummte bald, denn, Prinzessin Isidusi, lachte nicht. Sie sah den Prinzen lange traurig an und sprach, Du armer, armer Mensch, du hast ja keine Ahnung, was das Leben schön und wertvoll macht. Damit wandte sie sich ab und verließ das Zimmer. Prinz Fressi selber stand einen Augenblick wie vom Donner gerührt auf seinem Platzer. Dann drehte er sich auf seinem Absatz um und ging langsam die Treppe hinunter. Zum Schlosse hinaus, an den Schwertlilien vorbei und zu seinem Schimmel, der auf der Wiese graste. Den bestieg er und ritt davon. Hinter ihm lärmten die Spatzen. Ei, seht Herrn Fressi selber an, das ist für wahr ein wackrer Mann. Im Essen tut's ihm keiner gleich, in seinem ganzen Königreich. Allein was anderes kann er nicht, drum macht er jetzt ein trüb Gesicht und reitet heim auf seinem Gaul, groß, dick, gefräßig, dumm und faul. Der Prinz atmete auf, als das Walddunkel ihn endlich schützend aufnahm. Aber selbst hier schien es ihm, als verfolge ihn das helle Gelächter der Mädchen. Das Geschrei der Spatzen gelte ihm in den Ohren und selbst die Fichten schienen mit ihren langen Bärten vor heimlichem Lachen zu wackeln. Das Bächlein aber ließ seine Wellen kollern und schwatzte. Fress sie selber, heißt er, im Essen ist der Meister. So ritt der Prinz trübselig durch den Wald und achtete selbst seines Hungers nicht. Das Rost trabte munter seines Weges. Es witterte den Stall. Auch wollte es ihm scheinen, als würde sein Reiter von Tag zu Tag leichter. Endlich langten beide wohlbehalten vor dem Königsschloss an, von dessen Zinnen der König schon Ausschau hielt. Nun, was ist mit Prinzessin Isidusi? rief er von Weitem dem Prinzen entgegen. Der aber kam langsam und gänzlich verändert zu ihm und sagte, Seit sieben Tagen schäme ich mich, dass ich ein so unnützer Mensch gewesen bin. Wenn du es noch einmal mit mir versuchen willst, lieber Vater, so werde ich mein Leben ändern. Von heute an will ich lernen und arbeiten, damit man im Blumenschloss eine bessere Meinung von mir bekommt. Wohl jammerte die Königin, als sie den Prinzen sah. Du armes Kind, gewiss haben sie dir nichts zu essen gegeben, drum siehst du so blass und mager aus. Aber der Prinz achtete nicht darauf, lief auch nicht in die Küche, wie es seine Gewohnheit gewesen war, sondern begann zu arbeiten und zu lernen, dass es eine Freude war. Wenn es ihn wieder einmal zu Müßiggang und Unmäßigkeit hinzog, brauchte er nur an die traurigen Augen Isidusis und an ihre Abschiedsworte zu denken. Dann biss er die Zähne zusammen, gab sich einen Ruck und murmelte, Und ich werde dich doch noch zur Frau gewinnen. Als das Jahr um war, erkannte niemand in dem schlanken, munteren Prinzen den früheren Vielfraß. Seine Lehrer rühmten seinen Fleiß und seine Begabung. In seinen freien Stunden schlug er Ball und Reifen, sogar die Harfe spielte er und manch andere Instrumente dazu. Eines Tages sattelte er seinen Schimmel und ritt, ohne ein Wort zu sagen, durch den tiefen, finstern Wald zum Blumenschloss der Prinzessin. Diesmal musste er seine Prüfung besser bestanden haben, denn er brachte die liebliche Isidusi auf seinem Pferd mit in sein Schloss und feierte mit ihr Hochzeit. Noch lange Jahre lebten König Fressi Selva und Königin Isidusi in Frieden und Freude. Ein Vielfraß ist Fressi Selva in seinem Leben nicht wieder geworden. Die getreue Frau Von Johann Wilhelm Wolf Ein König hatte eine Tochter. Die war überaus schön und klar und hatte eine gar feine und zarte Haut. Wenn sie roten Wein trank, konnte man sehen, wie er ihr durch den Hals herunterlief. Die Welt war so erfüllt mit dem Ruf von ihrer Schönheit, dass selbst des Sultans Sohn aus der Türkei kam und um ihre Hand anhielt. Sie wollte jedoch nichts von ihm wissen und sprach. Sie wolle keinen Heiden heiraten, der sei ihr zu schlecht, nur ihre Schuhe zu putzen. Zu gleicher Zeit lebte in einem anderen Königreich ein König, welcher drei Söhne hatte. Da er nicht wusste, welchem von ihnen er nach seinem Tode das Königreich übergeben solle, So sprach er Geht auf Reisen und wer von euch mir das Schönste mitbringt, der wird König. Sie zogen sofort aus, doch geräute es sie schon am dritten Tage und die beiden Jüngsten sprachen zum Ältesten Lieber Bruder, gehe du nach Hause zurück und tritt die Regierung an. Wir wollen in die Welt hinausziehen und sehen, wo unser Glück blüht. Sprach der Ältere Ich kann euch nicht ziehen lassen, wenn ihr mir nicht verspricht, Treu zusammenzuhalten in Freud und Leid und euch nicht voneinander zu trennen, Auch sobald ihr euer Glück gefunden habet, Zurückzukommen, damit ich mich mit euch darüber freue. Darauf gaben sie sich die Hände und schieden voneinander. Nach langem Reisen kamen sie in das Königreich, wo die schöne Prinzessin wohnte. Da gefiel es ihnen so gut, dass sie beschlossen, dort zu bleiben. Der eine wollte den Seedienst lernen, der andere unter die Landarmee treten. Da sie so schöne Leute waren, nahm der König sie alsbald an und sie waren so gewandt und geschickt, dass sie in kurzer Zeit der eine Major und der jüngste Oberst wurden. Sie hatten so viel Geld von Hause mitgenommen, dass sie nicht zu knausern brauchten und ein herrliches Leben führen konnten. Da war kein Mangel an Dienerschaft und Pferden und Wagen. Jeden Tag fuhren sie um Mittag aus und jeden Tag der Woche in einem anderen Wagen mit sechs anderen Pferden und anderen Bedienten. Sie kamen dabei stets an dem Schlosse des Königs vorüber und da wurde die schöne Prinzessin aufmerksam auf sie und kam jedes Mal an das Fenster. Das bemerkten die zwei Prinzen bald, aber sie merkten nicht, wie die Liebe nach und nach in dem Herzen der Prinzessin Platz nahm und sie endlich nicht mehr ruhen ließ bei Tag und Nacht. Der jüngste der beiden Prinzen, welcher auch der schönste war, gefiel ihr nämlich so gut, dass sie meinte, nicht ohne ihn leben zu können. Sie mochte es aber niemand sagen, denn sie war gar stolz und da sie alles so in sich verbergen musste, fiel sie zuletzt in eine schwere Krankheit. Alle Ärzte im Lande mussten herbei, doch ihre Arzneien halfen nichts und es wurde von Tag zu Tag schlimmer mit ihr. Da ließ sich endlich ein uralter Mann am Hofe melden. Der hatte sein ganzes Leben hindurch die Welt bereist und kannte alle Kräuter. Er hatte einen Trank ausgefunden, der jede Krankheit auf der Stelle heilte, wenn sie auch noch so gefährlich war. Der König führte ihn zu der Prinzessin und kaum hatte der Alte sie gesehen, so sprach er, Ich kann ihr helfen, aber ich muss mit ihr allein sein. Als der König fortgegangen war, gab ihr der Alte einen stärkenden Trank. Dann sagte er, Ihr habt kein körperliches Leiden, sondern eine Herzkrankheit und ich kann euch nur helfen, wenn ihr mir aufrichtig bekennt, was euch drückt. Anfangs wollte die Prinzessin nicht mit der Sprache heraus. Aber der Alte wusste ihr Vertrauen so zu gewinnen, dass sie ihm endlich alles bekannte. Doch bat sie ihn, er solle sich nur nichts davon merken lassen. Da ging der Alte zum König und sprach, Ich habe die Krankheit wohl überwunden, aber es bleibt noch eine Schwäche zurück. Wenn die Prinzessin jetzt vier Leute sieht und die rechten Leute, die ihr schön zu erzählen und sie zu unterhalten wissen, dann ist die Schwäche auch bald gehoben, denn dann denkt sie nicht darüber nach. Wen will sie sehen? frug der König. Von all meinen Hofherren will sie nichts wissen. Wen, das weiß ich nicht, sprach der Alte. Aber es sind zwei vornehme Herren in der Stadt. Einer ist Major und der andere Oberst. Die könnt ihr einladen. Der König freute sich des guten Rates und sandte sogleich einen Bedienten zu den beiden Prinzen, um sie zum Mittagessen einzuladen. Als der Bediente seinen Auftrag ausrichtete, gaben die Prinzen ihm keine Antwort. Sie sagten zu dem Wirt, er solle ihnen das Essen wie jeden Tag bereit halten. Sie aßen wie immer zu Mittag. Dann fuhren sie nach Gewohnheit aus und an dem Schlosse des Königs vorbei. Als der König das sah, fuhr er den Bedienten an. Er habe wohl die Einladung nicht gehörig ausgerichtet. Doch der sagte, das sei geschehen. Die Herren hätten ihm aber keine Antwort gegeben. Da setzte sich der König des anderen Morgens in seinen Wagen und fuhr selber zu den Prinzen, lud sie zu sich zu Tische und frug auch, warum sie am vorigen Tage nicht gekommen seien. Man kann auf andere Leute reden nicht gehen, sprachen sie. Wenn wir so etwas auszurichten haben, tun wir es selbst. Das freute den König, denn er dachte, da sie so stolz seien, müssten sie wohl von vornehmer Herkunft sein und er frug sie, wer sie denn eigentlich seien. Als er nun ihre Abstammung vernahm, da war er gar außer sich vor Freude und sprach, sie dürften nicht mehr in dem Wirtshaus wohnen, sondern müssten in seinen Palast ziehen. Dies geschah noch am selben Tage und niemand war glücklicher darüber als die schöne Prinzessin. Als der Jüngste sie nun so jeden Tag in ihrer ganzen Heutseligkeit sah, da erwachte auch in seinem Herzen die Liebe zu ihr und da war es nicht weit mehr bis zur Verlobung und die Vermählung ließ auch nicht lang warten. Also wurden die beiden das glücklichste Paar auf Gottes Erdboden. Ein paar Jahre hatten sie also beisammen gelebt. Da sprach der Ältere, Lieber Bruder, ich habe den Seedienst nicht umsonst gelernt und kann es auf dem Lande nicht länger aushalten. Zudem finde ich hier mein Glück nicht, darum muss ich es anderswo suchen und will nächstens mit einem Schiffe gegen die Seeräuber ziehen. Tue das nicht, sprach der Jüngste. Du weißt doch wohl, dass wir unserem Bruder versprochen haben, nicht voneinander zu weichen, in Freud und Leid. Lass uns darum Wort halten und treu zusammenbleiben. Wenn du dein Glück finden sollst, dann kannst du es hier so gut finden, wie in einem anderen Weltteil. Der Ältere bestand aber darauf, er wolle fort. Da sprach der Jüngere, Wenn du gehst, dann kann ich nicht bleiben, denn ich halte mein Versprechen, wie hart es mir auch ankommt. Und er ging zu seiner Frau und sprach, Binnen acht Tagen verreise ich mit meinem Bruder, um ein wenig die Welt zu sehen. In Jahresfrist sind wir aber wieder zurück. Ach, wie da die arme Prinzessin weinte und jammerte. Es brach ihm fast das Herz, doch er ließ sich in seinem Entschluss nicht irre machen, denn sein Wort war ihm allzu heilig. Als nun die Schiffe zur Abfahrt gerüstet dalagen, zog der Prinz sein Schwert und gab es seiner lieben Frau, indem er sprach, Behalte die Schwert als ein Zeichen von mir. Solange es blank bleibt, geht es mir gut, und solange du keinen Rost oder Flecken darauf siehst, bin ich dir getreu, und das bleibe ich bis in den Tod. Da gab ihm die Prinzessin ihr schneeweißes Gewand und sprach, Dafür schenke ich dir diesen Mantel als ein Zeichen von mir, solange er weiß bleibt, solange bleibt meine Treue unverletzt. Da küßten und umarmten sie sich unter vielen Tränen und die beiden Brüder gingen zu Schiffe. Die Prinzessin aber schaute ihnen noch lange nach, bis die weißen Segel fern auf dem Meer verschwanden. Als sie etwa acht Wochen auf dem Meere waren, da kamen eines Morgens drei Schiffe mit Seeräubern gefahren, welche für den Sultan Beute machten. Die umzingelten das Schiff, worauf die beiden Brüder sich befanden, und machten sie und alle andere, welche mit ihnen fuhren, zu Gefangenen. Am folgenden Tage wurden sie vor den Sultan geführt, und als der ihre reichen und prächtigen Kleider sah, freute er sich über den Fang und frug sie, woher sie kämen und wer sie seien. Da erzählten sie ihm ihre Geschichte und baten, er möge sie doch wieder freigeben, sie wollten ihm schweres Geld senden, so viel, als er verlange. Jetzt war aber seine Freude erst recht groß, als er hörte, dass einer von ihnen der Gemahl der Prinzessin sei, welche ihn so schimpflich abgewiesen hatte, und er sprach, Ich gäbe euch nicht um alles Gold auf der ganzen Welt, denn ich will mich an euch dafür rächen, dass die Prinzessin meinen Thron verschmäht hat. Jetzt wird sie aber wohl zahm werden. Ihr seid Hunde und sollt bei den anderen Hunden sitzen und mit ihnen fressen und schlafen. Da ging ein trauriges Leben für die Brüder an, und hundertmal beklagte der Ältere, dass er seinem Bruder nicht gefolgt und ihn auch ins Unglück gestürzt hätte. Jeden Tag mussten sie die schimpflichsten Arbeiten verrichten. Dazu bekamen sie kein anderes Essen, als die Brocken, welche vom Tische fielen, denn sobald die Glocke zum Mittagessen läutete, mussten sie mit den Hunden in das Speisezimmer laufen und sich unter den Tisch setzen. Die besten Brocken schnappten die Hunde ihnen dazu noch weg, sodass sie manchmal bitter an Hunger litten. Oft mussten sie sich auch vor den Sultan legen, der alsdann seine Füße auf sie setzte und sie trat und schimpfte, wenn sie sich nur rührten. Das Schlimmste war ihr Lager im Hundestall, der sehr unrein war und nie gefegt werden durfte. Darum musste der ältere Bruder jeden Morgen seine Kleider sämtlich waschen. Der Jüngere hatte dies jedoch nicht nötig, denn an dem Gewande seiner Frau, welches er beständig trug, blieb kein Stäubchen hängen und es war immer schlossenweiß. Das war sein einziger und größter Trost in diesen schweren Tagen. Die Prinzessin hatte unterdessen fleißig nach dem Schwerte geschaut und war von Herzen froh, dass es stets so hell und blank blieb. Eines Morgens aber, als sie es erfreut darüber in der Hand hielt und betrachtete, lief ein trüber Hauch darüber und wie sie auch putzte und wischte, er wollte nicht weichen. Da ergriff ein schwerer Kummer ihr Herz, denn sie erkannte nun, dass ihrem lieben Gemahl ein Unglück begegnet sein müsse und sie beschloss ihm nachzureisen, um ihn zu retten, koste es, was es wolle. Als sie sich eben zur Abfahrt rüstete, kamen Boten in das Schloss, welche ihr meldeten, dass der Sultan aus der Türkei angekommen sei, der wolle zu ihr, da er viel mit ihr zu sprechen habe und wolle gegen Abend kommen. Sie ließ ihm wieder sagen, er könne kommen, jedoch nicht zu einer anderen Zeit als zwei Stunden vor Mittag und sechs Stunden Nachmittag. Es dauerte nicht lange, da war er schon im Schlosser, trat mit heimtückischer Freude in ihr Zimmer und sprach, Vorzeiten habt ihr meine Hand verschmäht, um euch mit einem armen Königssohn zu versprechen und den zum Gemahl zu nehmen. Der sitzt jetzt als Hund unter meinem Tische bei den anderen Hunden und frisst die Brocken, welche herunterfallen. Ich habe euch aber immer noch lieb und frage euch, ob ihr jetzt meine Frau werden wollt und die mächtigste Fürstin auf der Welt. Bedenket, dass ihr ein solches Glück euer Leben lang nicht wiederfindet, denn ihr bekommt die größten Schätze, die je Augen sahen und es ist kein Wunsch, der euch nicht sofort erfüllt würde. Die Prinzessin meinte vor Schmerz zu vergehen, als sie hörte, wie der Sultan von ihrem lieben Manne sprach und welch ein schreckliches Los demselben zuteil gefallen war. Sie fasste sich jedoch und sagte, eure Gemahlin kann ich nie werden und wäret ihr selbst Kaiser der ganzen Welt. Und sie ging schnell in ihr Kämmerlein und ließ ihn stehen. Dort weinte sie sich recht aus, dann aber warf sie sich auf ihre Knie nieder und betete zu Gott, er möge ihr Kraft und Mut in ihren Leiden geben und ihr Vorhaben segnen, damit sie ihren lieben Gemahl aus seiner schmählichen Gefangenschaft befreie. Gott erhörte ihr Gebet und stärkte sie so wunderbar, dass sie sich stark fühlte, alles zu wagen und zu unternehmen. Vor der Stadt lag eine Kapelle und ein Häuschen. Da kehrten die Pilger ein, welche nach Jerusalem gingen. Dahin schickte sie ihre treueste Dienerin und ließ einem der Pilger seine Kleider abkaufen. Diese zog sie an, nahm ihre Harfe, welche sie meisterlich spielte, und ging abends an den Strand, wo des Sultans Schiffe lagen. Da setzte sie sich hin, schlug ihre Harfe und sang, Was fehlt dir, mein Herz, dass du in mir so schlägest? Wie kommt es, dass du dich so heftig in mir regest? Du störst bei finsterer Nacht mir alle meine Ruhe, am Tag bei finsterer Nacht. Der Sultan, welcher gerade auf seinem Schiffe stand, horchte auf und ließ den Harfner zu sich rufen, sprach, Wie kommst du zu diesen Liedern? Das sind so meine Träume, antwortete der Harfner und sang weiter. Es schlagen über mich die Unglückswellen her, ich schweb in Todesangst auf einem wilden Meer, die stört bei finsterer Nacht mir alle meine Ruhe, am Tag bei finsterer Nacht. Dann fuhr er fort und sang in schönen Versen alles, was dem Sultan mit der Prinzessin begegnet war. Da frug der Sultan abermals, Wie kommst du zu diesen Liedern? Das sind so meine Träume, sprach der Harfner. Da rief der Sultan erstaunt, Du musst mit mir ziehen, magst du dafür fordern, was du willst? Hier kann ich nichts fordern, sprach der Harfner. Ich will aber mit euch ziehen und ein Jahr bei euch bleiben, Wenn es mir dann bei euch gefällt, bleibe ich, Gefällt es mir nicht, so gehe ich, doch müsst ihr mir zuvor schwören, dass ihr mir drei Wünsche erfüllen und mich ziehen lassen wollt. Da sprach der Sultan, Und das ist der höchste Schwur, den die Türken tun. So blieb der Harfner auf dem Schiffe und fuhr am folgenden Tage frühmorgens mit dem Sultan ab. Dieser gewann ihn immer lieber wegen seiner wunderschönen Lieder, sodass der Harfner ihn endlich, wie man zu sagen pflegt, um einen Finger wickeln konnte und nichts begehrte, was nicht sogleich erfüllt worden wäre. Als sie in dem Schlosse des Sultans ankamen, musste der Harfner gleich am folgenden Tage bei der Tafel spielen und alle Gäste waren darüber außer sich vor Entzücken, nur nicht des Sultans Mutter, ein böses altes Heidenweib, welches stets nur Ränke und Böses sann und Spann. Diese zankte fortwährend, wozu das Geleier diene, und sie könne den Sing-Sang nicht ausstehen. Aber niemand hörte auf sie und alle wurden von Stunde zu Stunde lustiger. Als die Tafel fast zu Ende war, öffneten sich die Türen und da kamen die Hunde und mit ihnen die beiden Prinzen herein. Der Jüngere in seinem schneeweißen Gewand und sein armer Bruder. Das sind alles meine Hunde, sprach der Sultan und warf den Prinzen ein paar Brocken zu. Doch da sprangen die anderen Hunde herbei und schnappten sie ihnen weg. Der Harfner musste sich Gewalt antun, als er dies jammervolle Schauspiel ansah, aber er ließ sich nichts merken und sprach nur, »Mir scheint, ihr füttert eure Hunde schlecht, die beiden großen Menschenhunde sehen gar mager aus.« Dann warf er ihnen große Brocken hin, welche die beiden Prinzen gierig verschlangen, denn ein so reiches Mahl hatten sie lange nicht bekommen. Das ärgerte die alte Sultanin noch mehr. Als sie aber darüber poltern wollte, fing der Harfner an zu singen und da ging sie voller Wut weg. Aber auch der Sultan ärgerte sich darüber. Darum stand er schnell von der Tafel auf, als das Lied zu Ende war. Zugleich kamen die Diener und schwangen ihre langen Peitschen, da wurde das Zimmer bald leer. Am folgenden Tage sonnte sich der Sultan in seinem Rosengarten, wo die Sklaven arbeiteten, und er ließ den Harfner kommen, dass er vor ihm spiele. Da schlug er die Harfe gar schön und sang dazu, »Ich kam in kurzer Zeit in einen schönen Garten, da sah ich also Schöne stehen, viel Blumen aller Arten. Darunter sah ich eine Rose blühen, ich wollt, ich könnt sie für mich erziehen.« »Das ist ein wunderliches Lied,« sprach der Sultan. »Aber sage mir nur, welche Rose du meinst, ich will sie dir sogleich schenken.« »Ach, das sind meine Gesänge so, ich habe keine von euren Rosen gemeint,« sprach der Harfner und fuhr fort. »Jetzt muss ich ganz betrübt aus diesem Garten gehen, niemand kommt fragen mich, wie es mir wird ergehen, die Unglückswellen fallen zu schwer über mich herein. »Welche Unglückswellen meinst du denn?« frug der Sultan und der Harfner antwortete, »Ach, das sind meine Lieder so.« Da sprach der Sultan und wies dabei auf die beiden Prinzen hin, welche im Schweiß ihres Angesichtes graben mussten. »Kennst du die Hunde dort? Die sind aus deinem Lande. Gehe und sprich mit ihnen.« »Ich kenne sie nicht,« erwiderte der Harfner. »Aber ich bin auch nicht aus dem Lande, wo du mich gefunden hast. Ich bin viel weiter her, will aber doch mit ihnen sprechen, ob sie meine Muttersprache verstehen.« Da ging er zu ihnen und machte allerlei Wischiwaschi durcheinander daher, als ob er eine ganz fremde Sprache redde. Doch die Prinzen sprachen, »Wir verstehen dich nicht.« Und das war ihnen nicht zu verdenken, denn das hätte kein Heidenkind verstanden. Der Harfner kam zum Sultan zurück und sprach, »Sie verstehen meine Sprache nicht, aber aus welchem Land sind sie denn?« »Diese Hunde sind zwei Prinzen, welche ich gefangen halte, weil die Frau des einen meine Liebe verschmäht hat.« »Da geschieht ihnen recht,« sprach der Harfner. »Wenn sie aber mein wären, ließe ich sie feine Arbeiten machen, welches die anderen Sklaven nicht können. Sie müssten mir schöne Körbe flechten, Käfige schnitzen und solche Dinge, womit ich mein Haus und mein Garten verzierte.« Das sagte er aber, weil er wusste, dass die Prinzen solches in ihrer Jugend gelernt hatten und damit sie nicht mehr so harte Arbeit tun müssten. »Das ist ein guter Gedanke,« sprach der Sultan. »Aber sie können es schwerlich.« »Es kommt auf eine Probe an,« erwiderte der Harfner. Da wurden ihnen Weiden und Messer und Holz gegeben, und sie flochten und schnitzten so schön, dass der Sultan außer sich vor Freude war. Mittags musste der Harfner wieder bei Tische spielen, und man setzte ihm ein reiches, kostbares Mahl vor. Doch aß er nur sehr wenig davon. Als die Hunde aber hereingelassen wurden, da lockte er die zwei Prinzen zu sich und warf ihnen große Bissen zu. Das ärgerte die alte Sultanin, und sie hetzte an dem Sultan und sprach, »Sieh doch, wie das gute Essen verschwendet wird! Es ist eine Schande, dass die Hunde es bekommen! Mach dem doch ein Ende!« Anfang sprach der Sultan wohl, man solle den Harfner gewähren lassen, aber sie hörte nicht auf zu hetzen, bis er ärgerlich rief, »Ich will nicht haben, dass du den Hunden dein Mahl gibst!« »Verzeiht, Herr Sultan!« sprach der Harfner. »Die Hunde können nichts fordern, darum muss man ihnen geben. Wenn ihr aber nicht haben wollt, dass ich den armen Hunden eine gute Mahlzeit gebe, dann lasst mich in mein Vaterland zurückgehen.« Da schwieg der Sultan und ließ ihn gewähren. Als aber jeden Mittag dieselbe Geschichte war, wurde der Sultan dessen endlich müder, denn die Alte sprach stets, »Lass ihn nur laufen! Er verdirbt die Hunde durch Leckerbissen, und wer weiß, was er noch im Schilde führt! Den Christen ist nicht zu trauen!« Er sprach eines Tages, »Ich kann dem nicht länger zusehen! Gehe, sobald es dir geliebt!« »Dann will ich gleich morgen gehen!« sprach der Harfner und freute sich und lobte Gott in seinem Herzen. »Vorher aber müsstet ihr mir euer Versprechen lösen und mir meine drei Wünsche gewähren!« »Tue das nur nicht!« raunte die Alte dem Sultan ins Ohr, aber der sprach, »Ich muss es tun, denn ich habe es geschworen beim Feuer und meinem Bart. Sage mir, was du dir für drei Dinge wünschest, und ich will sie dir gewähren!« Da tat der Harfner, als ob er sich besenne, und sprach als dann, »Fürs Erste wünsche ich mir den weißen Hund!« Das war nämlich der Prinz, welcher das weiße Gewand trug. »Fürs Zweite den anderen Hund, welcher immer bei ihm ist, und fürs Dritte ein Schiff mit Geld und Mannschaft, um in mein Vaterland zu fahren.« Da machte der Sultan ein saures Gesicht. Die Alte aber sprang und tanzte vor Wut und rief, »Das geht nicht! Die Hunde bekommst du nicht! Du hast Hundes genug an dir selbst!« Der Hafner aber sprach, »Bedenket euren Schwur, Herr Sultan, ich verlange nur, was mir zukommt.« Der Sultan erwiderte, »Du forderst das Größte, was ich habe, aber da du mein Versprechen hast, sollst du alles bekommen.« Und er ließ den Prinzen die Ketten abnehmen und sie auf das Schiff des Hafners führen. Der Hafner fiel ihm zu Füßen und dankte ihm für das Geschenk, doch der Sultan wollte nichts von Dank wissen und ging zornig weg. Wer da glücklicher war, die Prinzessin, das heißt der Hafner, oder die beiden Prinzen, das ist schwer zu sagen. Gern hätten sie für ihre Rettung gedankt, aber sie ging auf dem Schiffe nicht aus ihrer Kammer, ließ auch niemanden zu sich herein, außer einem Mädchen, welches ihr das Essen brachte. Sie lag Tag und Nacht auf den Knien und dankte Gott für alle Gnaden, welche er ihr erwiesen hatte, bat ihn, ihr Ferne auch beizustehen und sie nicht zu verlassen in Leid und Freude. Das Schiff flog schnell über das Meer dahin und landete bald in einem Hafen ihres Königreiches. Da ging sie aus ihrer Kammer hervor und ließ die beiden Prinzen zu sich kommen. Sie wollten sich vor ihr auf die Knie werfen, aber sie sprach, ihr braucht mir nicht zu danken, danket Gott dem Herrn, ich schenke euch eure Freiheit und alles, was im Schiffe ist, aber bevor ihr ans Land tretet, sollt ihr niederknien und Gott die Ehre geben. Da knieten die Prinzen und beteten inbrünstig. Sie aber schlich sich unterdessen in ihren Hafnerkleidern leise fort und ging auf heimlichen Wegen der Hauptstadt zu. Unterwegs traf sie einen Pilger, der ging desselben Wegs. Sie fragte ihn, was man sich alles in der Stadt erzähle und wie es der Prinzessin ergehe. Der Pilger antwortete, Man weiß nichts von ihr. Sie ist weggegangen, seitdem der Sultan da war und kein Mensch kann sagen, wohin. Die Minister haben ihrem Vater aber gesagt, sie gehe auf schlechten Wegen und ihm so lange zugeredet, bis er an allen Straßenecken hat bekannt machen lassen, wer sie überliefere, der erhalte eine große Belohnung. Man will nämlich Gericht über sie halten und dann könnte es leicht ein schlechtes Ende mit ihr nehmen. Die Prinzessin sprach, Du kannst dir diese Belohnung verdienen, wenn du alles tust, was ich dir sage und du bekommst noch viel mehr dazu. Wie sollte das möglich sein? frug der Pilger. Ich bin die Prinzessin, sprach sie und verabredete sich mit ihm, was er zu tun habe. Dann ging sie mit ihm in das Haus vor der Stadt, wo die Pilger einzukehren pflegten und wechselte dort die Kleider. Darauf band er sie und führte sie in das Gefängnis. Am selben Abend langten die beiden Prinzen gleichfalls in der Hauptstadt an und wurden mit großen Freuden empfangen. Das Erste, was der Jüngste aber sprach, war, Wo ist meine liebe getreue Frau? Da traten die Minister zu ihm und antworteten, Wir möchten lieber von ihr schweigen, aber da wir reden müssen, so müssen wir euch die Wahrheit sagen. Sie ist als eine Pfeile Dirne im Lande herumgefahren und erst heute eingefangen und ins Gefängnis gebracht worden. Das ist nicht wahr, sprach der Prinz, denn ihr Gewand ist so weiß, wie mein Schwert blank ist, darum kann ich es euch nicht glauben. Da brachten sie aber Zeugen, welche aussagten, dass die Prinzessin zur Zeit, wo der Sultan dagewesen, plötzlich verschwunden sei und dass niemand sie seit dem Tage gesehen habe. Der Prinz sah sein Gewand an und es dünkte ihm weißer als je zuvor, doch da sprachen die Minister, Das Gewand kann euch trügen, denn da sie so lange herumstreichen konnte, versteht sie sich gewiss auch auf Zauberkünster. Darum darf man dem Gewande nicht trauen und dem Recht muss sein Lauf gelassen werden. Der Prinz meinte, das Herz müsse ihm vor Leid zerspringen, als er das hörte. Ach, er hätte alles so gern nicht geglaubt und er konnte doch am Ende nicht anders. Am folgenden Tage wurde Gericht gehalten und da sich die Prinzessin gar nicht verteidigte und kein Wort sprach, so wurde sie zum Tode am Galgen verurteilt. Als der Tag herankam, wo das Urteil sollte vollstreckt werden und man die schöne Prinzessin in groben Kleidern auf den Richtplatz führte, da war Trauer in der ganzen Stadt, und wurde mehr geweint als gelacht. Auf dem Richtplatz war ein schwarzer Thron aufgeschlagen, worauf der Prinz saß, denn es war Sitte im Lande, dass niemand hingerichtet werden durfte, als in Gegenwart des Königs oder eines Prinzen. Als er seine Frau sah, da brach er in Tränen aus, denn er glaubte immer noch, sie müsse unschuldig sein und hielt sich beide Hände vors Gesicht, damit das Volk nicht sähe, wie bitterlich er weinte. Sie bat aber, man möge ihr nur eine Gnade schenken, bevor sie sterbe. Das wurde ihr zugesagt, und sie sprach, dann lasset mich einen Augenblick mit dem frommen Pilger, der dort steht, in dem Kapellchen allein beten und mich zum Tod vorbereiten. Da schloss man ihr das Kapellchen auf und sie trat mit dem Pilger hinein. Der hatte aber ihre Harfe unter seinem Mantel verborgen und auch die Kleider, in welchen sie vor dem Sultan gespielt und die beiden Prinzen erlöst hatte. Diese zog sie in der Sakristei rasch an, färbte ihr Gesicht und nahm die Harfe in die Hand. Also trat sie heraus und vor den Prinzen. Der sah sie aber nicht, weil er so sehr weinte. Sie sang, Kennst du denn den Harfner nicht, der dich ja hat erlöst? Erlöset hat er dich aus Kerker und aus Banden und hat dich heimgebracht, wohl in dein Vaterland. Ich falle nieder hier auf meine beiden Knie. Ach du mein liebster Herr, verzeihe dieses mir. Ich wollte dich ja nur für mich allein erziehen. Als der Prinz die Stimme hörte und die Harfentöne dazu, hob er erstaunt sein Haupt. Da erkannte er den Harfner und sprang von seinem Thron, um ihn zu umarmen und willkommen zu heißen. In demselben Augenblick aber warf der Harfner die falschen Kleider ab. Da stand die Prinzessin da in ihrer ganzen Schönheit. Was das für Freude und Glückseligkeit war, das könnten tausend Schreiber in hundert Jahren nicht ausschreiben. Der Prinz erzählte vor allem Volke, dass er sein Leben einzig und allein seiner lieben Frau verdanke. Und da ging erst der Jubel recht los. Beide wurden im Triumph durch die Straßen der Stadt geführt und die Festlichkeiten wollten gar kein Ende nehmen. Der kleine Däumling von Charles Perrault Es war einmal ein armer Mann und eine arme Frau. Und weil sie sehr arm waren, hatten sie viele Kinder. Nicht weniger als sieben und alles Knaben. Der Älteste war nicht älter als zehn Jahre. Der Jüngste war erst dreijährig. Das kam daher, dass der Storch, ein besonders starker Storch, ihnen manchmal zwei in einem Jahre brachte. Der Jüngste war klein, sehr klein, aber ganz außerordentlich klein. Und weil er, als er zur Welt kam, nicht größer war als ein Daumen, nannte man ihn den Däumling. Es ist das derselbe Däumling, der nachher so berühmt geworden. Aber das Sprichwort sagt, Klein und Keck schlägt die Großen weg. Der kleine Däumling war klug, klüger als alle seine Brüder, sprach wenig und hörte und merkte viel. Da kam eine große Hungersnot ins Land. Die armen Leute hatten kein Brot für die vielen Kinder. Und weil sie die Kinder nicht mit eigenen Augen vor Hunger sterben sehen wollten, dachten sie daran, sich ihrer auf gute Weise zu entledigen. Denn Not kennt kein Gebot, sagt ein anderes Sprichwort. Abends, als die Kinder schon zu Bette waren, sagte der Mann zu der Frau, »Du siehst, es geht nicht länger. Wir werden die Kinder in den Wald führen und sie dort verlieren.« »In den Wald?« rief die Mutter erschrocken. »In den düstern, düstern Wald!« »Ach, meine armen Kinder!« So schrie und weinte sie noch lange und wollte die Kinder nicht in den düstern, düstern Wald führen und sie dort verlieren. Aber am Ende begriff sie doch, dass sie das Elend nicht länger mit ansehen konnte. Und als eine gehorsame und brave Frau, die sie war, sagte sie, dass sie tun wolle, wie ihr Mann Befehler. Und darauf gingen sie schlafen. Aber der kleine Däumling hatte alles gehört. Wie er merkte, dass Vater und Mutter Geheimnisse besprachen, kroch er leise, leise aus dem Bette und unter den Schemel seines Vaters. Und da hat er alles gehört. »In den Wald gehen? In den düstern, düstern Wald?« dachte der kleine Däumling. »Und uns dort verlieren?« »Nein!« Er legte sich aufs Ohr, dachte nach und stand früh am Morgen wieder auf. Er ging hinaus an den Bach und füllte sich die Taschen mit kleinen, weißen Kieselsteinen. »Jetzt wollen wir mal sehen!« dachte er und klopfte stolz auf die Tasche, als wären darin lauter Louis-Dore, die er sein Lebtag nicht gesehen hatte. Dann ging's in den Wald. Der Vater mit der Axt auf der Schulter voran, die Mutter nach, dann die sieben Buben hintereinander, wie die Orgelpfeifen. Der kleine Däumling, der zuletzt ging, sagte nichts. Gar nichts, sagte er. Aber er dachte sich seinen Teil. Und wie sie in den Wald kamen, darin ist wirklich düster, sehr düster, ja so dunkel war, dass man kaum seinen Vordermann sah, ließ er nach und nach und ohne, dass es jemand merkte, die Steinchen fallen und säte sie so den ganzen Weg entlang. »Gute Saat«, dachte er, »trägt gute Früchte.« Und wie sie tief, tief drin im Walde waren, sagte der Vater, »Jetzt, Buben, sammel trockenes Holz, mache dreißig Bündel und seid recht fleißig.« Sie gehorchten, bückten sich alle und waren emsig bei der Suche. Vater und Mutter machten sich eine Ausrede, schlichen in die Gebüsche und da sie die Kinder nicht mehr sehen konnten, fingen sie an zu laufen und schliefen immer, bis sie zu Hause waren. Als die Kinder merkten, dass sie allein und verlassen waren in dem tiefen, tiefen Wald, fingen sie gewaltig an zu schreien und zu weinen. Der kleine Däumling schrie und weinte nicht und sagte auch nichts. Er saß auf einem abgesägten Baumstamm, steckte die Hände in die Hosentaschen und dachte, »Weint ihr euch nur recht aus?« Dann sagte er, »Jetzt ist genug geweint. Seid ihr Männer? Ich bin einer. Vater und Mutter haben euch hier stecken gelassen. Ich führe euch wieder heim. Auf, mir nach!« Wie gesagt, so getan. Sie folgten ihm und er führte sie auf demselben Wege, auf dem sie gekommen waren und den er sich mit den Steinchen bezeichnet hatte, aus dem Walde bis vors Haus. Aber sie hatten nicht den Mut einzutreten. Sie legten die Ohren an die Türe und horchten. Da drin ging's hoch her. Der Gutsherr hatte mittlerweile zehn blanke Thaler geschickt. Die Mutter hatte Brot, Fleisch und Würste geholt, zehnmal so viel, als sie brauchten, denn sie waren sehr hungrig und die Augen gehen immer weiter als der Magen. Als sie sich voll und satt gegessen hatten, dass sie nicht weiter konnten, rief die Mutter, »Ach, meine armen Kinder! Wo sind jetzt meine armen Kinder? Gewiss hat sie schon der Wolf gefressen, die, weil sie selbst so gut essen könnten, wenn sie hier wären. Wo sind meine armen Kinder?« Sie rief das so oft, dass der Alte ungeduldig wurde und ihr zu schweigen befahl, weil ihn das Gewissen zu plagen anfing. Um dieses und die Frau, die sich nichts befehlen ließ, zum Schweigen zu bringen, hob er endlich die Hand auf, um sie zu prügeln. Sie aber rief immer, »Wo sind jetzt meine armen Kinder?« Als sie es so ungefähr zum zwanzigsten Male rief, sprang die Türe auf und die Kinder schrien alle zusammen, »Hier sind wir! Hier sind wir!« Das war aber eine Freude, dass es gar nicht zu sagen ist. Umso mehr als die Kinder schnell ihre Schüsselchen holten und die Mutter ebenso schnell aus dem Kessel schöpfte und die Schüsselchen füllte. Die Kinder aßen und erzählten und erzählten und aßen und Letzteres so gut, dass nur vom Zusehen der Vater neuen Appetit bekam und die Mutter zum zweiten Male satt wurde. Die Freude dauerte noch die nächsten Tage hindurch, gerade so lange, wie die Zehntaler dauerten. Als diese dahin waren, kehrte das Elend zurück und Vater und Mutter beschlossen, die Kinder wieder in den Wald zu führen und zwar viel weiter als das erste Mal, um ihrer Sache sicher zu sein. Der kleine Däumling, der auf seiner Hut war und die Alten beobachtete, hatte auch diesmal ihr Gespräch belauscht. »Gut«, »dachte er, jetzt weiß ich, wie man's macht.« Aber er hatte die Rechnung ohne den Wirt gemacht, denn als er gegen Morgen hinausschleichen wollte, an den Bach, um wieder Steinchen zu sammeln, war die Türe geschlossen und er konnte nicht hinaus. »Gott verlässt die Seinen nicht«, dachte er, »es wird sie schon was finden.« Als sie dann in den Wald zogen und die Mutter jedem noch ein Stück Brot in die Tasche steckte, dachte er, »Siehst du wohl, da hast du das Brot. Waren es früher die Kieselsteine, so sind es jetzt die Brosämlein. Freilich würde ich sie lieber verschlucken, aber was ist zu machen? Man muss sich strecken nach der Decken.« Diesmal ging's viel, viel tiefer in den Wald, an eine Stelle, wo es dicht und dunkel war. Ganz, ganz dicht. Ganz, ganz dunkel. Die Alten machten sich wieder eine Ausrede, krochen ins Gebüsch und fort waren sie. Da ging wieder das Gewein und Geschrei los und dabei sahen alle den kleinen Däumling an. Er war ruhig, legte die Hände auf den Rücken und sagte nur, »Vorwärts!« »Wie einer, der seiner Sache ganz sicher ist, aber Hochmut kommt vor dem Fall.« Die Brosamen, so er auf den Weg gestreut, hatten die Vögel aufgepickt. Keine Spur war mehr da und nun war guter Rat teuer. Dennoch gingen sie drauf los, aber je weiter sie gingen, desto mehr verirrten sie sich und desto tiefer kamen sie in dichten, tiefen, düstern Wald. Es regnete und der Wind heulte und sie glaubten, es wären die Wölfe, die so heulten und hatten große Angst, besonders als es Nacht wurde, stockdunkle, pechraben-schwarze, mutterseelen-alleinige Nacht. Sie wussten nicht, wo aus, wo ein. Der kleine Däumling, immer der kleine Däumling voran, denn sein Grundsatz war, selbst ist der Mann, kletterte einen hohen, dicken Baum hinan, der alle anderen Bäume des Waldes überragte und blickte nach allen Seiten aus. Nach drei Seiten sah er gar nichts, aber von der vierten Seite her kam ihm aus der Tiefe, durch Gebüsch, aber noch aus weiter Ferne ein Lichtschimmer entgegen. Gut, dachte er, durch Nacht zum Licht und ließ sich wieder vom Baume heruntergleiten zu den Brüdern, die alle unten standen und hinauf sahen. Aber unten angekommen war's wieder nichts, denn das Licht war verschwunden. Doch hatte er sich die Richtung gemerkt und wanderte nach jener Seite, bergauf, bergab. Das Licht tauchte auf und verschwand wie ein Irrlicht. Sich nur nicht irre machen lassen, dachte der Däumling und die anderen stellsten hinter ihm her. So gelangten sie endlich an das Haus, aus dem das Lichtlein gekommen war und riefen und pochten. Eine gute Frau kam heraus und fragte, wer sie seien und was sie wollten. Hungrige, durchnässte, müde, im Walde verirrte, arme Kinder sind wir, antwortete der Däumling, und möchten um Gottes Willen um ein Stück Brot und ein Nachtlager gebeten haben, ohne jemand genieren zu wollen. Ach, ihr armen guten Kinderlein, rief die Frau und fing zu weinen an. Wisst ihr denn auch, wohin ihr geraten seid? In diesem Hause wohnt ein Riese, der die Kinder frisst. Da fingen sie alle an, vor Angst zu zittern, auch der Däumling. Doch sagte er, es ist gewiss nicht schön, Kinder zu fressen, noch weniger schön ist es, gefressen zu werden, und zwar als Kind. Aber was ist zu tun? Draußen ist's finster und sind die Wölfe, so gehen wir doch lieber ins Haus. Vielleicht gelingt es dir, gute Frau, das Herz deines Gatten zu rühren, vielleicht hat er eben keinen Appetit. Auch sind wir so mager, und ich bin so klein. Man muss es wagen und sehen, wie es weitergeht. Gewöhnlich werden doch nur die gefressen, die sich fressen lassen. Die gute Frau ließ sich überreden, hoffend die Kleinen während der einen Nacht vor dem Riesen verbergen zu können. Sie führte sie in die Stube und setzte sie ans Feuer, wo ein ganzer Hammel am Spieße stak, dass sie sich wärmen und trocknen sollten. Aber kaum hatten sie sich's ein wenig gemütlich gemacht, als sich draußen schwere Schritte und an der Türe ein furchtbares Gepolter hören ließen. Da kommt der Riese, mein Mann, rief die Frau erschrocken und schob rasch die Kinder und das Bett. Der Riese fragte sogleich, ob das Nachtessen fertig, ob genug Wein abgezapft sei, lauter solche Fragen. Er setzte sich an den Tisch und verzehrte den Hammel, der noch ganz blutig war. Der kleine Däumling, der ihn von unter dem Bette aus beobachtete, dachte, nun, der kann essen, für den ist ein Mann wie ich nur ein Bissen, aber wenn er mich frisst, so soll er mich wenigstens nicht verdauen. Als der Riese mit Essen fertig war, erhob er die Nase und fing an, nach allen Seiten herumzuschnüffeln. Ich rieche, rieche Menschenfleisch, sagte er unheimlich. Es wird wohl nur das Kalb sein, sagte seine Frau. Das Kalb, das ich für dich abgezogen habe. Schweig, rief der Riese zornig. Darauf verstehe ich mich. Ich rieche, rieche Menschenfleisch. Und so sprechend ging er, immer schnüffelnd, geraden Weg seiner Nase folgend, auf das Bett los. Ach, treuloses Weib, schrie er sichtlich entrüstet. Du hast Geheimnisse von mir, willst mich täuschen, du rücksichtsloses, pflichtvergessenes Weib. Nichts als deine Magerkeit hält mich ab, sonst fräße ich dich selber. Sein Gesicht klärte sich wieder auf, wie er einen Knaben nach dem anderen unter dem Bette an den Beinen hervorzog. Herrlicher Bissen, prächtiges Wildbret, murmelte er und leckte sich dabei die Lippen ab. Das trifft sich gut, da ich gerade drei Riesen meine Freunde dieser Tage zu Tische habe. Die armen Kinder schrien, umklammerten seine Knie und Füße und baten um ihr Leben, während das Ungeheuer sie betastete, die guten Bissen lobte und nur von der Soße sprach, in der sie genossen werden müssten. Es war gerade einer der furchtbarsten Menschenfresser. Er zog sein großes Messer, schliff es und packte dann einen der Knaben, als seine Frau sagte, Aber warum willst du sie heute schon schlachten? Ist nicht Morgenzeit? Was du heute tun kannst, verschiebe nicht auf morgen, antwortete der Riese. Aber es ist noch so viel Fleisch da, Kälbernis, Schweinernis, Schöpsernis, das geht dir alles verdorben. Das ist richtig. Also füttere sie gut, dass sie mir nicht abmagern und bringe sie dann zu Bette. Zeit gewonnen, alles gewonnen, dachte der Däumling und ließ sich's schmecken. Dann folgte er mit den Brüdern der guten Frau in die obere Stube, wo sie sich alle sieben in ein großes, breites Bett legten. In derselben Stube, in einem gleich großen, breiten Bette, schliefen die sieben Töchter des Riesen, junge, ebenfalls zum Menschen Fleisch essen geborene Riesinnen. Sie sahen sehr wohlgenährt, hübsch und frisch aus, wie alle, die von anderen leben. Ihre Vorderzähne waren sehr lang und gingen breit auseinander, was ihre Bestimmung und Nahrungsweise verriet. Noch waren sie nicht sehr bösartig, aber sie berechtigten zu den schönsten Hoffnungen, denn wo sie ein Kind erwischen konnten, bissen sie drein. Auf ihren Köpfen trugen die sieben Mädchen sieben Kronen. Das bemerkte der kleine Däumling sogleich, und kaum hatte die gute Frau die Stube verlassen, als er ihnen die Kronen abnahm und ihnen dafür sieben Mützen, seine eigene und die seiner Brüder, aufsetzte. Sie merkten nichts davon, da sie einen riesig tiefen Schlaf hatten, sich und den Brüdern aber, welche ebenfalls bereits schliefen, setzte er die sieben Kronen auf. Man kann nicht wissen, wozu das gut ist, dachte er. In seiner Herzensfreude über den guten Fang hatte der Kinderfresser etwas zu tief ins Glas gesehen, und als er sich endlich ins Bett gelegt, ließ ihn der Gedanke an die guten Braten nicht schlafen. Er warf sich unruhig hin und her und konnte kein Auge schließen. Ich würde wohl besser schlafen, wenn ich die Sache vom Herzen hätte, dachte er. Das Gute und Nützliche soll man nicht aufschieben. Er erhob sich leise, nahm das Messer und schlich sich, um seine Frau, deren Widerspruch er fürchtete, nicht zu wecken, im Dunkeln davon. Er tappte die Treppe hinauf in das Kinderzimmer und an das Bett der Knaben. Weiter tappend fühlte er die Kronen. Teufel, sagte er, da hätte ich was Rechtes angerichtet, hätte beinahe meine eigenen Kinder abgeschlachtet, anstatt der fremden Buben. Siehst du wohl, dachte der kleine Däumling, der noch wachte. Der Riese tappte sich weiter an das andere Bett und als er da die Bubenmützen fühlte, sagte er, aha, jetzt bin ich an den Kerlchen, drauf los! Und so sprechend schnitt er den sieben Kinderfresserinnen der Zukunft ihre sämtlichen Kehlen ab und beruhigt ging er in sein Bett zurück und schnarchte bald so gewaltig, dass die Wände zitterten. Schlaf wohl, sagte der Däumling, wie er ihn schnarchen hörte, weckte seine Brüder, lispelte ihnen leise zu, sich in aller Stille anzukleiden und ihm zu folgen. Sie schlichen die Treppe hinab in den Hof, der Däumling immer voraus, sprangen über die Mauer und fort ging's in den Wald hinein aufs Gerate wohl. Überall besser, selbst im wildesten Wald, als bei bösen Menschen. Als der Riese spät am Morgen erwachte, sagte er schmunzelnd zu seiner Gattin, geh mal nauf und putz mir die sieben Buben recht schön heraus. Sie tat, wie er sagte, aber als sie in die Stube trat und die sieben Mädchen mit abgeschnittenen Kehlen daliegen sah, stieß sie einen gewaltigen Schreckens- und Schmerzensschrei aus und fiel in Ohnmacht. Auf den Schrei und Fall eilte der Riese herbei, sah die Bescherung und fluchte heidenmäßig. Meine sieben Meilenstiefel, meine sieben Meilenstiefel, schrie er und schrie es noch immer, als er sie schon in der Hand hatte und auf die Beine zog. Die Spitzbuben sollen mir nicht entgehen und den Streich büßen. Die sieben Meilenstiefel waren eine der schönsten Erfindungen der alten Zeit, nur befanden sie sich leider nicht immer in den besten Händen. Wer sie an den Füßen hatte, legte mit jedem Schritt sieben Meilen zurück, also mit zehn Schritten nicht weniger als siebzig Meilen. Da ist die Eisenbahn nichts dagegen, obwohl wir uns so viel darauf einbilden. Mit diesen sieben Meilenstiefeln stieg der Riese über Berg und Tal, hin und her, kreuz und quer, immer nach den Knaben suchend. Diese waren schon in der Nähe ihrer Heimat, als sie den fürchterlichen Mann dahinstiefeln sahen, über hohe Berge und breite Ströme und unendliche Wälder dahinschreitend, als wäre es nichts. Ach, da wurde ihnen ganz weh zumute. Sie befanden sich gerade an einem Felsen mit einer Höhle. Da schob sie Däumling alle hinein und sich auch, nur dass er das kleine Köpfchen herausstreckte, um zu beobachten, was der Schreckliche anfangen oder ob er sich aus der Gegend verziehen werde. Der Riese, der in seiner Wut arg hin- und hergelaufen war, fühlte sich etwas müder, legte sich auf den Felsen, entschlief und schnarchte bald so fürchterlich wie in der letzten Nacht. Däumling, der dieses Geschnarch schon kannte, sagte zu seinen Brüdern, jetzt ist nichts zu fürchten, macht euch auf die Strümpfe, laufet nach Hause, grüßet mir Vater und Mutter und seid meinetwegen nicht besorgt. Ich werde mit so einem Kerlchen wie dem Riesen schon fertig. Selbst ist der Mann. Die Buben liefen, was sie konnten und waren bald zu Hause. Däumling aber zog dem Riesen sachte, sachte die sieben Meilenstiefel von den Füßen und zog sie selber an. Sie saßen ihm wie angegossen, denn sie hatten die Eigenschaft, sich nach Bedürfnis auszudehnen oder zusammenzuziehen und passten auf den Fuß jedes jeweiligen Besitzers. So, sagte der Däumling, die hätten wir denn. Jetzt wollen wir sehen, wie weit wir es mit sieben Meilenstiefeln bringen. Ein Esel, wer an der Krippe steht und nicht frisst, wer die Mittel zum Glück hat und nicht sein Glück macht. So sprechend war er bereits auf dem Wege zu dem Hause des Riesen und er hatte noch nicht ausgesprochen, so stand er schon vor dessen Tür. Euer Mann, gute Frau, sagte er zu dem Weib des Menschenfressers. Ist mehreren noch stärkeren Riesen in die Hände gefallen, die ihm den Hals abschneiden wollen, wenn er nicht seine ganze Barschaft ausliefert? Im Augenblick der Gefahr sah er mich vorbeikommen und als alten Bekannten bat er mich, die Bestellung an euch auszurichten. Und weil es Eile hat und zugleich um mich bei euch zu begläubigen, gab er mir die sieben Meilenstiefel, die ihr da an meinen Füßen seht und die mir prächtig sitzen, saget selbst, wie angegossen. Also nicht lange gefadet und heraus mit allem Baren. Die gute Frau besann sich nicht lange und gab alles her und mit den Schätzen beladen, eilte der Däumling heim zu Vater, Mutter und Brüdern und das war wieder einmal eine Freude des Wiedersehens, dass es nicht zu sagen ist. Mit den Schätzen des Riesen konnten nun die armen Leute trotz aller Hungersnot herrlich und in Freude leben und das taten sie auch gewissenhaft und luden alle armen Leute und Nachbarn dazu ein. Aber Däumling sagte, ich bin keine Schnecke, die immer das Haus auf dem Buckel hat und wenn man sieben Meilenstiefel hat, muss man seinen Weg machen. Das ist nur recht und billig. Ich gehe zum König und werde Kurier. Der König war über die Maßen froh, einen solchen Kurier zu haben, der ihm täglich einige Male Nachricht von seiner Armee, die fern im Felde stand, bringen konnte, denn schon damals waren die Leute so dumm, Kriege zu führen. Es war für den König sehr bequem, seine Soldaten von seiner Stube aus kommandieren zu können, vor den Kugeln sicher, nichts von Regen und Kälte und Ermüdung zu leiden und doch ein großer Feldherr zu sein. Dafür war er dem Däumling sehr dankbar und bezahlte ihm jeden Weg aufs Beste. Als endlich der Friede geschlossen und der König vor die Stadt geritten war, um einen feierlichen Einzug in die Stadt zu halten, ernannte er den Däumling zum Gesandten. So war der kleine Däumling ein großer Herr geworden und in seinem Wappen standen in goldenen gotischen Lettern die Worte Selbst ist der Mann. Das wunderbare Schreibzeug von Heinrich Seidel Es war einmal ein armer Student. Der lebte in einer großen Stadt, einsam und allein und hatte keinen Menschen, der sich um ihn gekümmert hätte. Eines Tages im Sommer, als er in der Dämmerung durch die Straßen ging, begegnete ihm ein sonderbarer Mann mit einem Hundekarren. Der Mann war nicht groß und etwas buckelig, trug einen langen grauen Rock mit großen Taschen und ein schwarzer Hut mit breiter Krempe verdeckte sein kleines graubertiges Gesicht, so dass er, wenn er mit seinen tiefliegenden dunklen Augen jemand ansehen wollte, den Kopf ganz in den Nacken legen musste. In dem zugeknöpften langen Rocke und dem breit krempigen Hut sah er beinahe aus wie ein riesiger Pilz. Der Mann ließ seinen Wagen auf der Straße stehen und ging in die Häuser, denn er kaufte Lumpen, Knochen und alle solche Dinge, die kein Mensch mehr gebrauchen konnte. Heinrich sah ihn eben in einer Haustür verschwinden, als ein Straßenjunge ankam und den armen grauen Hund, der sich nicht wehren konnte, mit einem Stocke neckte. Als der Hund knurrte und bellte und nach dem Stocke schnappte, fing er sogar an, ihn zu schlagen, indem er sich an dem Gewinsel des armen Tieres ergötzte. Heinrich geriet in gewaltigem Zorn darüber, riss dem Jungen den Stock aus der Hand und indem er ihn herzhaft damit prügelte, sagte er, warte nur, du sollst auch einmal fühlen, wie das tut. Der graue Mann war eben wieder aus der Tür getreten und bat Heinrich einzuhalten. Lassen Sie den Jungen nur laufen, er wird es gewiss nicht wieder tun, meinte er. Heinrich ließ den brüllenden und ganz verdutzten Jungen los und streichelte den Hund, der ihm dankbar die Hand leckte. Der Lumpensammler sah aber den armen Studenten freundlich an, drückte ihm die Hand und sagte »Das will ich Ihnen gedenken. Komm Bello!« Aber der Sommer verging, es ward Herbst, bald fielen die ersten Schneeflocken und es kam die schöne Weihnachtszeit, ohne dass Heinrich den alten Mann wiedergesehen hätte. Am heiligen Abend, als es dunkel wurde, wanderte er durch die Straßen der Stadt, durch das Treiben und Drängen des Weihnachtsmarktes und war traurig und allein. Er bog in eine dunkle Gasse. Es wurde ihm so weh in dem bunten Gewirr. Da hörte er sich plötzlich angerufen und sah den alten grauen Mann in der Tür eines verfallenen Hauses stehen. Kommen Sie ja rein, sagte der Mann. Heute will ich ihr Weihnachtsmann sein. Er führte ihn in ein kleines warmes Stübchen. Eine Lampe stand auf dem Tische, davor eine aufgeschlagene Bibel. An den Wänden waren auf Borden allerlei Gegenstände aufgestellt. Brauchbare und nicht brauchbare Dinge. Bücher und Gläser, Kochgeräte und alte Bilder, zerbrochene Töpfe und tausend andere Gegenstände, wie sie sich im Laden eines Trödlers finden. Heinrich und der alte Mann begaben sich an den Tisch. Dieser setzte eine große Hornbrille auf und las mit zitternder Stimme das Weihnachtsevangelium. Andächtig saß der Student und hörte zu und Bellus spitzte seine Ohren und sah seinen Herrn so klug an, als ob er alles verstünder. Die zitternde Stimme des Alten aber hob sich mehr und mehr und klar und deutlich schloss er mit dem Spruche der Engel. Ehre sei Gott in der Hö und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Dann kramte er in einem Auszuge und brachte eine Flasche Wein und einen großen Kuchen herbei. Jetzt wollen wir Weihnacht feiern sagte er und Kuchen essen und Wein trinken. Heute ist alle Welt Kuchen und Bello bekommt auch welchen. Das soll uns schmecken, nicht Bello? Er schenkte den Wein in zwei funkelnde geschliffene Kristallgläser und forderte Heinrich auf zu trinken. Wie das duftete! Feurig rollte ihm das Blut durch die Adern. Es war ihm, als verdufte ihm der Wein auf der Zunge. Er glaubte lauter Geist zu trinken. Wie anders erschien ihm jetzt das ärmliche Gemach des Trödlers. Kostbare Vasen und herrliche Glasgefäße, die er zuvor für zerbrochene Töpfe gehalten hatte, schimmerten an den Wänden. In den Ecken und Winkeln raschelte und huschte es geheimnisvoll. Zu Weilen schien es ihm, als säenbärtige Zwergenköpfe hinter den mächtigen goldverzierten Büchern hervor oder guckten aus den bunten Vasen heraus. Aber wenn er schärfer hinsah, war nichts Ungewöhnliches zu sehen. Der Alte hatte sich einen bunten Schlafrock angezogen und eine hohe spitze Mütze aufgesetzt, sodass er aussah wie ein Zauberer. Jetzt besehen wir Bilder, sagte er und legte einen großen Folianten auf den Tisch. Dann schlug er das Buch auf und berührte die Bilder mit einem bunten Stäbchen. Da war es, als würde alles lebendig. Wie das lebte und wimmelte, das war ein Weihnachtsmarkt. Da waren Läden mit Spielsachen und bunten Pyramiden. Wie die Lichter schimmerten, die Menschen gingen und kauften. Dort standen auch Tannenbäume. Eine arme Frau hatte sich einen ganz kleinen Tannenbaum gekauft. Ihre beiden kleinen Kinder hatten sie ans Kleid gefasst und waren sehr glücklich. Nun bekamen auch sie einen Tannenbaum. Heinrich glaubte, das Rufen der Verkäufer und die klagenden Töne der Drehorgel zu hören. Gingen nicht die Leute durcheinander? Das war nicht nicht zu bemerken. Das lebte alles und war wirklich. Umschlagen befahl der alte Mann und Heinrich glaubte, einen Zwerg unter dem Blatte zu bemerken, der rasch umschlug und dann verschwand, als wäre er in das Bild hineingekrochen. Ein Seesturm, wie die Wellen wogten und schäumten. Ein Schiff tanzte auf den Wellen, das Wasser spritzte über das Deck hin. Das war ein Weihnachtsabend auf der See. An der Leeseite, geschützt vor Wellen und Wind, saßen Matrosen und rauchten und schwatzten miteinander. Den Arm um den Mast geschlungen, stand aber unbekümmert um Wind und Wetter der braune Schiffsjunge. War es Salzwasser oder waren es Tränen, die sein Gesicht benetzten. Jetzt sprangen seine Geschwister um den grünen strahlenden Tannenbaum. Jetzt dachte seine Mutter an ihn und weinte wohl und betete für den Sohn auf der weiten wilden See. Es war Weihnachtsabend und er noch so jung. Ein anderes Blatt ward aufgeschlagen. Auf dem Tische stand ein Tannenbaum mit vielen Lichtern. Studenten saßen ringsum und tranken Punsch. Die wollten auch Weihnacht feiern auf ihre Weise. An dem Tannenbaum hingen allerlei närrische Sachen. Kinderflöten, Hampelmänner und komische Puppen mit großen Köpfen. Darunter lag Papier und Körbe standen umher. Da hatten sie ausgepackt, was ihnen aus der Heimat geschickt war. Briefe und Geschenke waren dabei gewesen, von Eltern und lieben Verwandten und wollene Strümpfe und viele Pfeffernüsse. Der eine hatte eine Mettwurst gefasst und sah sie an, als wolle er sagen, Na, du sollst mir schmecken. Es saß auch einer etwas an der Seite. Der hatte eine bunte gestickte Brieftasche in der Hand und küsste sie heimlich. und es war Heinrich, als höre er Gläser klingen und fröhliches Gelächter. Nun kam ein trauriges Bild. Der Vater lag auf dem Sterbebette. Die Mutter hatte die Hände hinter seinen Kopf gelegt und hielt ihn, dass er seine Kinder noch einmal sehe. Diese standen um das Bett herum und weinten. Es war auch ein kleiner blonder Krauskopf dabei. Der weinte recht erbärmlich. Aber er weinte wohl nicht um den Vater, denn sein kleiner Verstand begriff noch nicht, was sterben heißt. Er weinte, weil er nicht lachen und springen durfte und weil er keinen Tannenbaum haben sollte wie die anderen Kinder. Und die Blätter wurden umgeschlagen und Heinrich saß und schaute und vergaß alles um sich her und lachte und weinte vor Freude über alles Herrliche, was sich seinen Blicken zeigte. Immer lebendiger wurden die Bilder. Ihm war als schaue er in einem Rahmen die wirkliche Welt. Als nun das Buch zu Ende war, rauschten die Blätter und wuchsen und breiteten sich aus. Grüne Tannenzweige schossen daraus hervor, höher und höher und lichte Funken sprühten dazwischen. Aus den Wänden sproste grünes lustiges Gezweige. Die Decke wuchs empor. Es war, als drängten die Tannenzweige sie vor sich her. Lichter flimmerten auf den Zweigen und aus dem Fußboden wuchsen mächtige Blumen mit geschlossenen Knospen. Sie taten sich auf mit süßem Duft und luftige Gestalten schwebten hervor mit zarten Flügelchen. Sie wiegten sich anmutig durch die Luft und als der arme Student aufsah, war aus den Blättern des Buches ein mächtiger Tannenbaum hervorgewachsen mit tausend strahlenden Lichtern. Heinrich bemerkte jetzt, dass er ganz allein sei. Plötzlich aber taten sich die Tannenzweige voneinander und ein schönes Mädchen trat hervor in einem weißen Kleider mit einem Fichten Kranz im Haar. Sie nahm Heinrich bei der Hand und sie stiegen auf den Zweigen wie auf einer Wendeltreppe empor in den mächtigen Tannenbaum. Heinrich wagte nicht zu sprechen. Ihm war so feierlich zumute und das Mädchen war so schön. Es war ihm immer, als höre er in der Ferne die mächtigen Töne einer Orgel und den Gesang andächtiger Menschen. Sie stiegen immer höher. Zu Weilen sah er durch die Zwerge den dunklen Nachthimmel mit seinen blitzenden Sternen. Oben aber blickte er plötzlich hinaus über die ganze Stadt. Die Häuser strahlten und leuchteten im Weihnachtsglanzer und fröhliche Stimmen drangen zu ihm herauf. Sie empor, sagte das Mädchen. Und er bemerkte einen weißen Nebel am Himmel. Der zerriss plötzlich und es war, als sähe er mitten in den Himmel hinein. Da schwebten in strahlenden Wolken Engel in weißen Gewändern auf und nieder und trugen Palmenzweige in den Händen und sangen Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Aber es ist nun hohe Zeit, dass sie nach Hause gehen. schnarrte ihm plötzlich die Stimme des alten Trödlers ins Ohr. Es ist bald Mitternacht. Und da saß er wieder am Tische und alles sah ganz gewöhnlich aus. Das Buch war fort und der Alte kramte in einer Schieblader. Sie schliefen wohl recht schön, meinte er jetzt. Habe ich denn geträumt? sagte Heinrich ganz verwirrt. Gehen Sie zu Bette, Sie sind müde, sagte der Alte. Und hier will ich Ihnen auch etwas schenken. Das kann ein fleißiger Student wohl gebrauchen. Damit drückte er ihm ein altes, wunderlich geformtes Schreibzeug in die Hand und schob ihn zur Tür hinaus. Und als Heinrich durch die gasbeleuchteten Straßen nach Hause wankte, da war es ihm wie ein Traum. Als Heinrich am anderen Morgen spät erwachte, glaubte er, er hätte alles geträumt. Aber da sah er das Schreibzeug auf dem Tische stehen, das ihm der alte Mann geschenkt hatte. Alle die bunten Bilder zogen an seinem Geiste vorüber, die er am vergangenen Abend geschaut hatte. Er stand auf und sah aus dem Fenster. In der Nacht war Schnee angefallen. Die weißen Dächer lagen im Sonnenschein. Der Himmel war klar. Die Sperlinge zwitscherten und die Luft war voller Glockenklang. Am Abend saß Heinrich einsam in seinem Stübchen am Tische. Er hatte einen Bogen weißes Papier vor sich und betrachtete nachdenklich das Schreibzeug. Dieses war zierlich aus Metall gearbeitet. Es befand sich ein Sandfass, ein Tintenfass und ein Behälter für Stahlfedern darin. Zierliche, von durchbrochenem Blätterwerk gebildete Ranken, anmutig ineinander geflochten, bildeten das Gestell. Zwischen den Blättern saßen niedliche Eidechsen, Käfer und Schmetterlinger. Zwergengestalten mit bärtigen Gesichtern lugten hier aus den Ranken und dort aus den Blumen neigten sich mit halbem Leibe leichte Älfchen vor. Ja, zuweilen war es Heinrich als Leber alles und bewege sich durcheinander, aber dann war alles wieder starr und steif. In der Mitte aber, wie in einer kleinen Grotte, saß unter den Blättern ein feines zierliches Mädchen mit einem Krönchen auf dem Haupte und einem Stäbchen in der Hand. Das war so fein und zart gearbeitet, dass Heinrich kein Auge davon wenden konnte. Ihm war, als müsse er etwas schreiben. Als er die Feder ins Tintenfass tauchte, fühlte er einen leisen Schlag und ein Zucken in den Fingern. Und jetzt sah er deutlich, der eine der Zwerge nickte ihm zu und jetzt auch die anderen. Und dann war alles Leben und Bewegung. Die Ranken dehnten sich aus und wuchsen und breiteten sich über den Tisch. Prächtige Blütenbäume schossen in die Höhe und sandten rankende Zweige und blumige Schlingen nach allen Seiten. Die Zwerge kamen hervor und verschwanden wieder zwischen den Ranken. Köst köstliche Blumen rot weiß und blau taten sich auf. Aus jeder schwebte ein Äpfchen hervor und flatterte dann in das Blütengewirr hinein. Bis zur Decke hinauf war nun alles voller Blüten und Blätter und zierlicher Ranken. Schmetterlinge gaukelten dazwischen. Große glänzende Käfer krochen an den Stängeln und schillernde Eidechsen schlüpften durch die blumigen Gewinder. Da taten sich die Zweige voneinander. Liebliche lustige Musik erklang und hervor aus dem Blumengewirr kam ein wunderlicher Zug. Voran bärtige Zwerglein mit blitzenden goldenen Trompeten, gebogenen Hörnern, kleinen Pauken und lieblichen Flöten. Dann folgten andere Zwerge in goldblitzenden Harnischen auf gewaltigen Hirschkäfern reitend. Sie trugen kleine Lanzen in den Händen und es war lächerlich anzusehen, wie gravitätisch sie auf ihren braunen Rösslein saßen und wie sich die dicken Käfer mit ihren sechs Beinen bemühten, nach dem Takte zu marschieren. Hinterher kam eine leichte Elfenschar marschiert, mit spitzen Hüten, scharfe Grashalme als Schwerter in den Händen tragend. Aber die liefen ein wenig durcheinander, denn das Elfenvolk ist viel zu windig, um ordentlich zu marschieren. Jetzt klangen silberne Glöcklein und zierliche weiße Elfenmädchen tanzten herbei, kleine Glöckchen an schwankenden Stielen in der Hand und darauf folgte auf einem von Blüten geflochtenen Throne getragen von zwölf Elfen ein wunderschönes Mädchen, ein goldenes Krönchen auf dem Kopfe und ein weißes Stäbchen in der Hand. Zur Seite gingen graubärtige Zwerge in flimmernden Schuppenpanzern mit blanken Hellebarden bewaffnet. Über dem Thron und hinter ihm, ihn von allen Seiten umschwärmend, tummelten sich lustige flinke Elfen auf prächtigen Schmetterlingen. Sie trugen blitzende Lanzen in den Händen, so fein und glänzend wie Sonnenstrahlen. Dann folgten wieder Mädchen mit Glöckchen in den Händen, dann eine scharlustige Elfen und zum Schluss kamen auf flinken Eidechsen geritten schwarzbärtige Zwerge mit Turbanen und krummen Säbeln. Der Thron wurde in die Mitte hingesetzt und die bunten Scharen stellten sich zu beiden Seiten auf, bis auf die leichten Schmetterlingsreiter, die lustig in der Luft auf ihren bunten Pferdchen umherschwärmten. Jetzt bliesen die Musikanten einen dreimaligen Tusch und alle Zwerge und Elfen riefen mit ihren feinen Stimmen dreimal Hurra, so laut sie konnten. Dann erhob sich das Mädchen von seinem Sützer, verneigte sich dreimal vor Heinrich und sprach, Mein Gebieter und Herr, wirst du mir und meinem Volke erlauben, hier heute Nacht ein Fest zu feiern? Wer bist du? fragte Heinrich, von all dem Wunderbaren ganz verwirrt. Ich bin das Märchen sprach sie und deiner Feder untertan gnädiger Gebieter und Heinrich nickte mit dem Kopf denn er wusste nicht, was er dazu sagen sollte. Da bildete die lustige Schar einen Halbkreis, der an der Seite, wo Heinrich saß, offen blieb. Die Elfen und Zwerge hockten auf dem Boden, dahinter die Elfenmädchen auf einer Erhöhung, in der Mitte die Königin. Die Hirschkäfer und die Eidechsen wurden in das Moos gelassen und die Elfen banden ihre luftigen Schmetterlings Pferdlein mit Spinnfäden an die Blumen, damit sie sich am Blumensaft erquicken möchten. Nun begannen die lustigsten Spieler. Da tanzten Elfen auf ausgespannten Spinnenfäden. Kleine Mädchen liefen auf rollenden Tautropfen. Ein dicker Zwerg balancierte eine Königskerze in seinem Gürtel. Elfen kletterten hinauf und ganz oben stand ein kleiner Knabe auf der Zehenspitze. Das war ein Kraftstück und alle klatschten in die Hände und riefen Bravo, Bravo! Dann wurden Kampfspiele aufgeführt. Zwölf Mann von der Hirschkäferreiterei kämpften mit zwölf Mann von den Eidechsenreitern. Wie tapfer hieben sie aufeinander los. Die kleinen Säbel klirrten und hageldicht fielen die Schläge auf die blinkenden Panzer. Die Hirschkäfer fochten eifrig mit und kniffen die armen Eidechsen ganz jämmerlich mit ihren harten Zangen. Der eine hatte eine Eidechse beim Schwanz gepackt. Diese suchte zu entfliehen trotz allen Spornens. Der Reiter aber hatte sich umgedreht und verteidigte sich gegen den Hirschkäferreiter. Er bewies, dass er auch im Fliehen zu fechten verstand. Jetzt folgte ein Luftgefecht. Da schwirrten die leichten Reiter auf ihren flinken Schmetterlingen durch die Luft. Bald über, bald untereinander. Das war ein buntes Getümmel. Zu weilen stürzte einer nieder zur Erde. Aber wie ein Blitz war er wieder auf den Beinen, bestieg ein anderes Pferdchen und war wieder mitten dazwischen. Nun wurde getanzt. Das war einmal eine komische Musik. Da kamen die Zwerge angewackelt mit Hacken auf den Schultern und kleine blaue Lichter auf dem Kopf betragend. Jeder hatte einen blitzenden Edelstein oder ein Stück schimmerndes Erz in der Hand. Sie bildeten einen Kreis, hüpften dann zur Mitte und legten die Steine alle auf einen Haufen. Dann tanzten sie mit wunderlichen Sprüngen umher, während sie mit brummenden Stimmen zum Takte der Musik sangen und dabei häufig mit dem Fuße stampften. Kleine Zwerge tief im Berge müssen graben, müssen hacken und sich placken Tag und Nacht auf und ab, Berge und während sie so stampften und sprangen, sanken sie allmählich immer tiefer in den Boden. Bald sahen nur noch die bärtigen Gesichter hervor. Dann versanken sie ganz und nur die blauen Flämmchen flackerten noch an den Stellen, wo sie verschwunden waren. Man hörte noch ganz dumpf unter der Erde den wunderlichen Gesang. Trapp, Trapp, auf und ab, graben, hacken. Dann war alles still und die Lichtlein verlöschten. Jetzt kam wieder eine leichte, lustige Musik. Da nahmen alle Elfen Blütenzweige in die Hände und schwebten und tanzten anmutig durcheinander in der Mitte die holde Königin. Darüber, wie eine bunte Wolke, flatterten die schimmernden Schmetterlinge. Dazu sangen die Elfen leise und anmutig. Tanzen schweben holdes Leben Elfen reigen in der Nacht Tanzen schweben holdes Leben bis der junge Tag erwacht. Und wie Heinrich das bunte Gewimmel anschaute, war es ihm, als würde es immer undeutlicher vor seinen Augen, als wäre ein Schleier davor gezogen. Wie wie im Nebel sah er die zierlichen Gestalten durcheinander wogen und wie aus der Ferne hörte er den Gesang Tanzen schweben holdes Leben Elfen reigen in der Nacht Tanzen schweben Dann war alles still und wie ein dunkler Schleier senkte es sich vor seine Augen Als er seine Augen wieder aufschlug war es Morgen und er lag ganz ordentlich in seinem Bette Vom nächsten Kirchturm schlug die Uhr acht Er rieb sich die Stirn richtete sich im Bette auf und sah nach seinem Tintenfass Das stand auf dem Tische und sah gar nicht anders aus als sonst Als er aufgestanden war und sich seinem Tische näherte da wunderte er sich denn das ganze Blatt das er am gestrigen Abend vor sich gelegt hatte war eng beschrieben und zwar von seiner Hand Als er anfing das Geschriebene zu lesen da fand er dass es eine ganz genaue Beschreibung des Elfenfestes war Nun erkannte der arme Student welchen Schatz der alte Mann ihm geschenkt hatte Er machte sich sogleich auf ihn zu besuchen und ihm für sein Geschenk zu danken Als er aber in die Straße kam wo er ihn damals gefunden hatte war nirgends ein solches Haus zu entdecken und niemals hatte er den alten Trödler wieder gesehen Aber noch an manchem Abend stellte er das Tintenfass auf den Tisch legte ein Blatt Papier vor sich hin nahm die Feder in die Hand und dann geschahen die wunderbarsten Märchen Die Kinder aber die in dem Hause wohnten hatten es sehr gut denn des Abends wenn es dunkel ward kamen sie zu Heinrich und setzten sich um ihn herum und dann erzählte er ihnen alle diese schönen Geschichten die möchtet ihr nun auch wohl gerne hören ja wisset ihr denn nicht dass ihr sie alle kennt vorausgesetzt dass ihr dieses Buch recht aufmerksam durchgehört habt denn diese bunten Märchen stammen alle aus dem wunderbaren Schreibzeug